Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, ich begrüße Sie zugleich im Namen meiner Kollegen Matthias Habersack und Christoph Kriegoleitz sehr herzlich zur Konferenz Lehren aus Wirecard an der LMU. Wir wollen heute über einen der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte sprechen. Den Sachverhalt aufklären und Verantwortlichkeiten bestimmen können wir natürlich nicht. Es wird vermutlich einige Jahre dauern, bis alle Puzzleteile zusammengetragen sind und die Gerichte Urteile gefällt haben. Dennoch ist es bereits heute möglich, eine Reformdiskussion zu führen. Denn wir wissen, dass Kontrollsysteme versagt haben und es ist uns bewusst, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in Institutionen erschüttert ist. Die rechtspolitische Linie lautet daher, Defizite müssen beseitigt werden und Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Damit sind die Themen der Konferenz bereits vorgezeichnet. Es geht heute um Aktienrecht, Bilanzrecht und Kapitalmarktrecht. Auf der Agenda steht zunächst die Corporate Governance der kapitalmarktorientierten Aktiengesellschaft. Ein Blick auf die Organe, insbesondere den Aufsichtsrat, wäre aber zu eng. Der Fall Wirecard lehrt uns einmal mehr, dass der Abschlussprüfer eine wichtige Institution in der Corporate Governance von Kapitalgesellschaften ist. Deshalb beschäftigen wir uns heute auch mit der Rolle des Abschlussprüfers zur Aufdeckung von Fraud, sowie der Unabhängigkeit und der Haftung der Abschlussprüfer. Schließlich wollen wir die Kapitalmarktaufsicht und die Rolle der Whistleblower behandeln. Der Schutz von Hinweisgebern und die Effektivität der Kapitalmarktaufsicht sind Grundsatzthemen, die regelmäßig Gegenstand der Reformdiskussion sind. Im Lichte des Falls Wirecard zeigen sich Wissensprobleme und Probleme der Regulatory Capture wie unter einem Brennglas. Die Reformdebatte bekommt hier eine europäische Note. Es sind bereits Rufe nach einer europäischen SEC, jedenfalls einer europäischen schnellen Einsatztruppe laut geworden. Ich bin gespannt auf den Austausch über diese spannenden Reformthemen und freue mich auf eine hoffentlich rege Debatte. Die Debatte kann leider wegen der Corona-Krise nur digital stattfinden. Dazu einige organisatorische Bemerkungen vorab. Mit Ausnahme von Herrn Wilmroth sind alle Referentinnen und Referenten vor Ort, nach Maßgabe natürlich des Hygieneschutzkonzepts der LMU. Wir befinden uns in der großen Aula der LMU, die uns ausreichend Platz gibt. Die Bayern Media School betreut diese Veranstaltung in technischer Hinsicht. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind digital zugeschaltet. Wir freuen uns auf mehr als 160 Anmeldungen zu dieser Veranstaltung. Selbstverständlich, und das ist der wichtigste Punkt, können und sollten Sie sich hier in dieser Debatte auch zu Wort melden. Dazu aber zwei, drei kleinere Bitten. Um einen organisatorischen Ablauf hier sicherzustellen, wäre es wichtig, bei Interesse für einen Beitrag in der Diskussion, dass Sie dieses Interesse im Rahmen des Chats bekunden. Das heißt, Sie schreiben einfach in die Chatgruppe hinein, dass Sie gerne im Rahmen der Diskussion das Wort ergreifen möchten. Nach Reihenfolge dieser Wortbekundungsinteressen werden wir Sie dann aufrufen. Das Ganze geht also nach zeitlicher Reihenfolge. Wenn Sie dann drankommen, eine herzliche Bitte, geben Sie dann auch nochmals Ihren Namen an. Wir haben uns entschieden, keine Fragen im Chat zuzulassen, weil das für die Administration sonst zu komplex gewesen wäre. Wichtig noch vorab der Hinweis, dass wir diese Veranstaltung auch aufzeichnen, denn uns hat bereits vielfältig Interesse bekundet, vom Inhalt der Veranstaltung etwas mitzubekommen, auch wenn die Teilnahme heute Nachmittag nicht möglich ist. Das waren die wichtigsten organisatorischen Vorab-Bemerkungen und damit kann ich gleich zum ersten Tagesordnungspunkt überleiten und den ersten Referenten vorstellen. Das ist Herr Jan Wilmroth, Journalist und Wirtschaftskorrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Herr Wilmroth ist seit 2014 bei der SZ und seit 2017 als Korrespondent dort in Frankfurt am Main tätig. Er ist Absolvent der Kölner Journalistenschule und hat auch Wirtschaftswissenschaften in Köln studiert. Er ist Teil, das muss man einfach sagen an der Universität, die akademische Prominienz, Herr Wilmroth. Wichtig ist, Herr Wilmroth ist Teil der Journalisten bei der SZ, die ganz hautnah auch an dem Fall Wirecard dran sind und dort seit April 2019 investigativ berichten über das, was in Singapur und ja eigentlich global rund um Wirecard-Papier passiert ist. Herr Wilmroth hat auch bei den Berichterstattungen über Paradise Papers, Cum-Ex-Skandal mitgearbeitet. Also sein Hauptaugenmerk gilt in allen Themen der Wirtschaftskriminalität. Wichtig finde ich zu erwähnen ist auch, Herr Wilmroth, dass die Träger des Friedwart-Bruckhaus-Förderpreises 2016 und des Schweizer Medienpreises für Finanzjournalisten 2017 sind. Im Vorgespräch habe ich Herrn Wilmroth gesagt, dass es wahrscheinlich eine Unmöglichkeit ist, den Fall Wirecard, die Akte Wirecard innerhalb von 20 Minuten darzustellen. Dessen sind wir uns beide bewusst. Ich habe ihn gebeten, zum Fall Wirecard auch aus der Perspektive eine Journalistenstellung zu nehmen, der investigativ solche Themen ergründet und darüber Bericht erstattet. Das erschien uns, den Kollegen Grigoleit, Habersack und mir, auch ganz spannend einmal zu erfahren. Also sozusagen ein Werkstattbericht, den Sie hier abgeben, Herr Wilmroth. Wir freuen uns darauf sehr, sind gespannt auf Ihren ersten Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Erfahren werden kann man mindestens mal ganze Netflix-Serien bestreiten. Und auch das, bin ich mir sicher, wird irgendwann passieren, dass nämlich der Kriminalfall Wirecard als Serie verfilmt werden wird oder zumindest als Doku-Serie. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über einen Fall, der, glaube ich, sämtliche Dimensionen sprengt, die man von vergleichbaren Bilanzskandalen oder Fällen von, ja, Betrugsfällen von Unternehmen kennt. Wir sprechen über den sicher, über den größten Fall von Bilanzfälschung, den es je in Deutschland gegeben hat. Wir sprechen über einen Konzern, der es aus einer Schmuddelecke des Internets innerhalb von 18 Jahren bis in den DAX geschafft hat, mit dem Versprechen, die Welt zu gestalten, in der wir dann alle nur noch elektronisch zu bezahlen, nämlich als Zahlungsdiensteanbieter und als Acquirer, der eben quasi die Zwischenstelle ist zwischen Händler und Kunden, wenn man Kreditkarte zahlt. Wir sprechen über einen Konzern, der als Börsenliebling viele Menschen verzaubert hat und der nicht zuletzt dadurch irgendwann so dreist und beharrlich lügen konnte, wie er wollte. Also bei dem man dann irgendwann gar nicht mehr wusste, was eigentlich noch wahr ist und was nicht. Und der mit seinen Lügen sehr, sehr weit gekommen ist, wie wir heute wissen. Wir sprechen über Aufsichtsbehörden, die offensichtlich versagt haben, bis hinauf zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Wir sehen, dass Wirtschaftsprüfer mindestens getäuscht wurden oder sogar ihren Job nicht richtig gemacht haben. Das ist eine Frage, die wird noch vor Gericht entschieden und wahrscheinlich nicht nur vor einem Gericht. Wir haben im Blick, wie Wirecard sogar die Bundespolitik für seine Zwecke einspannen konnte, namentlich. Oder der prominenteste Fall ist sicher eine Übernahme in China, die Wirecard noch im letzten Jahr veranlasst hat, wo die Bundesregierung quasi im Interesse von Wirecard in China vorgesprochen hat. Wir haben im Blick, dass genau, also das noch zu einer Zeit, als bei Wirecard längst klar war, dass bei diesem Unternehmen irgendwas gehörig schiefläuft oder irgendetwas sehr faul ist. Der Skandal, über den wir heute sprechen, der läuft unter der Überschrift gewerbsmäßiger Bandenbetrug über 3,2 Milliarden Euro. Das ist der zentrale Tatvorwurf, von dem die Staatsanwaltschaft ausgeht. Das ist die Summe, diese 3,2 Milliarden Euro, um die Banken, Investoren und Anleihegläubiger betrogen worden sein sollen. Wir sprechen über 1,9 Milliarden Euro an Vermögen. Das war Ausgangspunkt des ganzen Skandals, die auf Treuhandkonten in Singapur und dann später auf den Philippinen gelegen haben sollen und bei denen bis heute nicht klar ist, wie viel von diesem Geld überhaupt jemals existiert hat. Es dürfte nicht viel gewesen sein. Wir sprechen über eine lange Liste an Delikten, über den gewerbsmäßigen Bandenbetrug hinaus. Beispielhaft schwere Untreue, unrichtige Darstellung und Marktmanipulation in vielen Fällen. Und damit ist die Liste der Delikte mit Sicherheit noch nicht vollständig. Also wenn Sie die Liste an Betrugsdelikten, die in Frage kommen, abstreichen, da glaube ich, bleibt nicht viel übrig, was man nicht abhaken kann. Der Vorstandsvorsitzende Markus Braun, drei weitere frühere Wirecard-Manager sind in Untersuchungshaft. Der Hauptverdächtige oder derzeit als Hauptverdächtiger gehandelte Jan Marsalek oder Marsalek, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, ist auf der Flucht. Wir wissen nicht, wo. Ein Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag nimmt gerade die Arbeit auf und damit ist klar, dass die ganze Republik bis weit in den Bundestagswahlkampf hinein und vielleicht auch noch über die Bundestagswahl hinaus über den Fall Wirecard sprechen wird. Wir haben es hier zu tun mit dem erfahrenen Insolvenzverwalter Michael Jaffe aus München, den viele von Ihnen kennen dürften, aus verschiedenen Verfahren oder mindestens mal aus der Presse. Und der schreibt in der Einleitung zu seinem Bericht des vorläufigen Insolvenzverwalters, es handele sich um ein in jeder Hinsicht ungewöhnliches Verfahren. Nun sind solche Schriftsätze ja immer relativ zurückhaltend formuliert, aber für einen Insolvenzbericht ist das, glaube ich, dieses Dokument zeigt sehr deutlich, dass es hier eben nicht nur ungewöhnlich ist, sondern es geht um ein Verfahren, das in jeder Hinsicht alle bisher bekannten Rahmen solcher Verfahren sprengt. Von Jaffe beispielsweise, das ist ja etwas, mit dem wir uns im Rechercheteam gerade sehr intensiv auseinandersetzen, was macht die vorläufige Insolvenzverwaltung, nein, was macht der Insolvenzverwalter, was machen dessen Teams, was passiert jetzt im Insolvenzverfahren, das ist eine Sache, wo man viele Informationen bekommt, die man zur Aufklärung des Skandals eben braucht. Von ihm ist überlebt, dass er davon ausgeht, es könnte jetzt wohl Jahre dauern, bis die Insolvenzverwaltung überhaupt in der Lage sein wird, einen zutreffenden Jahresabschluss für das Jahr 2019 vorzulegen. Denn Wirecard, und das konnte man schon früh feststellen, war ein Gebilde aus mehr als 50 einzelnen Gesellschaften. Die saßen in Singapur, die saßen in Irland, die saßen auch in den Philippinen, in Neuseeland, Brasilien, USA. Das ist ja nun erstmal etwas, für einen DAX-Konzern nichts Ungewöhnliches, wenn man sagt, man hat ein internationales Geschäft, man hat auf der ganzen Welt Gesellschaften, die irgendwas machen. Oder man ist eben in vielen Ländern präsent. Nun muss man rückblickend aber feststellen, dass bei vielen dieser Gesellschaften überhaupt nicht klar ist, wozu die eigentlich gut waren, was deren Aufgabe war. Die Aufgaben innerhalb des Konzerns waren willkürlich weltweit verteilt. Alles war intransparent, alles war ineffizient. Es gibt das Beispiel, dass zum Beispiel Entwicklerteams in Athen tätig waren für Wirecard Neuseeland und man sich jetzt rückblickend fragt, wie es überhaupt dazu kommen konnte und was deren Aufgabe gewesen sein soll. Wertschöpfung fand nur in Ausnahmefällen statt. Es gab viel weniger Umsätze, als öffentlich erzählt wurde. Das ist Kern der Geschichte. Es gab eine Cash-Burn-Rate von etwa 15 Millionen Euro pro Woche zum Zeitpunkt der Insolvenz im Juni und demgegenüber nur sehr geringe, tatsächliche Umsätze. Die Zahlen, die wir heute sehen, sind der reine Horror. Nach dem Niedergang des Konzerns fand man noch 26,8 Millionen Euro an frei verfügbaren Bankguthaben vor. Das war die tatsächliche Liquidität gegenüber einem Schuldenstand von 3,2 Milliarden Euro. Eine Liquiditätslücke von 99,17 Prozent, von der der Insolvenzverwalter schreibt. Und selbst das über die Bankguthaben hinaus vorhandene Vermögen reicht nicht annähernd aus, um die Schulden zu decken. Was überhaupt noch da ist und Geld bringen könnte, wenn man alles monetarisiert, alles liquidiert, was man liquidieren kann, dann reden wir von etwas über 400 Millionen Euro. In der Zeile Überschuldung im Insolvenzverricht folgt der Betrag von 2,8 Milliarden Euro mit einem Minus davor. So, das alles haben wir bei der SZ seit dem 18. Juni, also dem Tag, an dem das Testat verweigert wurde. Doch inzwischen, ich habe eben noch einmal nachgeschaut, mehr als 140 Artikel, wenn man alle Meldungen und Kommentare mitzählt, beschrieben. Aber das allein zeigt, das ist auch für uns als Zeitung, als Fall, also für uns als Zeitung, die wir uns ja intensiv auch mit Fällen von Wirtschaftskriminalität, mit Wirtschaftsskandalen. Ich erinnere an Siemens vor zwölf Jahren. Ich erinnere an den VW-Skandal. Ich erinnere an den CO2-Handel bei der Deutschen Bank oder an die Formel 1, die wir uns als Zeitung ja viel mit solchen Fällen beschäftigen. Das zeigt, dass Wirecard bei uns auch eine Sonderstellung einnimmt in der Reihe, die ich gerade aufgemacht habe. Wie kamen wir da hin? Also es ging los damit, dass man natürlich schon immer ein mulmiges Gefühl hatte oder das Gefühl hatte, dass bei Wirecard etwas faul ist. Nun reichen uns als Journalisten, die wir ja über Zutreffendes berichten wollen und faktenlastig, gerade im Bereich der Verdachtsberichterstattung, gerade bei so Dingen wie Bilanzfälschung, sehr, sehr trittsicher sein müssen, wenn wir über etwas schreiben, reichen Gefühle nicht aus. Wir wussten, dass Wirecard für illegale Glücksspielanbieter tätig war. Wir wussten, dass Wirecard sehr wahrscheinlich für betrügerische Online-Webseiten Zahlungen abgewickelt hat. Wir waren im Bilde über die Berichterstattung der Financial Times von 2015 an. Wir hätten uns nie vorstellen können, dass das wirklich ein solches Ausmaß hat. Das gebe ich ganz offen zu. Und die Sache ging eigentlich so richtig los im Jahr 2019, als am 30. Januar in der Financial Times ein Bericht erschien, unter der Überschrift Executive Ad Payments Giant suspected of using forged contracts, also Führungskraft von Zahlungsrise steht unter Verdacht, Verträge gefälscht zu haben. Eigentlich eine sehr unaufregende Überschrift. die aber einen extremen Effekt hatte. Die Wirecard-Aktie krachte ab daraufhin und wir, die wir schon mal uns mit Wirecard beschäftigt hatten, das waren einige von uns, waren daraufhin sehr elektrisiert. Wir müssen offen zugeben, dass wir heute überhaupt da stehen, wo wir stehen, hat sehr viel mit dem Thema vierte Gewalt zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun, dass es in London einen Herrn namens Dan McCrumb gibt, der bei der Financial Times unter Vertrag steht, als investigativer Journalist und sich schon sehr lange mit Wirecard beschäftigt, das nötige Insiderwissen hatte, um den Konzern so auszuleuchten, wie er es im vergangenen Jahr getan hat. Warum konnte er das? Weil er Glück hatte, denn im Jahr 2018 meldete sich da plötzlich ein Whistleblower bei der Zeitung im Besitz von Daten. Man hatte zuvor in der Abteilung Singapur, das war die Zentrale für das gesamte Asiengeschäft von Wirecard, eine Untersuchung veranlasst seitens der Compliance-Abteilung, weil es den Verdacht gab, jemand könnte zahlen, manipulieren, Verträge fälschen und Umsätze fingieren mittels Round-Tripping. So, man hatte damals etwas erreicht, Anfang 2018 oder im Frühjahr 2018, das mit dem Wissen des Vorstands mit Sicherheit, wie wir heute vermuten, niemals geschehen wäre. Nämlich, man hat zugelassen, dass die Compliance-Mitarbeiter die Mail-Accounts mehrerer Mitarbeiter gesichert haben und darunter befand sich eben auch jener Account des Asien-Finanzchefs beziehungsweise der Mann trug den Titel Executive Vice President International Finance oder wir schreiben als Journalisten oft verkürzend Asien-Finanzchef, denn das war er de facto. Und man hatte die Kanzlei Raja und Tan, die ist in Singapur wohl sehr bekannt als Großkanzlei, beauftragt, damit diese Vorwürfe zu untersuchen. Und es gab auch schon im Laufe der Monate, im Laufe der darauf folgenden Monate 2018, einen vorläufigen Bericht dieser Kanzlei über die Vorwürfe und die Untersuchung, die dann weitergeführt werden sollte, verlief aber im Sande und zwar nach einem Zeitpunkt, an dem der Vorstand sich mit diesen Vorwürfen befasst hatte, von dieser Untersuchung Kenntnis erlangte und verfügte, dass das von nun an Chefsache sein soll und ein Mann namens Jan Marschallek, der Asien-Vorstand oder der für das internationale Geschäft alles, was östlich von Deutschland liegt oder lag, zuständig war, der sollte die Aufklärung leiten und dann verlief die eben jene Aufklärung im Sande. Frustrierte Mitarbeiter, die eigentlich an einer weiteren Aufklärung interessiert waren im Jahr 2018, haben sich dann mit den Daten in die Zeitung gewandt. Das heißt, mit den Mail-Accounts dieser Mitarbeiter, das heißt, mit den Berichten oder dem Bericht der Kanzlei war Zhao Tan, die dann auch Gegenstand des Berichts, des ersten Berichts der Financial Times am 30. Januar war. Von da an ging es los. Wirecard gegen die FT. Wirecard hatte, war zuvor schon immer sehr erfolgreich gewesen mit der Erzählung, derartiges sei nur eine Verschwörung von Short-Sellern. Es hätten sich Lehrverkäufer zusammengetan und mit der Zeitung gemeinsame Sache gemacht, um den Aktienkurs von Wirecard nach unten zu prügeln, um sich daran zu bereichern. Diese Erzählung, so absurd sie heute wirkt, verfing damals tatsächlich, und zwar bei sehr vielen Aktionären. Sie verfing bei Analysten, sie verfing sehr wahrscheinlich sogar bei den Wirtschaftsprüfern, sie verfing auf jeden Fall bei der BaFin, die daraufhin ein Lehrverkaufsverbot verhängte, die sogar eine Strafanzeige formulierte, unter anderem gegen zwei Journalisten der Financial Times, darunter Dan McCrum, von der wir dann später, als wir im Dezember darüber berichtet hatten oder berichteten, sagen mussten, wir sind zwar keine Strafrechtler, aber wir haben sehr viel mit Strafrechtlern zu tun und diese Anzeige war das Papier nicht wert, auf der sie gedruckt war. Es gab keinerlei Anfangsverdacht gegen die Journalisten bis darauf, dass sie ihre Arbeit gemacht hatten und der Aktienkurs eben infolge der Berichte gesunken war. Das war bei Wirecard irgendwie immer so. Jeder kritische Bericht, auf jeden kritischen Bericht hat der Aktienkurs extrem volatil reagiert und das spielte wiederum dann dem Konzern und den handelnden Personen in die Hände, weil sie sagen konnten, seht ihr, die wollen sich nur bereichern. Das war die Verteidigungslinie, die funktioniert hat und mit der auch wir konfrontiert waren, denn wir hatten das Glück, auch in den Besitz dieser Daten zu kommen, waren ungefähr 70 Gigabyte und diejenigen unter Ihnen, die vielleicht forensisch arbeiten und die öfter mal interne Untersuchungen bei Unternehmen, an interne Untersuchungen bei Unternehmen beteiligt sind, kennen dann, kennen, was das bedeutet. Man sitzt da vor einem Berg E-Mails und weiß nicht so recht, wonach man suchen soll. Nun sind wir keine Forensiker und wir sind auch keine Compliance-Experten und sind auch nicht an systematische interne Untersuchungen gewöhnt und wussten erstmal nicht, wonach wir suchen sollten. Da hatte uns gegenüber die Financial Times natürlich einen Vorteil, weil sie Insiderwissen aus dem Konzern hatte und dieses Insiderwissen brauchte man, um überhaupt durchblicken zu können, was man da sieht und wonach man suchen könnte. Und selbst das hat bei der Financial Times ja dann mehrere Monate in Anspruch genommen. Was wir dann tun konnten, getan haben, das auch, glaube ich, rückblickend recht wichtig war, dass wir als erste deutschsprachige Zeitung nachvollziehen konnten, was hat die FT da aufgedeckt, ist das alles so zutreffend und was ist da 2018 in Singapur passiert und wie weit kann man mit dem Vorwurf überhaupt gehen, Wirecard habe Bilanzen gefälscht. Wir mussten dann feststellen, als wir Anfang April in einem langen Text darüber berichtet haben, dass Wirecard nicht in der Lage war, alle Vorwürfe auszuräumen. Wir mussten feststellen, dass Wirecard sehr kryptisch auf manche Anfragen antwortete und für manches keine gute Erklärung zu haben schien beziehungsweise erstaunlich, waren erstaunt, dass Wirecard immer für alles eine Erklärung, seien es noch so absurde Fragen gewesen, für alles eine Erklärung hatte. Wir haben, so wie wir es immer machen, ausführliche, harte Anfragen gestellt mit allen Vorwürfen, die uns eingefallen sind oder die wir die Belegen, glaubten, belegen zu können und Wirecard als Konzern hat eben immer sehr aggressiv reagiert mit Anwälten, mit der, mit dem, mit dem, hat gedroht, uns zu verklagen, hat das auch einmal getan, wegen einer Petitesse, allein um uns zu zeigen, wie aggressiv man da agiert und es geht ja immer um sehr viel Geld und weil immer die Frage kommt, warum ist das nicht früher publik geworden, nun ist es ja vielleicht ehrenwert, aber eigentlich nicht unsere Aufgabe als Journalisten, Bilanzfälschung aufzudecken, sondern dafür gibt es ja Kontrollinstanzen, auf die wir uns auch als Journalisten eigentlich verlassen wollen und Wirecard hat alles, was man vorgebracht hat, sehr aggressiv beantwortet. Sobald es ein Ermittlungsverfahren gibt, hat man einen Verdacht, von dem er als Staatsanwaltschaft ausgeht, über den man berichten kann im Rahmen der Verdachtsberichterstattung. Wenn man selber ohne Ermittlungsverfahren als Journalist diesen Verdacht erhebt, dann muss man sich seiner Sache schon sehr sicher sein. Wirecard hat zugelassen, dass wir Hintergrundgespräche geführt haben mit Vertretern von Wirecard, mit Beratern von Wirecard, da waren Anwälte dabei, da waren Beschäftigte von Wirecard selbst dabei. Das ist ein Format, das dann oft vorkommt, wenn man keine Presseanfragen im sogenannten On, also On the Record beantworten möchte, dann trifft man sich eben mit den Journalisten, bespricht Dinge im Vertrauen, die dann zwar irgendwie als Informationen in der Zeitung stehen, die aber nicht zitiert werden oder nicht dem Unternehmen zugeschrieben werden. In diesen Hintergrundgesprächen gab es immer für alles eine Erklärung und Hintergrundgespräche als Format, kann man auch sehr gut missbrauchen, weil man eben nicht daraus zitieren darf. Das heißt, der Leser bekommt nichts davon mit, dass man vielleicht von Wirecard angelogen worden ist und heute wissen wir, dass das vielfach vorkam. Im Herbst nahm das Ganze dann immer mehr Fahrt auf, der entscheidende Text in der Financial Times erschien im Oktober 2019, mit dem hatte sich Dan McCrum die Mühe gemacht, in den Untiefen der Mail-Accounts eine Excel-Tabelle zu finden, zu verstehen, was auch nicht ganz einfach war und aus dieser Excel-Tabelle eine Liste an Kunden zu destillieren, die angeblich für erhebliche Umsätze bei Wirecard gesorgt haben, hat sich mit diesen Kunden in Verbindung gesetzt und bei denjenigen, die geantwortet haben, musste er feststellen, dass einige von diesen angeblichen Kunden nie etwas von Wirecard gehört hatten. Damit standen dann mehr denn je die Umsätze, die Wirecard angeblich in Asien gemacht hat oder im internationalen Geschäft gemacht hat, in Frage, stand das Geschäft mit den sogenannten Drittpartnern in Frage, bei denen Wirecard immer sagte, ja, diese drei Firmen, mit denen wir da arbeiten, an die lagern wir Geschäft aus, dort, wo wir keine eigene Lizenz haben. Mit dieser Erklärung kamen sie dann im Oktober nicht mehr weit. Das führte dann dazu, dass eine Sonderuntersuchung in Auftrag gegeben wurde unter öffentlichem Druck und unter dem Druck der Investoren, die damals die Geduld verloren hatten. Und das war der Anfang vom Ende. KPMG kam, KPMG fing an, den Konzern zu durchleuchten und ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, damit wir noch genügend Zeit haben für ein paar Fragen. Im April erschien der Abschlussbericht von KPMG und wieder einmal diejenigen, die hinter Ihnen, die mit dem Thema interne Untersuchungen vertraut sind, wissen, wenn ein forensischer Prüfer quasi im ersten Satz schreibt, ja, wir wurden beauftragt, dieses und jenes zu untersuchen, aber wurden an der Arbeit gehindert vom Konzern und seinem Vorstand, dann müssen alle Alarmglocken angehen und dann ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. will sagen, der KPMG Bericht enthielt zwar nicht den Beweis, bei Wirecard werden die Ganzen gefälscht, aber enthielt dermaßen viel Anfangsverdacht, dass eigentlich schon damals eine Staatsanwaltschaft mit einigem Mut hätte aktiv werden können und ein Verfahren anleiten können. Es dauerte dann nicht mehr lange, bis zum 18. Juni, bis zu dem Tag, an dem EY feststellen musste, dass sie nicht in der Lage sind, ein Testat zu erteilen, weil sie eben keine hinreichenden Belege für die Vermögen die liquiden Mittel auf Treuhand Konten in Singapur bekommen konnten. Und von da an dauerte es nicht mehr lange, bis zu den ersten Haftbefehlen und heute haben wir vier Menschen in Haft und einen auf der Flucht und wahrscheinlich fünf bis zehn weitere Beschuldigte, die Zahl der Beschuldigten, die kennen wir nicht so genau. Wir haben zahlreiche Verästelungen in der Geschichte, wir gehen jetzt schon sehr in Details und um auf das Thema der heutigen Veranstaltung nochmal überzuleiten, gibt es natürlich sehr viel zu diskutieren unter der Überschrift Was lernen wir daraus? Wie muss sich die Aufsicht verändern? Wo hat die Aufsicht vielleicht versagt? Was muss sich an den Regeln für Wirtschaftsprüfer ändern? Sollte sich ändern? Muss sich an den Haftungsregeln für Wirtschaftsprüfer etwas ändern? Ist das überhaupt sinnvoll, um so etwas wie Wirecard künftig zu vermeiden? Und ohne jetzt da noch groß ins Detail gehen zu wollen, möchte ich mich noch mal bedanken für die Gelegenheit hier diesen Vörtrag oder diese einstimmenden Worte zu halten. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt und freue mich auf Ihre Fragen. Ich bin jetzt noch eine ganze Weile in der Leitung. Vielen Dank. Ja, ganz herzlicher Dank Ihnen, Herr Wilmroth, für diesen sehr klaren und nüchternen Blick auf die Fakten, vor allem auf die Hintergründe, wie Fakten überhaupt dann die Öffentlichkeit erreichen. Ja, hochinteressant, was Sie auch über die Hintergrundgespräche uns gesagt haben. Es bietet uns eine hervorragende Grundlage für unsere heutige Tagung, die, wie Sie selbst ja auch schon gesagt haben, in erster Linie rechtspolitischen Fragen, zunächst der Corporate Governance einschließlich der Abschlussprüfung gewidmet sein wird. Sie haben aber angeboten, dass Sie auch für Fragen zur Verfügung stehen und deswegen meine Frage an das Auditorium, ob noch Bedarf besteht, Herrn Wilmroth Fragen zu stellen zum Sachverhalt, zu den Hintergründen. Ich erinnere an das, was Rüdiger Fall gesagt hat, also melden Sie sich gerne über die Chatfunktion, wenn Sie Fragen haben. das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann gehe ich nahtlos über zu der Abteilung Corporate Governance und Abschlussprüfung. Sie selbst, Herr Wilmroth, haben gesagt, es kam sehr rasch der Ruf des Publikums und auch der Fachwelt nach Reformen auf und betroffen von diesen Reformüberlegungen, die so dann in den einschlägigen Kreisen ausgetauscht und diskutiert wurden, waren zunächst einmal der Aufsichtsrat und die Abschlussprüfung, genauer genommen, der Abschlussprüfung. Sitzung wird aufgenommen. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns heute diesen Akteuren widmen in der ersten Abteilung und es ist uns eine große Freude, dass wir herausragende Referenten gewinnen konnten. Wir beginnen mit dem Vortrag von Herrn Professor Hopp zum Aufsichtsrat als Kontrollorgan auf dem Prüfstand. Klaus Hopp muss man in diesen Kreisen nicht vorstellen. Man tut es dann trotzdem immer. Ich will es aber wirklich in aller Kürze machen. Wer sich über ihn informieren möchte, dem sei empfohlen, beispielsweise die jüngst erschienene Festschrift aus Anlass eines runden Geburtstages in die Hand zu nehmen. Dort wird man hervorragend informiert über sein Leben und über seine Interessens Gebiete. Man kann sagen, dass er derjenige ist, der von Anfang an den Aufsichtsrat in den Blickpunkt der Corporate Governance Diskussion gerückt hat, und zwar ausgehend von einer internationalen Perspektive. Das findet sich widergespiegelt in zahlreichen veröffentlichen, man möchte fast sagen unzähligen Veröffentlichungen in deutscher, in englischer Sprache, die gewiss auch in Asien und andernorts auf dieser Welt publiziert sind, zur Rolle des Aufsichtsorgans in der dualistisch verfassten Gesellschaft, in der monistisch verfassten Gesellschaft besonders hervorheben möchte ich die Kommentierung im Großkommentar zum Aktiengesetz, die vor nicht wenigen Monaten, vor wenigen Jahren, Entschuldigung, in fünfter Auflage erschienen ist, gemeinsam bearbeitet mit seinem Schüler Markus Roth. Die Rolle des Abschlussprüfers bei der Aufdeckung von Ford nimmt Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Ulrich Schneiß in den Blick. Er war zunächst bei einer größeren Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Prüfungsbereich für einige Jahre tätig, weiß also, wovon er redet. Seit 2001 ist er beim Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, dem IDW, tätig und dort als Fachleiter Schurens Implementierung mit der praktischen Umsetzung vor allem im Bereich der Prüfung von Abschlüssen und sonstigen Prüfungen betraut. Herr Schneiß ist damit wie kaum ein anderer dazu berufen, die Rolle des Abschlussprüfers aus der Praxis heraus uns zu schildern und seine Möglichkeiten und auch die Grenzen, vor denen ein Abschlussprüfer steht, Ford und andere Missbrauchsfälle aufzudecken. Eine eher rechtliche Perspektive stellt so dann Herr Professor Hommelhoff an. Er wird sich der Unabhängigkeit der Abschlussprüfung widmen. Herr Hommelhoff ist Experte, einer der führenden Experten auf diesem Gebiet. Wir alle kennen ihn als Emeritus der Ruperto Carola zufälligerweise meiner Alma Marta. Er war dort auch über viele Jahre Rektor dieser altehrwürdigen Institution. Nach seiner Emeritierung ist er als Off-Counsel zu KPMG gegangen. Er hat also auch vor diesem Hintergrund nicht nur einen theoretischen, sondern auch einen praktischen Einblick in das Geschäft der Abschlussprüfung. Und wir freuen uns, dass er uns als Experte zur Verfügung steht, um die besonders wichtige Fragestellung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers hier mit uns zu diskutieren. Meine Rolle besteht darin, im Anschluss an die drei Referate die Diskussion zu moderieren. Das heißt, die drei Referate werden unmittelbar hintereinander abgehalten und nach circa einer Stunde startet dann die Diskussion zu allen drei Referaten. Ja, lieber Klaus, dann ist dir nun das Podium und das Internet. Ja, zunächst möchte ich mich herzlich bedanken für diese überaus freundliche Einführung, lieber Matthias. Das ist natürlich eigentlich zu viel, aber man hört es trotzdem gerne. Mein Thema in der nächsten vierten Stunde, 20 Minuten, ist der Aufsichtsrat als Kontrollorgan auf dem Prüfstand. Ich beginne mit einem Zitat von Axel Weber, Verwaltungsratsvorsitzender bei der UBS. Die primäre Kontrolle eines Unternehmens liegt beim Aufsichtsrat. Und das ist sicher richtig und das sollte man in der Diskussion nicht vergessen, was natürlich nicht bedeutet, dass nicht auch andere Überwacher gefordert sind und dass man da Reformen bringen soll, Wirtschaftsprüfer, Aufsicht, aber wir werden jetzt uns auf den Aufsichtsrat konzentrieren. Sie sehen hier in der ersten Folie, Wirecard, komplette Systemversagen, breite Reformagenda. Zu den Governance-Fehlern und Lücken bei Wirecard brauche ich nicht sehr viel zu sagen. Ich habe hier einiges aufgelistet, was Sie auf der Folie sehen. Ganz entscheidend, der Aufsichtsrat war nicht ordentlich zusammengesetzt, jedenfalls funktional gesehen nicht ordentlich zusammengesetzt. Und insbesondere gab es lange Zeit überhaupt keinen Prüfungsausschuss. Der kam erst 2019 und hat auch seine Arbeit nicht richtig getan. Weitere Fehler seien jetzt dahingestellt. Wenn man das alles zusammensieht, ist ganz klar die Diagnose, es liegt ein komplettes Systemversagen vor, angefangen beim Aufsichtsrat, fortgesetzt bei der Abschluss- und Wirtschaftsprüfung bis hin zur nationalen und auch zur europäischen Aufsicht. Reform der internen Governance, Vorstand, Aufsichtsrat, Aktionäre. In dem Aktionsplan der Bundesregierung vom 6. Oktober 2020, in Bälde auf Referentenentwurf, ich habe gehört, der Referentenentwurf, der zirkuliert derzeit, gestern Abend waren die ersten Umläufe hier zu hören, ist auch noch nicht endgültig abgestellt. In diesem Aktionsplan sind drei Punkte als Absichtserklärung formuliert. Einmal Stärkung der Corporate Governance durch Etablierung angemessener und wirksamer interner Kontroll- und Risikomanagement-Systeme. Zweitens, obligatorische Einrichtung des Prüfungsausschusses beim Aufsichtsrat und drittens Stärkung der Informationsrechte des Aufsichtsrats. Damit sind, und das machen wir auch im Folgenden, Vorstand und Aufsichtsrat angesprochen. Man könnte, wenn man Zeit hätte, sich auch zu überlegen, ob auch die Aktionäre in der Hauptversammlung oder außerhalb der Hauptversammlung gefordert sein könnten. Man könnte über die institutionellen Investoren reden, über Stewardship-Code und dergleichen. Das ist aber nicht heute mein Thema. Ich komme zu dem Nächsten, zu den dringlichen Reformen auf Vorstandsebene, die der Aufsichtsrat überwachen muss. Das gehört dazu, zwar ist das Vorstandssache, aber der Aufsichtsrat muss sich darum kümmern. Und hier ist das Erste, was man sehen muss, § 91.2 Aktiengesetz. Ich habe hier den Wort laut, der Vorstand hat geeignet, Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit der Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden. Das ist im Gesetz aber, wird unterschiedlich ausgelegt. Die herrschende Literatur legt das sehr restriktiv aus, während die BWL da sehr viel weiter geht. Es ist unter Wirecard-Expekten jedenfalls so nicht ausreichend. Bei den DAX-Gesellschaften ist ganz klar heute schon überwiegend ein internes Kontrollrisiko- und Revisionssystem vorhanden. Und bei börsennotierten Gesellschaften gibt es den § 317 Absatz 4 HGB. Dazu übrigens auch ein Standard von IDW, wo man das entsprechend prüft. Und die Reformvorschläge, die ich jetzt im Folgenden aufliste, die Sie auch auf den Folien finden, beinhalten nicht unbedingt jetzt meine eigene Meinung, sondern ich bringe eine breite Palette von Dingen, die in der Diskussion waren. Was jetzt aber hier steht, das ist mit Sicherheit, ist das richtig? Ja, der Reformvorschlag 1a, 1.2, das ist meines Erachtens das Minimum und das ist etwas, was mit Sicherheit auch im Referentenentwurf kommen wird, nämlich in börsennotierten Gesellschaften muss der Vorstand zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung ein wirksames, internes Kontroll- und Risikomanagement-System einrichten und einrichten alleine hilft natürlich nicht, das muss auch geprüft werden. Das Nächste, was wir brauchen, ist zwingende Einrichtung eines Compliance-Management-Systems und zwar mit Whistleblowing. Die CMS, das ist bei den meisten DAX-Gesellschaften vorhanden. Der Regierungsentwurf Versangeh belohnt das auch. Es gibt die EU-Whistleblower-Richtlinie, die umgesetzt werden muss, aber das alles reicht eigentlich noch nicht aus, sondern, und hier haben Sie den Reformvorschlag 2a, in börsennotierten Gesellschaften muss der Vorstand ein Compliance-System einrichten, einschließlich einer Whistleblowing-Funktion. In Börsengesellschaften muss ferner ein Abschlussprüfer das prüfen. Zu Whistleblowing will ich jetzt nicht mehr sagen, da kommt ein extra Vortrag. Aber es ist entscheidend, dass das stattfindet. KWG und anderen Stellen ist das auch schon da. Martin Winner von Österreich, der in einer entsprechenden Kommission sitzt, sagte mir, dass die meisten großen Untersuchungen heutzutage dort auf Whistleblowing zurückgegangen sind. Ich bin gespannt, was da nachher dazukommt. Folie 4. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Aufsichtsratsreformen. Zunächst mal weitgehend unstreitig, kommt mit Sicherheit zwingende Bestellung eines Prüfungsausschlusses und Anforderungen an dessen Vorsitzenden. Dieser Prüfungsausschuss ist derzeit schon im Aktiengesetz angesprochen, allerdings nur optional. Und da wäre jetzt was zu machen. Der Deutsche Corporate Governance Codex empfiehlt diesen Prüfungsausschuss, allerdings zurückhaltend, soweit kein anderer Ausschuss oder das Plenum damit betraut ist. Und die Aufgaben des Prüfungsausschusses werden dort entsprechend aufgelistet. Noch weitergehend im KWG. Und es ist klar, dass hier was geschehen muss. Deswegen Reformvorschlag 3a. Der Reformvorschlag, wenn Sie den Text hier sehen, entspricht dem §107 Absatz 3 Satz 2 Aktiengesetz, was entscheidend unterschiedlich ist, ist, hat zu bestellen. Das wäre also die Minimalreform, an die man denken müsste, dass eben das obligatorisch wird bei börsennotierten Gesellschaften. Das sollte aber eigentlich nicht ausreichen, sondern man sollte weitergehen. Und sollte sich an dem DCGK D3, also Corporate Governance Codex, orientieren. Denn dort ist nicht nur der Prüfungsausschuss vorgesehen, sondern es sind auch die entsprechenden Prüfungsgebiete näher aufgelistet. Das wäre also besser, als sich bei dem reinen §107 zu begnügen. Ich komme weiter zu besonderen Anforderungen an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Soweit ich höre, ist das im Referentenentwurf bisher nicht angesprochen. Aber der Prüfungsausschuss alleine, der macht das nicht. Sondern in Übereinstimmung mit dem, was im Deutschen Corporate Governance Codex steht, was selbstverständlich im KWG für Banken und entsprechende Versicherung steht, was auch von der EU herkommt, muss man gucken, dass der Vorsitzende, bei dem ja die entscheidenden Initiativen liegen, dass dafür gesorgt wird, dass die entsprechenden Erfahrungen da sind. Das ist 3C. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen. Und zwar in Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren. Weiter, was bisher leider nicht diskutiert worden ist, auch wohl nicht im Referentenentwurf, der Aufsichtsratsvorsitzende darf nicht den Vorsitz des Prüfungsausschusses innehaben. Das ist exakt das, was bei Wirecard passiert war, nachdem überhaupt der Prüfungsausschuss eingesetzt worden ist. Und weiter, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll unabhängig von der Gesellschaft, vom Vorstand und vom kontrollierenden Aktionär sein. Das sind Dinge, die im Deutschen Corporate Governance Codex drinstehen, die dringend ins Gesetz gehören würden. Jetzt kommen weitere Punkte, die bisher auch nicht aufgegriffen worden sind, in der Literatur, aber weitgehend unstreitig sind. Wir haben ein Paragraf 100 Absatz 5 Aktiengesetz, wonach ein unabhängiger Finanzexperte mit Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und der Abschlussprüfung da sein muss. Ich habe es jetzt nicht ganz präzise gesagt, sondern so war das vorgesehen in der EU-Richtlinie. Aber mit einer Option. Und in Deutschland ist das etwas milder umgesetzt worden, nämlich unabhängiger Finanzexperte mit Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung oder der Abschlussprüfung. Ich höre von Abschlussprüfern, dass man eigentlich ohne ein Verständnis der Rechnungslegung eigentlich nicht was von Abschlussprüfung versteht. Und weitgehend umgekehrt ist das auch so. Also es müsste klargestellt sein, dass der betreffende Erfahrung in beiden hat. Das wäre der Reformvorschlag zu 105 Aktiengesetz, den Sie unter 4 sehen. Am Schluss dieses Textes steht, die Mitglieder müssen in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein. Das ist schon bisher so. Da kommen später weitere Reformvorschläge, dass man mehr verlangt. Das will ich aber hintanstellen. Nächster Punkt, verbesserte Information. Das ist etwas, was in dem Aktionsbericht der Bundesregierung angesprochen worden ist, aber leider nicht irgendwie vertieft worden ist. Und ich habe den Referentenentwurf im Einzelnen noch nicht gesehen. Da ist das leider nicht aufgegriffen worden, wenn ich richtig sehe. Was bisher heißt, ist der 105 lautet, bei Gesellschaften, die kapitalmarktorientiert sind, muss mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand und Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen. Darüber habe ich vorher schon gesprochen. Aber jetzt bei der verbesserten Information ist das so, dass verschiedene Dinge diskutiert werden. Zunächst mal kritische Grundhaltung beim Aufsichtsrat. Das ist eine Diskussion, die bei den Abschlussprüfern kommt. Da heißt es ja immer, wir sind keine Experten für Ford, wir kontrollieren eigentlich nur den normalen Gang. Und da will man auch mal was ändern. Diskutiert werden könnte, ob auch im Aufsichtsrat ein solches grundsätzliches, ich will nicht sagen Misstrauen da ist, aber jedenfalls eine kritische Haltung da sein muss. Dann weiter, Erweiterung des Paragraph 111 Aktiengesetz. Da ist bisher die Literatur sehr restriktiv in der Auslegung. Also sicher kein Zugriff auf die Vorstandsprotokolle, wahrscheinlich auch nicht auf das Management-Informationssystem, schon gar nicht auf das interne Wisselbau. Das wären alles Punkte, über die man diskutieren könnte. Befragung der Leitenden oder auch anderen Mitarbeitern. Sehr restriktive, überwiegende Meinung. Wir selber im Großkommissar sind großzügiger. Wir können eigentlich nicht sehen, warum nicht der Aufsichtsratsvorsitzende, wenn denn Not am Mann ist, auch direkt auf Mitarbeiter zugreifen soll. Natürlich sollte er das dann später dem Vorstand sagen. So steht es auch im KWG. Aber alles nur über den Vorstand, dass es jedenfalls, wenn ein Verdacht da ist, nicht gerechtfertigt. Deswegen der Reformvorschlag 5a, dass der Aufsichtsratsvorsitzende oder jedenfalls der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, soweit zur Erfüllung seiner Überwachungsaufgabe notwendig, sich mindestens unmittelbar mit den Leitern der internen Kontroll, Risikomanagement, Compliance und Revisionssysteme informieren, er muss sich mit denen in Verbindung setzen können, wie umgekehrt, die müssen an ihn herantreten können. Da kann man natürlich, wenn man nicht so weit gehen will, weniger weitgehende Überlegungen anstellen. Das will ich jetzt auch dahingestellt sein lassen. Was hier in diesem Zusammenhang weiter zu bedenken ist, ist Ausstattung des Aufsichtsrats mit einem eigenen Budget oder einem Aufsichtsratsbüro. Das ist ein Problem, was lange schon diskutiert wird. Ich würde meinen, man sollte zurückhaltend sein und sollte jedenfalls formulieren, wie unter 6 in börsennotierten Gesellschaften, das kommt ganz unten, in börsennotierten Gesellschaften hat der Aufsichtsrat ein Recht auf angemessene, sachliche und personelle Ausstattung. Es geht meines Erachtens für ein Kontrollorgan, wie der Aufsichtsrat es ist, nicht an, dass der Aufsichtsrat in Vorlage gehen muss, wenn er Auslagen hat und dann über den Vorstand sich das erstatten lassen muss. Sondern er müsste im Stande sein, auf eigene Rechnung auf angemessene, sachliche und personelle Ausstattung aufzugehen. Ich gehe weiter auf weitere nichtdringliche oder sogar ungeeignete Reformvorschläge. Die Zeit drängt, ich tippe das deswegen nur an, in der Vorlesung würde ich das liebend gern natürlich ausführlicher machen. Sicher kein Wechsel zum einstufigen System, wie das der Vorsitzende von der UBS sich überlegt hat. Es gibt eine Konvergenz zwischen den beiden Systemen, das ist überhaupt nicht notwendig. Es wären auch viel zu große Reformen. Man könnte an Qualifikationsvoraussetzungen bei den einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern denken. Ist vielleicht zu weitgehend. Wenn man beim Prüfungsausschuss da den Vorsitzenden näher bestückt, dann wäre das ausreichend. Wichtig ist mir noch zu sagen, Pflichten und Haftungsfragen, da sollte man zurückhaltend sein. Man sollte insbesondere die Business Judgment Uhr nicht anrühren. Sie werden sich vielleicht wundern, in der deutschen Diskussion ist das weniger diskutiert. Aber ich weiß aus USA, ich weiß aus England, ich weiß im Bankenbereich, da sagt man jedenfalls bei systemrelevanten Banken, soll man die Business Judgment Uhr abschaffen. Der Meinung bin ich nun dezidiert nicht. Zu einem unternehmerischen Tätigwerden gehört eine Business Judgment Uhr. Haftungsverschärfung wird gefragt, ähnlich wie bei den Wirtschaftsprüfern. Bei den Wirtschaftsprüfern, darüber kann man diskutieren. Ich meine, die Höchstgrenzen sind lächerlich, die wir im Moment haben. Wie das im Einzelnen ist, ist jetzt hier nicht mein Vortrag. Aber ich glaube an den Haftungsvoraussetzungen und Folgen bei Vorstand und Aufsichtsrat sollte man nichts tun. Wenn das richtig angewandt wird, 93.116, dann greift das. Und wir haben in den letzten Jahren nach der Finanzkrise auch gesehen, dass gerade bei den Banken, da sich eine ganze Menge an Prozessen tut. Erweiterung der Bericht von Aufsichtspflichten, ja, aber da kann man jetzt nicht mehr darauf eingehen. Folie 9, und ich habe nicht mehr sehr viel Zeit, Abstufung bei den erfassten Gesellschaften und Regelungsebenen. Das ist eine ganz komplizierte Sache, die hier aber angesprochen werden sollte. Und die sich insbesondere ein Gesetzgeber hinter die Ohren schreiben sollte. Und zwar zunächst Adressatenkreis und Abstufungskriterien. Wir reden hier, und das ist ja auch mein Thema, börsennotierte Gesellschaften. Aber das ist bei Weitem natürlich nicht der einzige Abgrenzungsmodus, den wir uns überlegen könnten. Ich habe das für Sie hier aufgelistet. Also etwa Einschränkung börsennotiert, das ist der 3-2-Achsen-Gesetz. Die internationale Bewegung geht eher weg auf Kapitalmarkt orientiert. Sodass man sich überlegen müsste, ob man, wenn man reformiert, das bei Kapitalmarkt orientiert ansetzt und dann ins WPHG bringt. Die andere Differenzierung ist im HGB, im Bilanzrecht, groß, mittel, klein. Dann gibt es die Unternehmen von öffentlichem Interesse, auch in 3.19a HGB. Im KWG wird unterschieden bedeutende und andere Institute und wiederum im KWG und auf EU-Recht her systemrelevante Institute in der Europäischen Bankaufsicht. Nun will ich mich jetzt hier nicht festlegen, was der beste Weg hier wäre. Hängt vielleicht auch ein bisschen ab davon, wer die Reform betreut. BMF würde vielleicht mehr zu Börsen notiert gehen. Ein Justizministerium würde das vielleicht anders sehen. Aber jedenfalls sollte man sich das ganz genau überlegen. Davon hängt viel ab und man müsste, wenn man es richtig macht, sehen, was funktional die Auswirkungen dieser Differenzierungen sind und dann entsprechend reagieren. Dann Regulierungsebenen. Man kann das in ganz unterschiedlichen Gesetzen machen oder auch in mehreren. Wir haben jetzt über Aktiengesetz gesprochen. Wenn man es im Aktiengesetz macht, hat man den Nachteil, dass man im Prinzip ausländische Gesellschaften ausscheidet. Oder man muss mit einer eigenen Norm nachjustieren. Man könnte in Corporate Governance Codex gehen. Da haben wir gerade die Reformen gehabt. Wir haben uns in der ZGR dazu geäußert, dass das alles interessant ist, gut ist, aber nicht ausreicht. Jedenfalls nicht auf Dauer. Es ist auch die Frage, ob gerade bei einem solchen Versagen wie Wirecard überhaupt der Ansatz richtig ist und ausreicht. Dann könnte man natürlich auch börsennotierte Unternehmen das bei den Börsen festlegen. Und zwar entweder im Börsengesetz, wenn man keine Gesetzesänderung will, in der Börsenzulassungsverordnung. Wenn man die entsprechend auslegt, könnte man dort auch Governance Standards als Voraussetzung des Listings nehmen. Und schließlich von der Börse selber, wenn man ihr das zutraut, dass sie von sich aus diese Standards setzt. Dazu dann gleich die letzte Folie. Regulierungsebene dann am Schluss. WPHG. Wenn man richtig ansetzen will, müsste man dort eine laufende Verhaltenskontrolle ansetzen. Das wäre besser als eine reine Listing-Voraussetzung. Dass regulierte Unternehmen dann schärfer herangenommen werden, ja. Wenn ich jetzt mehrfach auf KWG Bezug genommen habe, heißt das nicht, dass man einfach KWG-Vorschriften voll übertragen soll. Sich orientieren, ja. Aber das eine sind regulierte Unternehmen und das andere sind Unternehmen, die in einer sozialen Marktwirtschaft tätig sind. Ich komme noch zur Folie 10, gewissermaßen nur als Leckerwissen, dass Sie sich da vielleicht mal mit befassen. Das ist ein Vergleich von dem, was die deutsche Börse tut, was die New York Stock Exchange tut und was die Nasdaq tut. Und man könnte noch die London Stock Exchange nehmen und die eine oder andere, auch ostasiatische Börse. Und wenn Sie das durchsehen, dann sehen Sie die Grundlage, wo das steht, dann betroffene Gesellschaften. Bei der deutschen Börse sind es nur 200 Unternehmen, bei Nasdaq 3.300, also schon der Reichweite viel größer. Dann haben wir nichts bei unserer Börse zu den unabhängigen Direktoren, sehr wohl bei der New York Stock Exchange, bei Nasdaq. Nichts zur Unabhängigkeit des Börse, wiederum New York Stock Exchange, Nasdaq und regelmäßigen Sitzungen, ebenfalls nur in Nasdaq. Dass der Corporate Governance Codex das alleine auffasst, dürfte meines Erachtens nicht reichen. Und der letzte Punkt wäre ein großes Plädoyer, unabhängig von den Reformen im Aktienrecht. Man sollte bei den Listing-Standards nicht nur das Listing-Initial entsprechend sich ansehen, sondern man sollte mit Governance-Regularien kommen und Laufen beobachten. Und damit habe ich mein Zeitbudget leider schon ausgefüllt. Aber ich bin aber auch am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen in dieser wunderschönen Münchner Aula der Universität München. Ich darf heute die Sichtweise der Wirtschaftsprüfung auf das Thema, auf den Fall Weierkart, ein bisschen mit einbringen, zusammen mit Herrn Professor Hummelhoff. Herr Professor Habersack hat ja schon darauf hingewiesen, dass ich mal bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft praktisch tätig war, hat aber auch erfreulicherweise darauf hingewiesen, dass ich seit 2001, jetzt seit mittlerweile knapp 20 Jahren, beim Institut der Wirtschaftsprüfer die Dinge dann doch eher aus der theoretischen Brille mitverfolge. Ja, Herr Wilmenroth hat es vorhin in seinem Vortrag gesagt, die Causa Weierkart hält seit einigen Wochen, seit einigen Monaten mittlerweile Politik und Wirtschaft in Atem und in ganz besonderem Maße auch, das kann ich glaube ich sagen, den wirtschaftsprüfenden Berufsstand. Es geht jetzt darum, aus den Ereignissen die richtigen Lehren zu ziehen. Dazu kann vielleicht auch heute diese Veranstaltung ein Stück weit beitragen. Mein Thema ist in den nächsten gut 20 Minuten die Frage, welche Rolle die Abschlussprüfung heute zur Aufdeckung von Fraud hat, wie grenzt sie sich von der forensischen Prüfung ab? Versuche ich ein bisschen noch zu skizzieren und was sind mögliche Ansätze zur Fortentwicklung der Abschlussprüfung? Auch Themen, die wir im Institut der Wirtschaftsprüfer im Moment sehr intensiv diskutieren. Sie sehen es hier in dem Zitat wiedergegeben, in einer Pressemitteilung im Juni hat der Abschlussprüfer von Weierkart, EY, mitgeteilt, dass es deutliche Hinweise gibt, dass im Fall Weierkart ein umfassender Betrug vorliegt. Auch die Staatsanwaltschaft München geht von bandenmäßigen Betrug aus und hat Ermittlungen gegen eine Reihe von Personen aus dem engeren Führungskreis von Weierkart aufgenommen, auch von ehemaligen Vorstandsmitgliedern von Weierkart. Daneben die Abschlussprüferaufsichtskommission, die APAS, untersucht seit 2015 alle Konzernabschlussprüfungen von Weierkart, um festzustellen, ob dem Abschlussprüfer in diesen Fällen irgendwelche Pflichtverletzungen vorzuwerfen sind. Ganz ungeachtet, wie diese Untersuchungen am Ende oder was diese Untersuchungen ergeben werden, ist Weierkart für uns als EDW ein Anstoß gewesen, die Rolle der Abschlussprüfung als Teil des Systems der Corporate Governance insgesamt einmal zu hinterfragen und unser Bewusstsein auch dafür zu schärfen, wo und mit welchen Maßnahmen die Abschlussprüfung zur Aufdeckung von Bilanzbetrug vielleicht noch mehr beitragen kann, als das heute der Fall ist. Wir haben zu dem Fall Weierkart ein Positionspapier veröffentlicht im Juni. Oder im August, glaube ich, im Juli. Das kennen Sie vielleicht, um relativ früh einen Impuls auch für eine politische Debatte zu geben. Uns war dabei wichtig, als Berufsstand nicht ausschließlich defensiv mit dem Thema umzugehen, sondern wir wollen auch Vorschläge machen, was wir bei uns sehen, was wir bei uns selbst verbessern können. Bevor ich in mein eigentliches Thema komme, würde ich ganz gerne vorab den Begriff Fraud, der ja immer wieder verwendet wird, etwas näher beleuchten. Fraud wird häufig fälschlicherweise, muss man sagen, gleichgesetzt mit Begriffen wie Unregelmäßigkeiten oder Gesetzesverstößen. Wenn man die Verantwortung des Abschlussprüfers für die Aufdeckung von Fraud aber beleuchten möchte oder auch vielleicht sogar hinterfragen möchte, ist es wichtig, den Begriff aber genau zu definieren und zu abzugrenzen vor allen Dingen auch. Fraud ist eine Teilmenge von illegalen Handlungen. Ich habe den Begriff illegale Handlungen jetzt hier mal als Oberbegriff verwendet, wobei Fraud in dieser Ellipse, in diesem Schaubild auf der linken Seite von anderen Gesetzesverstößen, die auf der rechten Seite abgebildet sind, abzugrenzen ist. Ja, was ist kennzeichnend für Fraud? Kennzeichnend für Fraud oder auch dollose Handlungen ist ein durch Täuschung erzielter rechtswidriger Vorteil. Das ist die Definition, die in dem internationalen Prüfungsstandard ISA 240 verwendet wird, der sich ausschließlich mit der Frage befasst, welche Rolle oder welche Verantwortung der Abschlussprüfer zur Aufdeckung von Fraud hat. Die Täuschungsabsicht also und der finanziell daraus erzielte Vorteil unterscheidet Fraud von anderen Gesetzesverstößen. Eine Untergruppe, die habe ich hier in diesem Schaubild links, in diesem kleineren gelben Kreis gekennzeichnet, eine Untergruppe, das sind die Fraudsachverhalte, die zu falschen Darstellungen im Abschluss oder im Lagebericht in Deutschland führen. Und diese Teilmenge wird dann nochmal untergliedert in Bilanzmanipulationen, beispielsweise die Buchung fingierter Rechnungen oder Vermögensschädigungen wie Diebstahl- oder Untreuehandlungen. Ich möchte eigentlich hier deutlich machen mit diesem Schaubild, dass der Begriff Fraud ein sehr breiter Begriff ist und die Abschlussprüfung nur auf den Teil der Fraudsachverhalte ausgerichtet ist, der zu wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss- oder den Lagebericht führen kann. Nehmen wir mal das Beispiel Geldwäsche. Ein Geldwäschetatbestand wäre dann nicht unmittelbar Gegenstand der Abschlussprüfung, wenn das aus den kriminellen Handlungen stammende Kapital nicht in das bilanzierungspflichtige Unternehmen zum Beispiel oder auch das bilanzierungs- und prüfungspflichtige Unternehmen investiert wird, sondern zum Beispiel in privat gehaltene Immobilien des Managements fließen würde. Davon unberührt bleibt natürlich die Verantwortung des Abschlussprüfers, einen solchen Geldwäscheverdacht zu melden, wenn ihm ein solcher Verdacht im Rahmen der Abschlussprüfung bekannt wird. Und was die anderen Gesetzesverstöße angeht, die hier auf der rechten Seite dargestellt sind, die sind ebenfalls dann Gegenstand der Abschlussprüfung, wenn sie sich auf die Rechnungslegung auswirken. Also das Beispiel Datenschutzbestimmungen, Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen wäre ja ein Gesetzesverstoß, hat aber nicht immer oder in der Regel wahrscheinlich keine Auswirkungen auf die Rechnungslegung, ist dadurch nicht durch die Abschlussprüfung abgedeckt, aber Verstöße gegen Steuervorschriften beispielsweise werden dann relevant für den Prüfer, wenn daraus eine falsch berechnete Höhe der Ertragssteuerrückstellungen resultieren würde. Ja, wie die Abschlussprüfung mit dem Thema Fraud umgeht, möchte ich gerne an ein paar Eckpunkten versuchen deutlich zu machen, ohne dass ich hier auf den Prüfungsansatz im Detail in der Kürze der Zeit eingehen kann. Das Ziel der Abschlussprüfung ist, das ist glaube ich aus dem Vorgesagten auch deutlich geworden, die Frage, enthält der Abschluss- und der Lagebericht wesentliche Mängel, die auf Fraud zurückzuführen sind? Ich gehe jetzt hier nur auf den Fraud-Ast ein, natürlich ist auch die Aufdeckung von unbeabsichtigten Fehlern und Irrtümern Ziel der Abschlussprüfung. Ein Kernprinzip der Abschlussprüfung ist die kritische Grundhaltung, die inzwischen auch in der WPO, in der Wirtschaftsprüferordnung gesetzlich kodifiziert ist. Ja, was bedeutet kritische Grundhaltung? Wenn man das mal versucht zu beschreiben oder zusammenfassend zu beschreiben, ist kritische Grundhaltung, oder bedeutet sie, dass der Prüfer Auskünfte des Managements und anderen Prüfungsnachweise immer hinterfragen muss. Und er muss immer auf Gegebenheiten achten, die auf doloser Handlungen hindeuten können. Wenn er Auffälligkeiten feststellt, muss der Prüfer dem auf den Grund gehen und darf sich dann nicht mit beispielsweise vordergründigen Erklärungen des Managements zufriedengeben. Das ist also diese innere Einstellung, die die kritische Grundhaltung ausdrückt, die das Prüfungsteam auch ganz unabhängig davon immer aufrechterhalten muss, ob irgendein Grund besteht, an der Integrität, sage ich mal, des Managements oder des Mandanten insgesamt zu zweifeln oder auch nicht. Also auch im dritten, vierten, fünften Jahr der Prüfung ist diese kritische Grundhaltung aufrechtzuerhalten. Das heißt aber nicht, und das kann auch nicht bedeuten, dass kritische Grundhaltung bedeutet, ich muss dem Management oder dem Aufsichtsrat grundsätzlich misstrauen. Der eine oder andere könnte sich das vielleicht vorstellen, aber wenn man das zu Ende denken würde, dann könnte die Abschlussprüfung im Grunde, der Abschlussprüfer könnte nicht mehr risikoorientiert prüfen, sondern er müsste im Grunde alle Geschäftsvorfälle lückenlos prüfen. Er könnte sich auch nicht mehr auf Kontrollen verlassen, die das Management eingerichtet hat, zur Überwachung der Geschäftsprozesse beispielsweise, weil bei einer Misstrauensprüfung, die das dann ja wäre, davon auszugehen wäre, dass diese Kontrollen umgangen werden oder außer Kraft gesetzt werden durch das Management. Der Prüfer muss das Geschäft des Unternehmens und die Prozesse im Unternehmen so gut verstehen, dass er Bereiche mit höherem Fraudrisiko erkennen kann. Diese Risiken werden oft durch Warnsignale oder sogenannte Red Flags angezeigt. Ich nenne mal zwei Beispiele für Red Flags, die sehr häufig sind. Ein starker Druck auf das Management, finanzielle Ziele zu erreichen, das wäre zum Beispiel so ein Warnsignal, oder ein ausgeprägt dominanter Vorstand, dem ein eher unerfahrenes oder personell schwach besetztes Aufsichtsorgan gegenübersteht. Je mehr von diesen Red Flags festgestellt werden, umso höher ist natürlich dann das Fraudrisiko einzuschätzen. Ich wollte noch was sagen zu den Analysemethoden, die im Rahmen des Risk Assessment häufig eingesetzt werden. Das sind insbesondere Befragungen von Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeitern. Und diese Befragungen haben in der Regel eine sehr hohe Bedeutung, weil erfahrungsgemäß die meisten Hinweise auf Verstöße von den Mitarbeitern in den Unternehmen selbst kommen. Ein besonderes Augenmerk wird im Risk Assessment immer auch gelegt auf die angemessene Erfassung und Kontrolle der Umsatzerlöse, da gerade die Umsätze oft ein erhebliches Potenzial für Bilanzmanipulationen bieten können. Das kann man gut nachvollziehen, wenn man zum Beispiel an die sogenannte Percentage-of-Completion-Methode bei der Umsatzrealisierung langfristiger Aufträge denkt. Zunehmend kommen auch IT-gestützte digitale Datenanalysen zum Einsatz, die nach Auffälligkeiten im Datenbestand suchen, vielleicht oder zum Beispiel eben auch nach ungewöhnlichen Verhältnissen in der Entwicklung der Umsatzerlöse. Und solche Routine-Datenanalysen werden von den großen Prüfungsgesellschaften teilweise im Netzwerk eigene Service Center ausgelagert, die sich auf solche Verfahren spezialisiert haben. Interne Kontrollen des Unternehmens werden auf ihre Eignung hin beurteilt, einschließlich auch der generellen IT-General-Controls. Das sind zum Beispiel Kontrollen im Zusammenhang mit der Stammdatenverwaltung oder den Berechtigungskonzepten im IT-System. Also da ist die Frage, wer darf was im IT-System lesen, wer darf Buchungen veranlassen, wer darf Zahlungen freigeben. Im Grunde geht es darum, hier unangemessene Berechtigungsprofile zu erkennen. Es ist dann auch Ausdruck der kritischen Grundhaltung, dass bei höherem Fortrisiko der Abschlussprüfer sein Programm entsprechend ausweiten muss, um auf das erhöhte Risiko dann zu reagieren. So eine angemessene Reaktion kann beispielsweise darin bestehen, dass das Prüfungsteam um Personen mit speziellen Fähigkeiten erweitert wird, dass zum Beispiel forensische Experten oder IT-Spezialisten in das Prüfungsteam eingebunden werden. Bei einem konkreten Verdacht auf Fort sind Vorstand und Aufsichtsrat zeitnah von dem Verdacht in Kenntnis zu setzen. Diese haben dann über entsprechende Maßnahmen zu entscheiden, auch möglicherweise über die Frage, ob eine forensische Untersuchung außerhalb der Abschlussprüfung beauftragt werden sollte. Eine weitere Möglichkeit, um auf Fraudrisiken zu reagieren, ist der Einbau von Überraschungsmomenten in die Prüfung. Da ist der Grundgedanke, dass durch die Abwandlung und Variation von Art, Zeitpunkt und Umfang der Prüfungshandlungen es zum Beispiel erschwert werden soll, Bilanzmanipulationen zu verschleiern. Bei jedem Statement, das der Prüfer feststellt, also bei jedem Fehler, den er feststellt, muss er beurteilen, ob dieser Fehler auf doloser Handlungen zurückzuführen sind. Wenn das der Fall ist, dann muss er davon ausgehen, nach den geltenden Standards, dass das kein isoliertes Ereignis ist. Dann muss er zum Beispiel nachforschen, ob es weitere Fälle nach ähnlichem Muster gibt in der Buchhaltung und in der Rechnungslegung. Und wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass Mitglieder des Top-Managements in die doloser Handlungen verwickelt sind, muss der Prüfer auch die Integrität des Mandanten insgesamt neu beurteilen, was wiederum Auswirkungen auf das weitere Prüfungsprogramm haben kann. Hier sind jetzt noch die Mitteilungspflichten an externe Stellen genannt. Das überspringe ich mal und würde da aber ganz am Ende meines Vortrags noch mal kurz darauf zurückkommen. Ich würde gerne an dieser Stelle einen Blick werfen mit Ihnen auf die Ziele und Methoden einer forensischen Prüfung. Ohne jetzt den Anschein hier erwecken zu wollen der Vollständigkeit. Es geht mir im Grunde darum, die Hauptunterschiede zu einer regulären Abschlussprüfung etwas herauszuarbeiten. Das Ziel einer forensischen Prüfung ist bei konkretem Verdacht auf Fraud oder hängt in der Regel von der individuellen Vereinbarung zwischen dem Sonderprüfer und Management- oder Aufsichtsrat ab, je nachdem, wer Auftraggeber ist. Es ist also nicht gesetzlich definiert wie bei der Abschlussprüfung, umfasst aber häufig die Identifizierung und Sicherung von Beweisen zu möglichen Delikten, möglichen Tätern und dem Tathergang. Darüber hinaus aber auch die genaue Schadensermittlung. Also das geht weit über das hinaus, wie wir gesehen haben, was Ziel und Gegenstand der Abschlussprüfung ist. Die forensische Untersuchung ist immer fokussiert auf den aufzuklärenden Sachverhalt, anders als die Abschlussprüfung, die ja ein Urteil zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung insgesamt zu treffen hat. Die forensische Prüfung muss jeder Aussage und jedem Beleg des Mandanten im Grunde misstrauen und grundsätzlich von Betrug oder Fälschung ausgehen. Ein kritischer Mindset, also kritische Grundhaltung, die der Abschlussprüfer Ihnen anzulegen hat, würde deshalb hier nicht ausreichen. Forensische Prüfungen benötigen die Anwendung von speziellem Wissen, also beispielsweise kriminalistischen Methoden, das Beherrschen von Interviewtechniken oder investigativen Befragungen und Ähnlichen. Das sind spezielle Fähigkeiten, die eben kein typischer Gegenstand der Abschlussprüferausbildung sind. Was die Methodik angeht, suchen Forensiker zu Beginn der Untersuchung ein breites Verständnis von den Tatvorwürfen, ebenso von den betroffenen Geschäftsprozessen und den Verantwortlichkeiten der Prozessbeteiligten. Das ähnelt zunächst mal dem Vorgehen bei der Abschlussprüfung, geht aber in den betroffenen Teilbereichen punktuell weit mehr in die Tiefe, wobei die Abschlussprüfung dafür in der Regel natürlich ein breiteres Unternehmensverständnis benötigt. Häufig werden zu Beginn der Untersuchung Maßnahmen zu Schadensbegrenzungen getroffen und Daten für die weitere Untersuchung gesichert, beispielsweise durch das Schließen von Bankkonten, die Deaktivierung von Benutzerpasswörtern oder das Einfrieren von E-Mails. Im Rahmen von Datenanalysen werden Datenspuren verfolgt und gesichert, E-Mails analysiert und Bücher und Aufzeichnungen durchforstet. Dafür wird in noch größerem Umfang als bei der Abschlussprüfung IT-gestütztes Erfahrungswissen der Forensiker genutzt, um zum Beispiel Auffälligkeiten im Datenbestand zu erkennen, die auf mögliche Delikte hindeuten oder einen Verdacht erhärten können. Und schließlich geht es um die Dokumentation aller Beweise, die bei einer späteren staatsanwaltschaftlichen Ermittlung oder in einem Gerichtsprozess von Bedeutung sind, beispielsweise Hinweise auf die Täter, Mittäter und den tatsächlich entstandenen Schaden. Es geht also um eine gerichtsfeste Beweissicherung im Grunde. Und als Fazit möchte ich einfach festhalten, Ziele und eingesetzte Methoden der Forensik, aber auch die Befugnisse der Forensik unterscheiden sich deutlich, wie wir gesehen haben, von denen der Abschlussprüfung. Ich würde zum Schluss gerne noch einmal die anfangs gestellte Frage aufgreifen, was können Ansatzpunkte zur Fortentwicklung der Abschlussprüfung im Hinblick auf die Aufdeckung von Fraud sein. Im IDW-Positionspapier, das ich ansprach, haben wir vorgeschlagen, die Vorstände kapitalmarktorientierter Unternehmen zumindest gesetzlich zu verpflichten, Compliance-Management-Systeme einzurichten. Und da geht es uns im Kern um die Teilbereiche von Compliance-Management-Systemen, die präventiv und aufdeckend Fraud verhindern sollen. Wenn man den bekannt gewordenen und heute schon angesprochenen Aktionsplan liest, wird die Bundesregierung das möglicherweise auch aufgreifen. Wir haben zu dem vorgeschlagen, und das konnten wir in dem Aktionsplan jetzt noch nicht herauslesen, dass eine Beschreibung dieses Compliance-Management-Systems und eine Erklärung des Vorstands über dessen Wirksamkeit in eine erweiterte gesetzliche Abschlussprüfung einbezogen werden sollte. Aus unserer Sicht, aus der Sicht des IDW, wären das Maßnahmen, die die Fraudprävention und auch den Wert der Abschlussprüfung insgesamt deutlich stärken können. Darüber hinaus würden wir auch spezielle Skills und Schulungen und die Vermittlung spezieller Skills aus dem Bereich der Forensik für sinnvoll halten, zum Beispiel durch oder natürlich unter Einbeziehung entsprechender Experten aus dem Forensischen Bereich. Der technische Fortschritt wird den Abschlussprüfern künftig auch neue Möglichkeiten zum Aufspüren von Fraudrisiken geben. Allein dadurch, dass immer größere Datenmengen auf Muster und Auffälligkeiten ausgewertet werden können mit der heutigen Technologie, und zwar auch nicht nur strukturierte Daten, sondern auch unstrukturierte Daten ausgewertet werden können. Bei dem Aufbau entsprechender Analyse-Tools und Wissensdatenbanken sind die großen Praxen natürlich weit vorangeschritten. Da wird es darauf ankommen, um den gesamten Berufsstand mitzunehmen. Da arbeiten wir im IDW daran, Plattformen aufzubauen, um Anbieter von solchen Tools, damit diese ihre Produkte auch kleineren Praxen zugänglich machen können. Schlussendlich spielen die internen Qualitätssicherungssysteme der Prüfungsgesellschaften eine wichtige Rolle zur Stärkung der Abschlussprüfung. Die kritische Grundhaltung muss ein Teil der Qualitätskultur der WP-Praxen sein. Das heißt, kritische Grundhaltung und integres Verhalten muss gefördert und gelebt werden. Das bedeutet zum Beispiel auch, den Prüfern den Rücken zu stärken, gerade in Fällen, wo der Prüfer beispielsweise Mängel in der Rechnungslegung festgestellt hat, die für die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sehr belastend sein können, weil dann eben häufig Druck auf den Prüfer ausgeübt wird und da bedarf es dann der Rückenstärkung durch die Praxisleitung. Zum Schluss, wenn sich begründete Verdachtsfälle für Fraud zeigen, müssen diese nach der Abschlussprüferverordnung der EU, zumindest bei Public Interest Entities, also Unternehmen des öffentlichen Interesses, unter bestimmten Umständen an eine externe zuständige Stelle kommuniziert werden, und zwar dann, wenn Vorstand und Aufsichtsrat nicht tätig werden in diesen Fällen. Wir haben in Deutschland die kuriose Situation, dass außerhalb des Finanzbereichs und außerhalb des Geldwäscherechts derzeit unklar ist, an wen sich Abschlussprüfer von kapitalmarktorientierten Unternehmen bei Verdacht auf Unregelmäßigkeiten wenden können. Also wer ist die zuständige Behörde? Jedenfalls fühlt sich weder die BaFin noch die Abschlussprüferaufsichtstelle derzeit zuständig für die Entgegennahme von solchen Verdachtsmeldungen. Deshalb haben wir vorgeschlagen, dass die Bundesregierung baldmöglichst Klarheit über eine zuständige Behörde schaffen soll, beziehungsweise eine solche benennt, die Ansprechpartner für die Abschlussprüfer bei konkretem Verdacht auf kriminelle Handlungen ist. Damit diese Verdachtsmeldungen dann auch wirksam verfolgt werden können, müsste die BaFin mit hoheitlichen Rechten ausgestattet werden. Ich glaube, am Montag dieser Woche hat sich mein Chef, Herr Professor Naumann vom IDW, in der FAZ zu Wort gemeldet, mit dem Vorschlag, dass zumindest bei bandenmäßiger Kriminalität, wie im Fall Wirecard, auch darüber man nachdenken könnte, die Verfolgung nicht bei der BaFin, sondern dem Bundeskriminalamt zu übertragen, das auf solche Fälle wahrscheinlich eher vorbereitet ist und schneller reagieren könnte. und der BaFin dann die Finanzmarktaufsicht zu belassen. Mit diesen Vorschlägen komme ich dann auch zum Ende meines Vortrages und ich hoffe, ich habe nicht zu sehr überzogen und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Ja, danke Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kommilitonen. Das Thema die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers ist uns dadurch vorgegeben worden, als im Aktionsplan der Bundesregierung das Ziel ausgegeben ist, die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu stärken, und zwar durch zwei Instrumente. Durch eine Verkürzung der externen Zwangsrotation auf zehn Jahre und durch eine Nachschärfung der Grenze zwischen den zulässigen und den unzulässigen sogenannten Nichtprüfungsleistungen. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist die, ob das bestehende Rahmenwerk für die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers nachgesteuert werden muss, ob es ergänzt werden muss, verbessert werden muss und wo, oder aber ob der Schwerpunkt der Mängel gar nicht bei der Unabhängigkeit oder Abhängigkeit des Abschlussprüfers liegt, sondern an ganz anderer Stelle. Ich möchte Ihnen dies in vier Abteilungen vorstellen. Und zwar möchte ich zunächst einen kurzen Blick werfen auf die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers und seine gesetzlichen Grundlagen. In der zweiten Abteilung möchte ich die Absicherung der Unabhängigkeit kurz vorstellen, um dann in der dritten Abteilung mich der Frage zuzuwenden, ob denn das Unabhängigkeitspostulat effektiv schon abgesichert ist oder nicht, um dann im vierten zu zeigen, was eventuell eine Regelungsalternative sein könnte. Also zunächst ein kurzer Blick auf die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers ist eine zentrale Anforderung an ihn als Angehörigen des Berufes der Wirtschaftsprüfer, geregelt in § 43 der Wirtschaftsprüfungsverordnung, wonach die Wirtschaftsprüfer keine Bindungen eingehen dürfen, die ihre berufliche Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen oder beeinträchtigen können. Sie haben ihre persönliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit gegenüber jedermann zu wahren, ein heerer, gewaltiger und eigentlich sofort einsehbarer Grundsatz. Das ist noch eingebunden in weitere Vorgaben für die Berufsausübung in dieser Bestimmung und steht in engem Zusammenhang mit einem anderen uns Juristen wohlbekannten Begriff, nämlich dem der Befangenheit und dem der Besorgnis der Befangenheit. Der Wirtschaftsprüfer, der befangen ist oder diese besorgen das weg, erweckt damit den Eindruck, nicht unabhängig zu sein, also eine enge Verkoppelung. Dort, wo der Wirtschaftsprüfer abhängig ist, darf er seinen Beruf, so ein bestimmtes § 49 der Wirtschaftsprüfungsordnung, nicht ausüben. Für den Wirtschaftsprüfer in seiner Funktion als Abschlussprüfer sieht das Gesetz nun erstens Verschärfungen gegenüber den allgemeinen Berufspflichten vor und zum Zweiten auch Konkretisierungen. Die Konkretisierungen liegen im Handelsgesetzbuch und hier im § 319 Absatz 2 HGB mit der Generalklausel, wonach ein Wirtschaftsprüfer als Abschlussprüfer ausgeschlossen ist, wenn Gründe, insbesondere Beziehungen geschäftlicher, finanzieller oder persönlicher Art vorliegen, nach denen die Befangenheit besteht. Also nach vorne Verlagerung von der tatsächlichen Befangenheit zur Besorgnis der Befangenheit und dieser Grundsatz ist dann konkretisiert in den Bestimmungen der § 319 Absatz 3 und 4 HGB und in § 319a für die Unternehmen von öffentlichem Interesse. Die Bedeutung, die der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers für die Abschlussprüfung und darüber hinaus zukommt, hat der europäische Gesetzgeber in den Erwägungsgründen zur Abschlussprüfungsverordnung, wie ich meine, sehr schön kaskadenartig uns vor Augen geführt. Es geht um die Verlässlichkeitsgewehr für die Rechnungslegung bei der Tätigkeit des Abschlussprüfers. Diese Verlässlichkeit ist die Grundlage für das Vertrauen der Abschlussadressaten, insbesondere der Kapitalanleger auf den Kapitalmärkten. Ein hinreichendes und berechtigtes Vertrauen der Kapitalanleger ist das Fundament funktionierender Kapitalmärkte und funktionierende Kapitalmärkte sind die Voraussetzung für prosperierende Volkswirtschaften, also in der EU, für den prosperierenden EU-Binnenmarkt. Danach ist also die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers von fundamentaler Bedeutung. Das lässt sich in einem kurzen Satz zusammenfassen. Ein abhängiger Prüfer, der befangen ist oder seine Befangenheit besorgen lässt, verdient kein Adressatenvertrauen. Er ist nicht der Funktionsträger im Kapitalmarktrecht, wie sich das der Gesetzgeber vorgestellt hat. Wegen dieser fundamentalen Bedeutung, die der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zukommt, ist diese Unabhängigkeit ganz enorm in den verschiedenen Gesetzen, Berufssatzungen und Richtlinien für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer und die Ausübung der Abschlussprüfertätigkeit niedergelegt. Deshalb nur ein ganz kurzer Überblick. Wir haben zum einen institutionelle Absicherungsmechanismen für den einzelnen Wirtschaftsprüfer, für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und gesteigerte für die Abschlussprüfer in Unternehmen von öffentlichem Interesse. Wir haben dann die Absicherung der Unabhängigkeit schon bei der Bestellung des Prüfers für die Aufgabe als Abschlussprüfer. Da haben wir eine Entscheidung des Landgerichts Köln aus dem Jahre 1992, nee, 1991, wonach der Abschlussprüfer von sich aus verpflichtet ist, zu offenbaren, falls ein Ausschlussgrund in seiner Person vorliegen sollte, also falls er abhängig sein sollte oder die Besorgnis der Befangenheit besteht. Dann sind natürlich absicherende Mechanismen die Möglichkeit der gerichtlichen Ersatzbestellung und durch den Bundesgerichtshof angeschärft daneben noch die Möglichkeit, den Bestellungsbeschluss der Hauptversammlung anfechten zu können bei Besorgnis der Befangenheit. Die frühere Empfehlung im deutschen Corporate Governance Codex, wonach der Abschlussprüfer oder derjenige, der als Abschlussprüfer vorgeschlagen werden soll, vom Aufsichtsrat vorgeschlagen wird, der Hauptversammlung, solle er eine Erklärung darüber abgeben, dass er unabhängig ist. Diese sehr vernünftige Empfehlung des deutschen Corporate Governance Alterfassung ist unter der Leitung eines ehemaligen Wirtschaftsprüfers in der neuen Fassung nicht mehr zu finden. Ich sehe das als ein Redaktionsversehen und keine böse Tat. Wir haben dann weitere Mechanismen, nämlich Absicherung während der Prüfungsdurchführung und hier das Wichtigste, die Schlusserklärung des Abschlussprüfer im Prüfungsbericht an den Aufsichtsrat nach § 321 Absatz 4a HGB, das den Aufsichtsrat bzw. den Prüfungsausschuss in die Lage versetzen soll, seiner Aufgabe nach § 108 Absatz 3 Satz 2 des Aktiengesetzes nachzukommen, nämlich die Tätigkeit des Abschlussprüfers seinerseits zu prüfen, insbesondere mit Blick auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Dann sind es noch weitere Punkte, die ich hier nicht ausführen möchte. Ein zentraler Punkt ist die Absicherung der Prüferunabhängigkeit bei Nichtprüfungsleistungen in Unternehmen von öffentlichem Interesse. Es ist klar, wenn der Abschlussprüfer neben seiner Prüfungstätigkeit noch eine andere Tätigkeit ausübt, dann kriegt er aus zwei Quellen Geld. Und da hat sich in der Praxis herausgestellt, dass man für die Abschlussprüfung ganz wenig kriegt. Das ist aber nicht weiter schlimm, wenn man nebenbei noch Nichtprüfungsleistungen erbringt, dann haben wir eine saubere Quersubventionierung. Und das wiederum hat dazu geführt, dass in der Praxis insbesondere die Einkaufsabteilungen der zu prüfenden Unternehmen von den Aufsichtsräten erwarten, dass sie die Abschlussprüfung zu billigsten Bedingungen bekommen. Das ist vielleicht ungesund und vielleicht auch ein Ansatzpunkt für Reformmaßnahmen. In den Augen Außenstehender könnte da allzu leicht der Eindruck entstehen, es werde sich der Abschlussprüfer durch die Übernahme des Prüfungsmandates gleichzeitig den Zutritt zu Nichtprüfungsleistungen durch gute Finanzbedingungen erkaufen. Der europäische Gesetzgeber hat dieses Problem aufgegriffen und minutiös gelöst in Artikel 5 der Abschlussprüferverordnung danach, dass er erstens eine Liste von verbotenen Nichtprüfungsleistungen aufgestellt hat, die sogenannte Blacklist, und daneben noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten von Nichtprüfungsleistungen zusammengestellt hat, die dann erlaubt sind, aber nur durchgeführt werden dürfen, wenn der Prüfungsausschuss vorher den Abschluss dieses Vertrages über die Nichtprüfungsleistungen billigt. Und hier ist ein Staatenwahlrecht angelegt, das die Bundesrepublik Deutschland wahrgenommen hatte, nämlich im § 319a HGB, in dem insbesondere die Steuerberaterleistungen nicht verboten sind, nicht auf der Blacklist stehen, sondern mit der Billigung des Prüfungsausschusses tatsächlich vorgenommen werden können. Und wenn Sie sich mal die Abschlüsse von den großen, dem Big Four ansehen, da werden Sie sehen, dass die Erträge aus der Steuerberatung ganz enorm sind, insbesondere im Vergleich zu denen zur Abschlussprüfung. Die Unabhängigkeit hat dann in der Abschlussprüferverordnung für die Unternehmen von öffentlichem Interesse noch einen besonderen Niederschlag gefunden, im Jahresbericht des Abschlussprüfers an den Prüfungsausschuss zu seiner eigenen Unabhängigkeit. Soweit dazu. Jetzt noch ein ganz kurzer Blick auf die Sanktionen mit Präventivwirkung. Da ist viel Strafbarkeit, da ist viel Bußgeld. Nach Ordnungswidrigkeitenrecht dabei ist die Schadenersatzpflicht gegenüber dem geprüften Unternehmen mit der von meinem verehrten Freund und Kollegen Hauptqualifizierten Äußerung, das ist ja lächerlich. Das geht jetzt auch hoch auf 20 Millionen, aber das ist auch versicherbar. Da ist die Frage, ob das wirklich so viel bringt. Der letzte Punkt, meine Damen und Herren, ist ein ganz enormes System, schon in dem Vorreferat angesprochen, der Qualitätskontrolle der Abschlussprüfung. Wir haben hier das prüferinterne Qualitätssicherungssystem. Wir haben die externe Qualitätskontrolle nach § 57 AWPO, der sogenannte Peer Review. Wir haben bei Unternehmen vom öffentlichen Interesse die auftragsbegleitende Qualitätssicherungsprüfung. Und schließlich haben wir nach Artikel 26 noch die Möglichkeit, der Externe Inspektion auf Veranlassung der Abschlussprüferaufsichtstelle APAS. Also ein ganzes Bouquet von Sicherungssystemen, die hier vorgegeben sind. Und in jedem dieser einzelnen Elemente dieses Sicherungssystems spielt die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers eine wichtige Rolle. Damit komme ich zu der Frage zur Effektivität des Unabhängigkeitspostulats. Ist das wirklich effektiv? Schauen wir noch mal rein. Was haben wir im geltenden Recht? Die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers ist umfassend und vielfältig geschützt. Für einzelne Gefährdungen konkretisiert, gegen naheliegende Gefährdungen vor allem bei Nichtprüfungsleistungen abgesichert und durch umfassende Überwachungen und Kontrollen gestärkt, durch den Prüfungsausschuss, durch Prüferinterne Qualitätskontrollen und durch Prüferexterne Qualitätskontrollen zusätzlich. Also ein ganzes Bouquet. Und so stellt sich die Frage, ist das nicht viel zu viel? Führt das nicht wegen der Überregulierung dazu, dass eben ein bloßes blindes Box-Ticking stattfindet mit der Folge, dass die Ergebnisse, die man damit haben will, eine qualitätsvolle Prüfung durch einen unabhängigen Abschlussprüfer in Wirklichkeit derläuft? Schauen wir zunächst auf die Abschlussprüfer. Meine Damen und Herren, im Zentrum steht die Befangenheit und die Besorgnis der Befangenheit. Das ist überhaupt gar kein Problem. Der Gedanke der kritischen Grundhaltung, eben angesprochen, runtergebrochen auf die Gefahr einer Abhängigkeit, ist für den Wirtschaftsprüfer nach meinem Eindruck eine so blanke Selbstverständlichkeit, weil sie ihm schon in der praktischen Prüferausbildung eingebläut worden ist, dass da von einem bloßen Box-Ticking wohl ernsthaft keine Rede sein kann. Und auch was den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats angeht, so ist er mit der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers eigentlich nicht schwer herausgefordert. Denn erstens, er weiß ganz, jeder Prüfungsausschuss weiß, dass die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers eine zentrale Beobachtungsaufgabe und Prüfungsaufgabe ist. Er hat insbesondere in Unternehmens- und öffentlichem Interesse die Konfrontation bei der Billigung der Nichtprüfungsleistungen, führt die Genehmigung dazu, dass der Abschlussprüfer in die Gefahr hineinläuft, nicht mehr unabhängig zu sein. Das ist nach meinem Eindruck auch eine bare Selbstverständlichkeit in der Aufsichtsratspraxis. Und schließlich erlebt ja der Prüfungsausschuss den Abschlussprüfer in den Gesprächen während der Durchführung der Abschlussprüfung und im Schlussgespräch und kann sich dazu ein sehr gutes Bild machen, ist der eigentlich unabhängig oder ist der nicht unabhängig. Ich glaube, wir können zum Ergebnis kommen, es gibt in aller Regel keine Ineffektivität des Regulierungsrahmens zur Prüferunabhängigkeit, weder beim Abschlussprüfer noch beim Prüfungsausschuss. Vielleicht sieht es bei den Akteuren der Qualitätssicherungssysteme ein bisschen anders aus, aber da bräuchten wir Feldstudien. Kurzum, das ist nicht das Problem. Wie sieht es dann bei Wirecard aus? Meine Damen und Herren, packen wir doch gleich die Sache dort an, wo der Gesetzgeber sie hinpacken will. Und hier wissen wir, er will da wirklich hinpacken, seitdem wir gestern den Referentenentwurf, den ersten Entwurf für einen Referentenentwurf in Berlin auf den Stufen eines Ministeriums gefunden haben. Das ist hier der übliche Weg, wie man solche Absichten auf den Weg bringt. Und hier ist Folgendes zu sagen. Was die Zwangsrotation angeht, so ist hier von Wirecard überhaupt kein Erfahrungspotenzial verfügbar, weil nämlich eine Abhängigkeit wegen zu langer Prüfung schon deshalb nicht festgestellt werden konnte, weil das Prüfungsunternehmen E&Y überhaupt keine zehn Jahre geprüft hat. Es ist also deutlich weniger geprüft worden in der Zeit. Also da kann das Problem nicht liegen. Und was die Nichtprüfungsleistungen angeht, und hier hat jetzt der Gesetzgeber die Katze aus dem Sack oder will, wollen die Ministerien die Katze aus dem Sack lassen, nämlich es soll das Privileg, dass die Steuerberatungsleistungen nicht zur Blacklist gehören, zurückgenommen werden durch Streichung des Paragrafen 319a HGB. Aber auch das ist nicht durch Wirecard veranlasst. Denn soweit wir wissen, dazu haben wir leider im ersten Referat nichts gehört, soweit wir wissen, sind Nichtprüfungsleistungen von E&Y bei Wirecard in minimalstem Umfang nur erbracht worden. Auch da kann die Abhängigkeit schlechterdings nicht gefasst worden sein. Sodass man sich nicht ganz des Eindrucks erwehren kann, hier habe die Ministerialbürokratie den Wirtschaftsprüfer mal richtig einen auswischen wollen. Das ist etwas schwierig, denn darüber hat man ja lange geredet, um die Öffnungen in Brüssel durchsetzen zu können, die dann der deutsche Gesetzgeber in der Umsetzung ausgenutzt hat. Und eigentlich sind neue Argumente nicht auf dem Tisch zu dieser Frage. Jetzt deshalb die Frage, wo liegt das Problem? Meine Damen und Herren, das Problem liegt bei der kritischen Grundhaltung. Kritische Grundhaltung eines Abschlussprüfers in Deutschland ist die kritische Grundhaltung dessen, der mit dem Unternehmen aufs engste verbunden ist. Er muss sich das Geschäftsmodell erschließen, um überhaupt prüfen zu können. Und er steht im ständigen Austausch mit sowohl dem Finanzchef als auch mit dem Prüfungsausschuss und ist damit mental so ein Teil des Unternehmens. Er ist zwar, das wissen wir, da haben wir ja lange drüber rumgeredet, er ist kein Organ des Unternehmens. Das ist klarer Fall, das ist er nicht, aber er ist doch in die Prozesse des Unternehmens, wenn auch nur als Beobachter und Begleiter, aber er ist mit eingebunden in die Prozesse. Und wem ich in dieser Weise eingebunden bin, dem begegne ich natürlich mit Respekt. Ich unterstelle nicht meinem Gegenüber, dem CF oder anderen, dass das verkappte Verbrecher sein könnten, Betrüger. Das geht nicht. Und Sie haben es völlig auf den Punkt gebracht, diese kritische Grundhaltung langt nicht aus, um Betrüger zu packen. Betrüger müssen sie mit Misstrauen packen oder wie das Franz Klein, der österreichische große Gesellschaftsrechtler, vor mehr als 100 Jahren gesagt hat, es muss mit der klärrenden Schärfe eines preußischen Oberstaatsanwalts vorgegangen werden. Dann haben Sie die Sachen an der Hacke. So, und vor dem Hintergrund meine ich, das Problem liegt darin, wann wechseln wir bei der Prüfung von der kritischen Grundhaltung rüber in die misstrauische Haltung. Und das können Sie schlechterdings nicht von demjenigen sofort erwarten, der mit der Abschlussprüfung betraut ist. Gut, es gibt dann Fälle, wo man das so entdecken kann, wo man nachhakt. Aber der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber hat ja selber das in Artikel 7 zum Ausdruck gebracht. Er sagt nämlich, erst einmal informierst du die Gremien, das Corporate Governance System, Vorstand und Aufsichtsrat, was du entdeckt hast. Und dann wollen wir mal sehen, ob die was tun. Und wenn sie nichts tun, dann musst du die öffentlich-rechtlichen Stellen informieren. Das heißt also, da ist so ein bisschen noch von diesem System drin, was die Engländer so wunderbar beschrieben haben, dass der Prüfer Watchdog but not Bloodhound ist. Also ist Wachhund, aber kein Bluthund. Und Bluthund ist das, was bei Betrug völlig ist. Wir sind hier im Grunde genommen in einem Feld, in einem Aktionsfeld, das aus ganz anderen Kontexten uns bekannt ist, nämlich aus dem Kontext der Präventivkriminalistik und jeder Kriminalprävention. Und da muss man mit ganz anderen Instrumenten rangehen. Und wenn man das von hinten her aufzieht, so wie das hier der Entwurf macht, dann kann das eigentlich nicht richtig funktionieren. Wir brauchen vorne, vorne bei der Abschlussprüfung einen anderen Ansatz, wenn die Gefahr besteht, wenn der Verdacht besteht, dass da solche Bilanzmanipulationen mit betrügerischem Inhalt stattgefunden haben, dass wir da umschalten können. Ich habe andernorts, und das will ich Ihnen jetzt hier nicht im Einzelnen vortragen, im Betriebsberater vor kurzem vorgeschlagen, Wir brauchen dann den Advocatus Diaboli und den brauchen wir gleich bei jeder Prüfung als Zweitprüfung. Man kann auch sagen, naja, vielleicht nur im ersten Börsenagment, aber das mag die Diskussion bringen. Aber wir brauchen den Abschlussprüfer, weil er nämlich eine alte katholische Weisheit trägt. Eine Entscheidung ist nur dann fundiert, wenn diejenigen, die für eine bestimmte Entscheidung sind, durch das Feuerbad der Gegenargumente gelaufen sind. Wir brauchen also einen Träger der Gegenargumentation. Und das scheint mir noch in diesem Entwurf zu fehlen. Denn das, was hier für die zweite Säule der Reform für die Abschlussprüfung vorgeschlagen wurde, ist schlechterdings ein Schlag ins Wasser. Da lag und liegt das Problem wahrhaft nicht. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich habe sehr herzlich zu danken für drei hervorragende Referate, die die Baustellen und Schwachpunkte der Corporate Governance, der Abschlussprüfung und ihre Rolle im Zusammenhang mit dem Wirecard-Fall, denke ich, sehr schön aufgezeigt haben. Wir sind ein wenig über der Zeit, deswegen verzichte ich auf nähere Ausführungen zu den Referaten. Aber ich glaube, man kann sagen, dass Klaus Hoppt aufgezeigt hat, dass signifikante Corporate Governance-Mängel zu verzeichnen sind. Das mag eine allgemeine Feststellung sein, aber jedenfalls eine Feststellung, die die Corporate Governance von Wirecard zutrifft. Man kann umgekehrt sagen, und da glaube ich, gebe ich Ihre Position, Herr Schneis, und vor allem Ihre Position, Herr Hommelhoff, richtig wider, dass Abschlussprüfung naturgemäß vor Herausforderungen und Schwierigkeiten steht, im Zusammenhang mit Fraud Detection, die einfach die Möglichkeiten des Abschlussprüfers vor eine Probe stellen und möglicherweise gar nicht zu bewältigen sind. Jedenfalls kann man sagen, Herr Hommelhoff, dass das Thema Unabhängigkeit des Abschlussprüfers im Falle Wirecard keine dominierende Rolle gespielt hat. Wir möchten trotzdem noch Gelegenheit geben, obwohl die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, Fragen zu stellen. Wie gesagt, hier aus dem Präsenzpublikum, aber natürlich auch über das Internet. Rüdiger, hast du dich gemeldet? Dann hättest du sozusagen das Privileg des ersten Fragestellers. Ganz wunderbar, ich breche mal das Eis. Und zwar beginne ich mit einem sehr herzlichen Dank für drei sehr informative, klare Vorträge und auch meinungsstarke Vorträge. Mein Eindruck ist, dass das Bilanzrecht und das Recht der Abschlussprüfung, was das Thema Fraud anlangt, Bilanzmanipulation anlangt, schon durchaus entwickelt ist. Also das Bilanzrecht und Abschlussprüfungsrecht geht mit dem Thema um und hat Regelungen dazu gefunden, während das Gesellschaftsrecht und das Kapitalmarktrecht das bislang noch nicht getan hat. Das Gesellschaftsrecht beschränkt sich auf dem Paragrafen 76 Aktiengesetz und darin lesen wir, dass der Vorstand verpflichtet ist, ein Compliance-System einzurichten. Alles andere ist Auslegungsfrage und das machen wir natürlich auch in den Kommentaren, die Auslegung. Mein Eindruck ist aber, und da möchte ich dann doch auf die Forderung von Klaus Hopp zurückkommen, dass das möglicherweise für die kapitalmarktorientierten Gesellschaften nicht ausreicht und dass wir dort auch ausdifferenziertere Compliance-Regelungen benötigen und die sollten dann in der Tat, glaube ich, ins Kapitalmarktrecht eingeführt werden. Das hätte dann eben auch den Vorteil, dass sie der Aufsicht durch die nationale Aufsichtsbehörde unterliegen. Also so gesehen große Sympathie für die Regelungsvorschläge von Klaus Hopp. Bei der Abschlussprüfung habe ich viel dazu gelernt. Mein Eindruck ist, dass die Abschlussprüfung doch auch Fraud adressieren kann und forensisch werden kann, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. It depends very much on. Also es kommt auf diese roten Flaggen an und da habe ich mich gefragt, welche Rolle kann künstliche Intelligenz spielen? Sie haben, Herr Schneis, davon gesprochen, dass digitale Programme da schon eingesetzt werden. Es gibt externe Dienstleister, die sich damit beschäftigen. Offenbar externe Dienstleister der Abschlussprüfer. Inwiefern sind das schlicht Softwareprogramme, so wie Sie an der Universität als Plagiatssoftwareprogramme benutzen oder gibt es da auch schon wirklich echte, lernende, computergestützte Unterstützung für den Abschlussprüfer? Steckt das noch in den Kinderschuhen oder ist das schon richtig entwickelt? Das wäre meine Frage. Nochmals vielen Dank. Ja, vielen Dank, Rüdiger. Ich gebe gleich Ihnen, Herr Schneis, glaube ich, Sie sind vor allem der angesprochene Gelegenheit zu antworten. Das ist eine sehr schwierige Frage, muss ich dazu sagen. Also, wir hatten uns unterhalten im Institut mit Forensikexperten vor einiger Zeit, die uns gesagt haben, dass das Thema KI auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und inwieweit das schon ausentwickelt oder so weit entwickelt ist, dass das tatsächlich auch schon in der Praxis zu signifikanten Verbesserungen, sage ich mal, von vielleicht Feststellungen von Auffälligkeiten beispielsweise. Wenn man im Rahmen des Risk Assessment den gesamten Buchungsstoff einmal durchwälzt, dann ist ja die Frage, nach welchen Auffälligkeiten suche ich eigentlich? Nach denen der Vergangenheit? Oder muss ich nicht auch schauen, was im Grunde künftige Risiken sind? Und da kann eine lernende Software helfen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie weit Herr Hommelhoff dazu etwas sagen, wie weit da die großen Gesellschaften schon vorangeschritten sind. Also, ich weiß, dass Sie alle daran arbeiten, aber noch nicht, wie weit es da gediehen ist. Ich kann Ihnen dazu leider auch nichts sagen. Ich hatte gehofft, dass Sie mir was sagen können, wie weit Sie mit Ihren Überlegungen sind. Denn immerhin gibt es ja einen Prüfungsstandard, Frau Ford, beim IDW. Und wie ich einen jüngsten Artikel von Herrn Naumann und Frau Sack genommen habe, arbeitet man im IDW gerade daran, dieses Instrumentarium, das für solche Prüfungen verfügbar sein muss, jetzt weiter zu vervollkommen. Ich halte das für unbedingt notwendig. Man wird es wahrscheinlich machen müssen, zusammen mit den Leuten, die, also nicht nur mit den Rechnungslegungsspezialisten, sondern auch mit denjenigen, die den Tätertyp Betrüger kennen. Der Betrüger hat ja einen ganz bestimmten Auftritt. Da haben die Kriminalisten sicherlich auch ein großes Erfahrungspotenzial einzubringen. Wie überhaupt ich meine, dass wir bei diesem Umschwung von der kritischen Grundhaltung, Normalhaltung des Prüfers, dann auf jene Situation, wo ich mit Misstrauen rangehen muss, das ist eine verhaltenswissenschaftliche Herausforderung, zu fragen, welche Bedingungen brauche ich dafür, um diesen Switch hinzukriegen. Das muss ja nicht das Switch in derselben Person sein, sondern es kann nur sein, dass einer sagt, jetzt komme ich mit meiner kritischen Grundhaltung als Prüfer nicht mehr hin. Ich bin aber in Anführungschen befangen, jetzt mich als Misstrauischer darzustellen, dazu bin ich mit dem Unternehmen viel zu sehr verwoben. Aber er muss die Freiheit haben, und das ist eine verhaltenswissenschaftliche Herausforderung, zu sagen, jetzt gebe ich ab. Vielen Dank, Herr Hommelhoff, für die Ergänzung. Darfst du nichts sagen, gibt es Fragen aus dem Netz? Klarhold würde gerne eine Frage stellen. Ja, Herr Klarhold, sehr gerne. Ja, also zunächst mal ganz herzlichen Dank von meiner Seite, auch sehr, sehr spannende Vorträge. Meine Frage geht so ein bisschen in die Haftungsrichtung, denn wir sind uns ja einig, dass zumindest das, was bei Wirecard passiert ist, soweit wir es erkennen können, auf kriminelle Energie zurückgeht und damit eben nicht, sagen wir mal, mit allgemeinen Management-Systemen, Compliance-Management-Systemen ohne weiteres verhindert werden kann. Insofern die Frage, auch jetzt vor dem Hintergrund der Diskussion um das Verbrann-Sanktionen-Gesetz, vielleicht am ehesten an einem Hotter, aber natürlich insgesamt ans Gremium, wie sehen Sie sozusagen die Frage, müssen wir, was die Haftungsregelungen angeht, eher ansetzen bei der Haftung des Unternehmens, Stichwort Unternehmensstrafrecht und weitere Beschärfungen dort, oder müssen wir eigentlich die Verantwortung des Individuums, der ja doch letzten Endes, oder das ja doch letzten Endes, die einzelnen Taten dann verhübt, das Unternehmen selbst kann nicht handeln, das wir dort ansetzen. Wie würden Sie das sehen aus Ihrer Perspektive? Vielen Dank. Ja, da kann ich gleich dazu was sagen. Die Frage dieses Verband-Sanktionen-Gesetzes, da kann man viel darüber diskutieren. Ob man wirklich das alles an dem Unternehmen festmacht, ich habe da meine Zweifel, es gibt eine ähnliche Diskussion und Entwicklung, was den Konzern angeht, wo der Europäische Gerichtshof und zunehmend auch die Europäische Kommission eigentlich die Unternehmen, den Konzern, die Mutter in Angriff nehmen will, ohne Rücksicht darauf, ob da Organisationspflichten verletzt sind oder nicht. Das ist ein weites Feld. Speziell zur Haftung würde ich meinen, dass wir in Deutschland mit dem 7693 für die normalen Aktiengesellschaften, 116 noch dazu für den Aufsichtsrat, eigentlich eine starke Möglichkeit haben. Und früher war das tatsächlich so, das war ein Papiernorm, aber seit der Finanzkrise hat man da wirklich zugegriffen. Und ich glaube, dass man bei der Finanzkrise bei den Banken tatsächlich aufgeräumt hat, sodass ich nicht glaube, dass man da irgendetwas gesetzgeberisch verändern muss. Es kommt darauf an, dass man das sinnvoll anwendet. Herr Hommelhoff, gerne. Vielleicht ergänzend aus dem vorliegenden Referentenentwurf. Er zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass die Schwelle von zwei beziehungsweise vier Millionen hochgesetzt wird, auch bis zu 20 Millionen, sondern er zeichnet sich dadurch aus, dass er bereits die Schwelle nicht mehr greifen lässt, wenn ein grob fahrlässiger Vorwurf erhoben wird, also das ist natürlich eine ganz enorme Verschärfung. Und dann, wenn ich es richtig im schnellen Durchblick gesehen habe, wird eine Haftung begründet für die Gesellschaft, für die Prüfungsgesellschaft, wenn ein Organmitglied daneben greift und meistens unterschreibt ja ein Organmitglied mit auf dem Testat, sodass also da die Gesellschaft mit dran ist und ist es eine besondere Bestimmung enthalten für grob fahrlässiges Verhalten von sonstigen in die Prüfung eingebundenen Mitarbeitern, sofern sich die Gesellschaft das zurechnen lassen muss. Also wir gehen da Gott sei Dank nicht so weit wie im Verbandssanktionsgesetz, aber auch das wird sicherlich noch einige Probleme zur Folge haben. Was natürlich überhaupt nicht behandelt ist und das ist ja der Knüller bei Wirecard, nämlich die Ansprüche der dupierten Anleger. Die haben ja den Riesenschaden erlitten und da hätte man sich vielleicht dann doch gewünscht, dass man darüber nochmal nachdenken kann, wenn jetzt eine große Reform ansteht. Ja, herzlichen Dank, Herr Hommelhoff, für diese Ergänzung, die ja schon einstimmt auf Ihr Referat, Frau Pölzik. Es war ja eine erste Information darüber, was zu erwarten ist. Mal schauen, ob sich Ihre Reformvorschläge damit decken, aber das werden wir erst nach der Pause sehen. Ich habe Herrn Griguleit noch als Diskutanten hier notiert und Herr Albrecht, Sie haben auch noch jemand? Okay. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die wunderbaren Vorträge. Ich habe zwei Aspekte, die ich an Sie herantragen möchte, vor allem an Sie, Herr Haupt und an Sie, Herr Schneis. Es sind zwei Fragen, die wir uns stellen, wenn wir Wirecard ansehen, nämlich die eine lautet, wieso hat der Markt nicht reagiert angesichts einiger verhältnismäßig offenkundiger Anzeichen? Die Frage geht jetzt ganz konkret an Sie, Herr Haupt. Sie haben eingangs Ihres Vortrags dargestellt, welche Anomalien bereits in der äußeren Organisation bei Wirecard zu beanstanden waren. Sie haben gesagt, die Governance war nicht in Ordnung. Sie haben dann nachher eine ganze Reihe von verfahrensmäßigen Governance-Vorschlägen gemacht zur Verbesserung, die eben im Wesentlichen das verstärken, was Sie als bereits nicht eingehaltene Vorgaben eingangs beklagt haben. Frage also, warum reagiert der Markt nicht auf Anomalien? Ist es vielleicht doch so, dass die verfahrensmäßigen Vorkehrungen, die Sie vorschlagen und die bereits beanstandet worden sind, dass die vielleicht gar nicht so wahnsinnig relevant sein können, jedenfalls vom Markt nicht bewertet werden? Herr Schneis, Sie haben über Red Flags gesprochen und da würde mich jetzt doch interessieren, etwas konkreter bezogen auf Wirecard. Wir haben im Eingangsvortrag andeutungsweise so ein paar Themen gehört, fingierte Abschlüsse. Wir haben über die Deckungslücke in der Liquidität gesprochen von über 99 Prozent. Vielleicht könnten Sie da mal ganz grob sagen, vielleicht nicht unbedingt, welche Red Flags Sie sehen, aber können Sie sich vorstellen, dass so etwas ohne massive Red Flags über lange Zeit abgeht? Vielleicht ganz konkret, wie kann dieses Red Flag funktioniert oder nicht funktioniert haben im Hinblick auf Wirecard? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christoph. Zunächst Klaus Hopp, würde ich sagen. Ich hatte für den Fall, dass keine Diskussionsbeiträge kommen, mir auch eine ganz ähnliche Frage überlegt und würde die erste Frage, die Christoph Grigoleit gestellt hat, vielleicht noch verschärfen in Richtung Kodex. Wir haben ja wohl erhebliche Abweichungen der Corporate Governance gegenüber den Empfehlungen des Kodex. Und wenn Christoph Grigoleit fragt, warum reagiert der Markt nicht, möchte ich die Frage fortschwingen zu der Frage, zeigt das oder ist das nicht zugleich auch eine Bestätigung, dass das marktorientierte Modell des Kodex und der Entsprechungserklärung vielleicht doch an seine Grenzen stößt, dass der Markt also Corporate Governance Elemente noch nicht hinreichend wahrnimmt bei der Bewertung von Aktien? Ich glaube, dass die Kritik am Kodex an einzelnen Punkten in der Tat berechtigt ist. Im Grundansatz halte ich das für eine sehr marktfreundliche, subsidiaritätsorientierte Regelungsart, die sich übrigens nicht nur in Deutschland, sondern quer durch, international durchgesetzt hat. Vor der Versuchung, Dinge aus dem Kodex breitflächig ins Gesetz rüberzunehmen, würde ich eigentlich sehr warnen wollen, sondern man sollte gucken, dass man tatsächlich diese Abstufung beibehält. Das heißt nicht, dass man nicht punktuell was rübernehmen kann und der Gesetzgeber hat das, glaube ich, vier, fünf Mal auch schon gemacht und in den Vorschlägen, die ich vorgetragen habe, ist das ja auch verschiedentlich angeklungen, aber grundsätzlich hätte ich den Zweifel am Kodex nicht. Die Frage, warum der Markt nicht reagiert hat, das ist eine sehr berechtigte Frage, aber ich glaube, der Markt, der braucht bestimmte Anhaltspunkte, um zu reagieren und das stellt die generellere Frage nach Disclosure und Offenlegungspflichten und wenn das nicht ausreicht oder im Vorfeld, glaube ich, sind wir besser bedient, wenn wir mit Institutionen was anfangen, also reformieren, etwa Prüfungsausschuss, wie ich das im Einzelnen vorgetragen habe, dann, wenn da dann Unregelmäßigkeiten ersichtlich sind, dass man diese Organisation, dass man das nicht richtig beachtet, dann kann der Markt eingreifen, aber der Markt ohne entsprechende Anhaltspunkte kann nichts tun. Herr Schleich? Ja, also es ging die Frage nach den Red Flags. Zu dem Thema, ob jetzt bei Wirecard im konkreten Fall welche Red Flags vorgelegen haben, da fehlt mir persönlich jetzt die Kenntnis. Ich habe, oder wir vom EDW haben ja auch nur die öffentlich vorhandenen, das öffentlich vorhandene Wissen, was wir letztlich in den Zeitungen lesen. Allerdings, ich glaube, das ist mittlerweile auch Gemeinkonsens, dass Wirecard auf jeden Fall eine, über viele Jahre eine ausgeprägt schwache Corporate Governance Kultur hatte, sage ich mal. Es gab sehr lange keinen Prüfungsausschuss bei Wirecard, ich glaube bis zum Jahr 2017. Es gab dann hinterher einen Prüfungsausschuss, der dann vorgesessen wurde oder der Vorsitzer war, der Aufsichtsratsvorsitzende, was auch nicht so besonders gut ist für die Überwachungskultur. Selbst der Aufsichtsrat war sehr schwach besetzt, war lange Zeit mit, glaube ich, drei Personen besetzt und ganz am Ende dann wurden es fünf oder sechs Personen. Wirecard selber hat auch Abweichungen erklärt vom Corporate Governance Codex. Also das Ganze kann man, wenn man das mal zusammennimmt, schon als einen Red Flag ansehen. Das ist sicherlich, das kann man nicht bestreiten, aber die Frage ist, was bedeutet ein Red Flag? Ein Red Flag ist erstmal ein Warnsignal, das ein Risiko anzeigen kann, also ein Risikofaktor und es ist aber kein Verstoß, es ist kein nachgewiesenes Fraudereignis, sondern einfach Anlass für den Abschlussprüfer, dann darauf zu reagieren. Insbesondere, wenn weitere Red Flags dazukommen, also wenn sozusagen sich ein Bild zeigt, das ein insgesamt erhöhtes Fraudrisiko darstellt und dann muss der Prüfer darauf reagieren. Inwieweit das bei Wirecard geschehen ist, dazu kann ich nichts sagen. Ich gehe davon aus, dass entsprechende Spezialisten hinzugezogen worden sind, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Bestätigungsvermerk 2018 wurde darüber auch berichtet, in einem allgemeinen Hinweis, dass aufgrund eines Whistleblower-Ereignisses oder eines Whistleblower-Hinweises Untersuchungen vorgenommen worden sind. Die haben dann hinterher nicht dazu geführt, dass der Bestätigungsvermerk eingeschränkt worden ist, aber zumindest hat die Gesellschaft darauf reagiert. Ja, vielen Dank, Herr Schneis. Jetzt höre ich, wir haben noch eine Frage aus dem Netz. Professor Kersting hat noch eine Frage. Herr Kersting. Ja, vielen Dank. Christian Kersting hier. Herzlichen Dank für die spannenden Vorträge. Ich möchte auch noch mal das Haftungsthema aufgreifen. Rüdiger Pfeil hat am Anfang davon gesprochen, dass Vertrauen wiederhergestellt werden muss. Und Herr Hommelhoff hat zu Recht darauf hingewiesen, dass man auch die Anleger in den Blick nehmen muss. Und dann wurde noch gefragt, warum der Markt nicht reagiert. Mich treibt etwas um, dass in der Diskussion etwas zu kurz kommt und in dem Referentenentwurf auch, dass die BaFin hier völlig daneben gelegen hat und völlig falsche Signale in den Markt gegeben hat, in dem diejenigen, die den Skandal aufdecken wollten, auch noch verfolgt wurden. Das hat dazu geführt, dass Anleger gesagt haben, Mensch, der Kurs ist abgestürzt. Und die BaFin sagt, das sind kriminelle Aktivitäten. Es ist nichts dran, dass bei Wirecard etwas nicht in Ordnung ist. Da kann ich günstig kaufen. Und dass der Markt dann verwirrt ist, wundert mich nicht. In aller Kürze daher meine Frage, warum bemüht man sich nicht darum, um Vertrauen wiederherzustellen, vielleicht auch die BaFin in die Haftung zu nehmen. Das wird jetzt retrospektiv nicht möglich sein. Aber für die Zukunft sollte man sich überlegen, ob der Ausschluss der Staatshaftung in diesen Fällen wirklich gerechtfertigt ist und ob verlorenes Vertrauen nicht dadurch wiederhergestellt werden kann, dass der Staat sagt, wenn meine Mitarbeiter so schlecht arbeiten, dann trete ich auch in die Haftung ein, um den Finanzmarkt und den Finanzplatz Deutschland zu stärken. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kersting. Das Thema der Geschäfte von Mitarbeitern in Wirecard-Finanzinstrumenten haben Sie gar nicht adressiert. Könnte man bei der Gelegenheit auch noch erwähnen. Ich weiß nicht, wer sich jetzt berufen fühlt, dazu etwas zu sagen, weil das ja das Thema nicht als... Darf ich noch eine Bemerkung zu dem Beitrag von Herrn Hopp machen, also dem Diskussionsbeitrag. Das ist in der Tat eine hochspannende Frage, warum auf diese Summe von Signalen, die von Wirecard ausgegangen waren, mit der verkürzten Entsprechungserklärung, mit der Situation im Aufsichtsrat, das sind ja auch nur drei Aufsichtsratsmitglieder vorzeitig zurückgetreten, auch das war alles, warum ist er nicht reagiert worden? Das wäre doch eigentlich mal was Schönes für unsere Kapitalmarktforscher mit den bekannten institutionellen Investoren und Vermögensverwalt, der Lieber war ja gerade ja auch engagiert waren, einmal die Frage zu erörtern, warum sind die Signale nicht angekommen, warum hat das nicht zu Reaktionen geführt? Ich sage ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Das stellt sich genereller auch bei dem Compline-Explain-Mechanismus. Dazu gibt es mittlerweile eine Reihe von empirischen Untersuchungen, die allesamt nicht so richtig den Punkt treffen, aber es gibt immerhin einige, die sagen, die Reaktion auf die Abwechungserklärung ist nicht so, wie man sich das eigentlich erwartet. Das heißt, alleine das Vertrauen auf Compline-Explain reicht nicht aus und deswegen wiederum mein Plädoyer, man muss sehen, dass man auch institutionell im Aktienrecht, im Börsenrecht eingreift und natürlich eine Reform im Rahmen der Aufsicht, das ist ganz klar. Aber alleine der Markt, der macht es nicht. Ja, ganz herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Abteilung Corporate Governance und Abschlussprüfung angelangt. Danke noch einmal ganz herzlich den drei Referenten, aber auch den Diskutanten. Wir sind, ich habe es schon angekündigt, ein wenig über der Zeit. Das Programm sieht jetzt eine Pause vor von zehn Minuten. Ich würde vorschlagen, die sollten wir auch wahrnehmen, schon aus technischen, aber vielleicht auch fünf Minuten verkürzen. Also das ist ja eine Botschaft vor allem an das Netz. Also wir würden uns in fünf Minuten dann hier wiedersehen mit dem Referat von Ihnen, Frau Pölzig. Bis dahin, lassen Sie sich den Kaffee schmecken. Vielen Dank. 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 und geschrieben. Das Besondere an Wirecard aber ist, dass mögliches Fehlverhalten der Abschlussprüfer erstmals ein DAX-30-Unternehmen betrifft. Der Fall Wirecard wird daher nicht selten mit Enron auf eine Stufe gestellt. Enron, das Stichwort für einen der wohl größten US- amerikanischen Bilanzskandale, durch den ein Börsenwert von mehr als 60 Milliarden Euro vernichtet wurde und der mit der Auflösung der Prüfungsgesellschaft Arthur Anderson endete. Die damaligen Big Five wurden zu den heutigen Big Four. Es geht bei möglichen Reformen der Abschlussprüferhaftung also einerseits um das Vertrauen geschädigter Anleger, die auf wahre Informationen am Kapitalmarkt angewiesen sind und andererseits um die Sicherstellung der Abschlussprüfung. Es geht um nichts weniger als um die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes. Um beurteilen zu können, ob und inwieweit die Abschlussprüferhaftung börsennotierter Gesellschaften zu reformieren ist, ist zunächst ein kurzer Blick auf die geltende Rechtslage notwendig. Anschließend werde ich die maßgeblichen Leitplanken für ein Tätigwerden des Gesetzgebers darstellen und abschließend vor diesem Hintergrund Reformbedarf und Ansätze beleuchten. Zunächst also zur Haftung der Legelater. Die Haftung für Fehler bei der Abschlussprüfung und die Erteilung des Bestätigungsvermerks ist speziell geregelt in § 323 Absatz 1 Satz 3 HGB. Demnach haftet der Prüfer für schuldhafte Verstöße gegenüber der geprüften Gesellschaft und ihr verbundenen Unternehmen. Die Haftung für fahrlässiges Verhalten ist auf einen absoluten Höchstbetrag von einer Millionen Euro beziehungsweise bei der Prüfung börsennotierter Gesellschaften auf 4 Millionen Euro begrenzt. Der Fall Wirecard zeigt jedoch deutlich, Abschlussprüfer werden bei der Prüfung börsennotierter Gesellschaften nicht nur im Interesse der Gesellschaft, sondern als Informationsintermediäre auch im Interesse der Anleger und eines funktionsfähigen Kapitalmarktes tätig. Denn die Gesellschaften sind als Emittenten verpflichtet, ihren Jahresabschluss am Primärmarkt als Bestandteil des Prospekts und am Sekundärmarkt im Rahmen der rege Publizität zu veröffentlichen. Diesen Pflichten genügen die Emittenten jedoch nur mit einem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers nach § 322 HGB. Herr Homeroff hat die Frage bereits aufgeworfen, die sich in ganz besonderem Maße stellt, die Frage, ob und inwieweit Abschlussprüfer auch gegenüber den Anlegern zivilrechtlich haftbar sind. Eine spezielle kapitalmarktrechtliche Haftung gibt es nicht. So findet insbesondere die Prospekthaftung gemäß § 9 WPPG nach überwiegender Auffassung jedenfalls weder direkt noch analog Anwendung. Daher können Anleger, Selegelater sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt nur auf Grundlage des allgemeinen bürgerlichen Rechts gegen Abschlussprüfer vorgehen. Der BGH hält die Dritthaftung des Abschlussprüfers für schuldhaftes Verhalten, vor allem nach den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter für möglich, stellt aber strenge Anforderungen an die Einbeziehung Dritter in den Prüfungsauftrag. Grund für diese strengen Anforderungen ist der Wille des Gesetzgebers, der in § 323 HGB zum Ausdruck kommt, nämlich die Haftung der Abschlussprüfer zu beschränken. Diese gesetzgeberische Entscheidung soll nicht ohne weiteres durch Richterrecht unterlaufen werden. Eine Dritthaftung kommt derzeit daher nur in Betracht, wenn für den Abschlussprüfer erkennbar ist, dass er über die Prüfungsleistung hinaus eine besondere Leistung im Drittinteresse zu erbringen hat. Für den bloßen Bestätigungsvermerk als Ergebnis der Pflichtprüfung können Anleger daher weder am Primär- noch am Sekundärmarkt über den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter auf den Abschlussprüfer zugreifen. Im Schrifttum wird die Abschlussprüfer-Dritthaftung vor allem aber als Fall der Sachwalterhaftung gemäß § 311 Absatz 3 Satz 2 BGB eingeordnet. Allerdings ist auch diese in den Kapitalmarktfällen wenig aussichtsreich. Zwar ist das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers, wir haben es bereits gehört, mit Unabhängigkeit und Sachkunde verknüpft, weckt daher auch abstraktes Vertrauen bei den Anlegern. Das Gesetz verlangt aber mehr, nämlich die Inanspruchnahme von Vertrauen in besonderem Maße und damit einen irgendwie gearteten kommunikativen Akt. Der bloße Bestätigungsvermerk allein kann daher auch hier auf anonymen Kapitalmärkten zur Haftungsbegründung nicht genügen. Daher bleiben Anlegern letztlich nur deliktsrechtliche Ansprüche. Es geht hier um reine Vermögensschäden, dem Ersatz solcher sind bekanntermaßen enge Grenzen gesteckt. Im Wesentlichen kommt lediglich § 826 BGB in Betracht. Der setzt vorsätzliches, schädigendes, sittenwidriges Verhalten voraus. Zwar hat der BGH die Anforderung an Sittenwidrigkeit und Vorsatz vor dem Hintergrund der besonderen berufsrechtlichen Stellung der Abschlussprüfer aufgeweicht, lässt unter Umständen auch Gewissenlosigkeit genügen. Gleichwohl ist § 826 bisher aber nur in Ausnahmefällen auf die fehlerhafte Abschlussprüfung zur Anwendung gelangt. Das liegt letztlich oder nicht zuletzt auch daran, dass Anleger häufig die notwendige Kausalität zwischen der fehlerhaften Abschlussprüfung und der Anlageentscheidung nicht nachweisen konnten und der BGH Beweiserleichterung ablehnt. Damit lässt sich als Zwischenergebnis zur geltenden Rechtslage festhalten. Abschlussprüfer haften unbeschränkt gegenüber der Gesellschaft und auch Anlegern, allerdings nur bei Vorsatz. Für fahrlässige Pflichtverletzungen haften sie ausschließlich gegenüber der Gesellschaft und zwar beschränkt auf 4 Millionen Euro. Gegenüber Anlegern haften sie bei Fahrlässigkeit nicht. Im Fokus der Diskussion steht daher eine Verschärfung der Abschlussprüferhaftung für fahrlässiges Fehlverhalten. Dabei geht es erstens um die Abschaffung bzw. Erhöhung der genannten Haftungshöchstgrenzen und zweitens um die Ausweitung der Abschlussprüferhaftung auch gegenüber Anlegern. Um die Sinnhaftigkeit dieser diskutierten Verschärfung beurteilen zu können, sollen zunächst die Leitplanken für die Ausgestaltung der Abschlussprüferhaftung abgesteckt werden. Den rechtlichen Rahmen bildet in erster Linie das Europäische Unionsrecht. Orientierung bieten darüber hinaus ein rechtsvergleichender Blick und rechtsökonomische Hintergründe. Zunächst zur unionsrechtlichen Perspektive. Eine europäische Rechtsvereinheitlichung der Abschlussprüferhaftung steht bislang noch aus. Weder die Abschlussprüferverordnung noch die Richtlinie sehen eine besondere Haftungsregelung vor. Zwar hat die Europäische Kommission im Anschluss an die Studie von London Economics im Jahr 2006 eine europäische Regelung zunächst erwogen und auch schon eine Konsultation eingeleitet. Das Ergebnis war allerdings eine lediglich unverbindliche Empfehlung an die Mitgliedstaaten, und zwar die Haftung der Abschlussprüfer zu begrenzen, zum Beispiel durch eine Haftungshöchstgrenze. Die Kommission begründet ihre Empfehlung damit, dass eine unbeschränkte Haftung wegen der hohen Haftungsrisiken auf dem Kapitalmarkt und dem eingeschränkten Zugang zu Versicherungsschutz die Existenz der Prüfer gefährden würde. So wäre das Ausscheiden einer weiteren großen Prüfungsgesellschaft aus dem hochkonzentrierten Markt, nach Arthur Anderson, auch eine Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes, denn im Wesentlichen verfügen nur die Big Four über die notwendigen Kapazitäten, um börsennotierte Gesellschaften prüfen zu können. Zur Frage der Dritthaftung äußert sich die Kommission in der Empfehlung nicht, sondern verweist hierfür auf das jeweilige nationale Recht. Im europäischen Vergleich gilt das deutsche Recht als abschlussprüferfreundlich. Abschlussprüfer haften für fahrlässiges Verhalten in vielen anderen europäischen Rechtsordnungen, etwa in Frankreich, auch gegenüber Dritten und teilweise wie in Italien unbeschränkt. In vielen Rechtsordnungen des Common Law wird eine Dritthaftung hingegen grundsätzlich ähnlich restriktiv gehandhabt wie im deutschen Recht. Allerdings haften Wirtschaftsprüfer in den USA sowohl am Primärmarkt für fehlerhafte Testate in Prospekten als auch am Sekundärmarkt nach der Rule 10b5 für vorsätzliche und grob fahrlässige Falschdarstellungen. Der rechtsvergleichende Blick zeugt jedenfalls davon, dass sämtliche Haftungsmodelle von der unbeschränkten Haftung gegenüber Gesellschaft und Dritten bis hin zum Ausschluss der Dritthaftung und einer im übrigen beschränkten Haftung möglich sind. Während der zugegebenermaßen nur flüchtige Blick in das europäische Unionsrecht und in andere Rechtsordnungen damit noch relativ wenig Konkretes hervorbringt, kann vor allem die ökonomische Analyse weitere Hilfestellungen bieten. Denn gemäß dem Aktionsplan ist es das ausgesprochene Ziel möglicher Reformen der Haftung, die Qualität der Abschlussprüfung zu verbessern. Die Haftung wird demnach als Instrument der Verhaltenssteuerung betrachtet. Die richtigen Verhaltensanreize stellen sich aus rechtsökonomischer Perspektive durch Haftung ein, wenn der Adressat, also der Abschlussprüfer, mit den vollen Kosten der von ihm verursachten Schäden belastet wird. Auf den ersten Blick scheint es daher sinnvoll, die Haftungsschraube möglichst fest anzuziehen und Abschlussprüfer unbeschränkt, nicht nur gegenüber der Gesellschaft, sondern auch gegenüber Anlegern haften zu lassen. Dies wird vor allem damit begründet, dass eine lediglich einseitige Haftung gegenüber der Gesellschaft, wie nach geltendem Recht, die Gefahr asymmetrischer Sorgfaltsanreize birgt oder anders ausgedrückt die Zuneigung des Abschlussprüfers zur Gesellschaft fördert. Denn müssen Abschlussprüfer für fahrlässiges Fehlverhalten nur haften, wenn es sich zu Lasten der Gesellschaft auswirkt, droht aber keine Haftung, wenn es sich zu Lasten Dritter, insbesondere Anleger auswirkt. Dann, so wird befürchtet, tendieren Abschlussprüfer in Zweifelsfällen zu einer Prüfung, die sich zugunsten der Gesellschaft auswirkt, also zum Beispiel Testate oder externe Nachweise werden nicht eingefordert. Ein solches nach ökonomischen Grundsätzen durchaus rationales Verhalten wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass Abschlussprüfer bei zu genauer Prüfung Gefahr laufen, das Wohlwollen der Gesellschaft und damit künftige Prüfungs- und möglicherweise auch Beratungsaufträge zu verlieren. Zieht man die Haftungsschraube aber zu fest an, droht möglicherweise eine Übermaßhaftung. Denn damit die Haftung einen optimalen Sorgfaltsanreiz entfalten kann, muss sich der Umfang einer Schadensersatzpflicht bei rechtsökonomischer Betrachtung an der Höhe des gesamtwirtschaftlichen Schadens orientieren. Die Haftung knüpft aber an den individuellen Schaden der Anleger an. Der individuelle Schaden der Anleger ist jedoch bei fehlerhaften Kapitalmarktinformationen ein bloßer Umverteilungsschaden. Denn das Vermögen des Anlegers, der zu einem überhöhten Börsenpreis verkauft, wird auf einen anderen Anleger verschoben, nämlich auf den, der zu diesem Preis verkauft. Gesamtwirtschaftlich ist das ein Nullsummenspiel. Der gesamtwirtschaftliche Schaden, der entsteht, besteht vor allem darin, dass Anleger das Vertrauen in Abschlussprüfer verlieren und auf eigene Faust Informationen sammeln oder sich sogar vom Kapitalmarkt zurückziehen. Dieser Schaden ist allerdings kaum messbar. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der Schaden regelmäßig wohl unter der Summe aller Individualschäden liegt. Eine unbeschränkte Haftung für sämtliche Schäden der Gesellschaft und der Anleger würde den Abschlussprüfer daher mit Kosten belasten, die den gesamtwirtschaftlichen Schaden im Regelfall übersteigen dürfte und würde ihn daher zu unwirtschaftlichen Sorgfaltsmaßnahmen anreizen. Die punktgenaue Steuerung des Abschlussprüfers im Wege der zivilrechtlichen Haftung wird zudem dadurch erschwert, dass auch andere Mechanismen, etwa die aufsichts- und berufsrechtlichen Instrumente, aber auch drohende Reputationsschäden, den Anreiz zu einem sorgfältigen Verhalten nochmals verstärken. Abgeschwächt wiederum wird die Steuerungswirkung durch Haftung hingegen durch die Haftpflichtversicherung der Abschlussprüfer. Denn diese führt am Ende dazu, dass den Schaden im Versicherungsfall ein anderer trägt, nämlich die Versicherung. Der Gesetzgeber steht deshalb vor einer schwierigen Gratwanderung. Er muss die Abschlussprüferhaftung auf der einen Seite so gestalten, dass sie zum Ausgleich der einseitigen Haftung gegenüber der Gesellschaft einen ausreichenden Sorgfaltsanreiz setzt, ohne zugleich auf der anderen Seite exzessive Sorgfaltsanstrengungen herauszufordern. Mit diesen Leitplanken im Gepäck lassen sich nun die aktuellen Vorschläge zur Verschärfung der Abschlussprüferhaftung einordnen. Im Schrifttum wird nicht erst seit Wirecard, unter anderem von Herrn Hopp, aber auch von Herrn Helgert, die Haftung der Abschlussprüfer für fehlerhafte Kapitalmarktinformationen gegenüber Anlegern gefordert. Für eine solche Haftung spricht aus ökonomischer Sicht, dass sie die zuvor beschriebenen asymmetrischen Sorgfaltsanreize ausgleichen könnte. So sind auch Ratingagenturen seit 2013 nach Artikel 35a Ratingverordnung für grob fahrlässiges Fehlverhalten bei der Erstellung von Ratings nicht nur gegenüber dem Emittenten, sondern auch gegenüber Anlegern zum Schadensersatz verpflichtet. Ratingagenturen und Abschlussprüfer gleichen sich darin, dass sie als Informationsintermediäre jeweils eine öffentliche Funktion am Kapitalmarkt ausüben und als sogenannte Gatekeeper besonders empfänglich wegen ihrer Reputationsabhängigkeit für Verhaltenssteuerung durch Haftung sind. Ein wesentlicher und meines Erachtens ein entscheidender Unterschied in der weiteren Diskussion besteht aber darin, dass das Fehlverhalten der Abschlussprüfer typischerweise erst durch eine Veröffentlichung des Emittenten, also durch die Gesellschaft, zu Anlegerschäden führt, nämlich durch Veröffentlichung des Testats im Prospekt bzw. des geprüften Jahresabschlusses mit der Regelpublikität. Während der Emittent hierfür am Primärmarkt im Rahmen der Prospekthaftung gegenüber Anlegern haftet, fehlt es am Sekundärmarkt nach überwiegender Auffassung jedenfalls derzeit einer Emittentenhaftung. Die Einführung einer Abschlussprüferhaftung würde hier daher dazu führen, dass der Abschlussprüfer allein mit sämtlichen Anlegerschäden belastet würde und das, obwohl auch andere, insbesondere die Geschäftsleitung des Emittenten, gleichfalls oder sogar vorrangig verantwortlich zeichnen. Über die Einführung einer Haftung etwa nach dem Vorbild des Artikel 35a Ratingverordnung sollte daher nicht isoliert diskutiert werden, sondern in einem größeren Kontext einer wiederbelebten Diskussion zur Kapitalmarktinformationshaftung, wie dies auch Herr Hopp und Herr Helgert letztlich tun. Dabei sind eine Emittentenhaftung, aber auch die sonstigen Einflüsse aufsichts- und berufsrechtlicher Verschärfung ausreichend zu berücksichtigen. Denn je stärker die anderen Schrauben angezogen werden, desto geringer ist das Bedürfnis, eine Haftungsschraube zu drehen oder auch umgekehrt. Der Aktionsplan der Bundesregierung äußert sich zu dieser Frage auch nicht, sondern beschränkt sich auf die geltende Haftung gegenüber der Gesellschaft und schlägt vor, die Haftungshöchstgrenze für grob fahrlässiges Fehlverhalten ganz aufzuheben und für leichte Fahrlässigkeit von 4 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro zu erhöhen. Die geltende Begrenzung der Abschlussprüferhaftung wird in der Tat vielfach als systemwidriges Haftungsprivileg kritisiert. Denn das Gesetz weicht hierdurch von dem sonst geltenden Prinzip der schadensrechtlichen Totalreparation ab. Wir haben aber gesehen, dass eine Haftungsbegrenzung irgendeiner Art für fahrlässiges Fehlverhalten erstens von der Kommission empfohlen wird, sich zweitens auch in anderen Rechtsordnungen findet und sich drittens rechtsökonomisch rechtfertigen lässt. Die Haftungsbegrenzung soll sicherstellen, dass das Haftungsrisiko ex ante berechenbar ist und die Haftungshöhe dem gesamtwirtschaftlichen Schaden möglichst nahe kommt, um so optimale Sorgfaltsanreize zu entfalten. Fraglich ist aber, ob die absolute Haftungshöchstsumme von heute 4 Millionen Euro und geplant 20 Millionen Euro diesen Anforderungen gerecht wird. Sowohl Herr Hopp als auch Herr Hommelhoff haben das Ganze bereits als lächerlich bezeichnet. Und wenn man das beispielsweise mit der Produkthaftung vergleicht, dann kann man dem nicht widersprechen, denn bei der Produkthaftung gilt eine Haftungshöchstgrenze von 85 Millionen Euro. Absolute Haftungshöchstgrenzen sind zwar geeignet, das Haftungsrisiko berechenbar zu gestalten, eine solche One-Size-Fits-All-Lösung kann aber nicht sicherstellen, dass das optimale Sorgfaltsanreize sich auch tatsächlich im Einzelfall einstellen. Eine Alternative sind relative Haftungshöchstgrenzen, die sich am Schädigungspotenzial ausrichten, wie etwa die österreichische Regelung, die nach der Größe der geprüften Gesellschaft differenziert. Denkbar wäre auch eine anteilige Haftung nach dem jeweiligen Verursachungsbeitrag, wie etwa im US-amerikanischen Recht. Welche Form der Haftungsbeschränkung gewählt wird, hängt aber letztendlich auch davon ab, ob die Haftung auf Dritte erstreckt wird oder nicht. Denn bleibt es bei der ausschließlichen Haftung gegenüber der Gesellschaft, sind auch vertragliche Haftungsbeschränkungen wie in Großbritannien möglich. Solche stehen im deutschen Recht auch anderen Berufsträgern mit hohen Schadensrisiken zu, wie zum Beispiel Rechtsanwälten. Von einem systemwidrigen Haftungsprivileg könnte dann jedenfalls keine Rede mehr sein. Damit lässt sich festhalten, Abschlussprüfer haften Belegelater nur bei Vorsatz unbeschränkt gegenüber der Gesellschaft und Anlegern. Für Fahrlässigkeit haften sie hingegen ausschließlich gegenüber der Gesellschaft, nicht gegenüber Anlegern und zudem beschränkt auf 4 Millionen Euro. Das Haftungsprivileg durch gesetzliche Haftungshöchstgrenzen dient der Vermeidung einer Übermaßhaftung und ist damit rechtsökonomisch begründet. Neben der angedachten Erhöhung sind Delegeferender relative Haftungshöchstgrenzen, eine anteilige Haftung oder vertragliche Haftungsbeschränkungen zu erwägen. Drittens, über eine gesetzliche Abschlussprüferhaftung nach dem Modell des Artikel 35a Ratingverordnungen auch gegenüber Anlegern, sollte in einem größeren Kontext einer allgemeinen Kapitalmarktinformationshaftung und unter Berücksichtigung der berufs- und aufsichtsrechtlichen Regelungen diskutiert werden. Vielen Dank. Ja, herzlicher Dank, liebe Frau Pölzig, für dieses sehr schöne Referat, mit dem Sie ja die Abschlussprüferhaftung erstens in den allgemeinen Kontext der Enforcement-Debatte, Verhaltensscheuerung durch Haftungsregeln gestellt haben, gleichzeitig aber auch das System der Kapitalmarktinformationshaftung oder das ausstehende System in Erinnerung gerufen haben, Parallelen oder Regelungsvorbilder europäischen Recht Ratingverordnung adressiert haben und mit guten Gründen aufgezeigt haben, dass das nun im Diskussionsentwurf oder Referentenentwurf vorgeschlagene Modell durchaus nicht alternativlos ist, um mal dieses Wort zu gebrauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier im Präsenzauditorium, aber vor allem auch im Netz Diskussionsbeiträge gibt. Ist das der Fall? Wie sieht das im Netz aus? Herr Reichert sagt nein, aber Herr Helgaard meldet sich sehr gerne. Ja, liebe Dörte, vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Ich bin, glaube ich, mit sehr vielem einverstanden, was du gesagt hast. Ein Punkt, da wollte ich noch darauf hinweisen, also das ist bei Wirecard vielleicht am Rande auch ein Problem. Es gibt ja Artikel 7 Transparenzrichtlinie, der sagt europarechtlich, wir müssen eigentlich eine Kapitalmarktinformationshaftung haben für falsche Jahresabschlussberichte. Also das ist in Deutschland nicht spezialgesetzlich umgesetzt und es gibt einen Streiter drum, wie man das irgendwie korrigiert, aber eigentlich besteht diese systematische Lücke nicht wirklich. Und insofern könnte man auch die Abschlussprüferhaftung, denke ich, daran anschließen, ohne dass man jetzt das machen muss, also dass man da warten muss, dass etwas passiert. Ich meine auch, dass man überlegen kann, ob man sie nicht doch, den Legislator schon besser begründet, zum Beispiel durch eine Schutzgesetzeigenschaft dieser Prüfungsregeln oder so etwas. Also da ist in der Vergangenheit ein sehr erfolgreiches Lobbying der Branche gewesen, an das man sich ja vielleicht nicht gebunden fühlen muss bis in alle Ewigkeit. Vielen Dank, Herr Helgert. Wollen Sie gleich dazu oder sollen wir sammeln noch? Herr Hopp vielleicht, Klaus Hopp noch, wenn Sie einverstanden sind. Dass Sie diese Kapitalmärkte-Informationshaftung betonen, das liegt natürlich auf meiner Linie, das finde ich richtig. Der entscheidende Punkt ist der, dass Kapitalmärkte von Information leben. Und das bezieht sich sowohl auf den Emittenten als auch auf die Informationen intermediäre. Insofern liegen Sie ganz richtig, die Verbindung zu der Frage, die vorher an mich gestellt worden ist, warum Märkte nicht reagieren, da kann man einen interessanten Punkt aufmachen. Wenn man eine Kapitalmarkt-Informationshaftung einführen würde, bedeutet das natürlich, dass Prozesse angestrengt werden. Bereits der Umstand, dass ein Prozess angestrengt wird, ist natürlich ad hoc publizitätspflichtig. Und das wäre etwa ein Punkt, auf den dann die Märkte reagieren könnten. Das ist das eine, aber ich habe noch eine konkrete Frage an Sie. Mit den Haftungsbeschränkungen haben wir ja auch unter 93, 116 zu tun. Und da wird diskutiert eine Selbstbeteiligung. Manche sagen sogar, man sollte verbieten, dass man die Selbstbeteiligung ganz weg bedingt. Ist das eigentlich in dem Zusammenhang, den Sie jetzt gebracht haben, auch mal diskutiert worden? Und wenn ja, wie würde das aussehen? Ja, vielen Dank für die Fragen. Also zunächst erstmal zu der europarechtlichen Frage. Ja, also es gibt den Artikel 17 der Transparenzrichtlinie, wobei da natürlich auch die Alternative zur Organhaftung ist. Also entweder Haftung der Gesellschaft oder Haftung der Organe. Also da gibt es noch einen Umsetzungsspielraum, aber es muss eine Haftung geben. Das ist richtig. Und grundsätzlich bin ich auch ein großer Freund von unionsrechtlich geforderte zivilrechtlicher Haftung. Was ich allerdings trotzdem glaube, ist, dass man ein stimmiges System schaffen muss. Also 823 Absatz 2 ist eine Möglichkeit, wie man zu diesem Ziel der Haftung kommt. Aber ich finde, es ist nicht der optimale Weg dorthin. Es führt dann beispielsweise dazu, dass man Haftung für Fahrlässigkeit hat. Ich glaube aber, dass es im Kapitalmarktrecht generell angemessen ist, einen höheren Standard bei grober Fahrlässigkeit, auch wenn man das berücksichtigt, unter anderen spezialgesetzlichen Regelungen anzulegen. Deswegen glaube ich, muss das Ziel sein, eine gesetzliche Regelung. Und man muss sich grundsätzlich auch darüber klar werden, möchten wir jetzt tatsächlich ein System des Private Enforcement oder möchten wir ein System des Public Enforcement. Und wenn man sich die jüngeren Rechtsakte anguckt und auch die Abschlussprüferverordnung und die Abschlussprüferrichtlinie, die sind alle darauf fokussiert und konzentriert Public Enforcement. Und ich glaube, das muss man zunächst erstmal auch auf Seiten des deutschen Gesetzgebers sich darüber klar werden. Möchten wir Public Enforcement oder Private Enforcement oder gibt es da natürlich nicht mehr, möchten wir beides. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, zu schauen, wer muss alles haften. Also nicht, dass man den sekundär verantwortlichen Abschlussprüfer zum ersten die Haftung nimmt und den primär verantwortlichen Emittenten nicht, sondern wenn, dann meines Erachtens beide. Das muss auch klar werden. Und es muss eine gezielte Ausgestaltung der Haftung auch sichergestellt werden, die auch nur der Gesetzgeber sicherstellen kann. Grobe Fahrlässigkeit, wie geht man um mit der Kausalität, schafft man da Beweiserleichterung oder nicht? Was genau ist der Schaden, Kursdifferenzschaden oder aber Rückabwicklung? Das sind alles Sachen, die kann meines Erachtens nur der Gesetzgeber entscheiden. Das zu der europarechtlichen Frage. Die Frage von Herrn Hopp war die Frage mit dem Selbstbehalt, also ob das hier auch diskutiert wird. Nicht in der Tiefe wie im Zusammenhang mit dem Vorstand, aber es wird in der Tat auch angesprochen. Also letztendlich bleibt natürlich nicht mehr viel an Verhaltenssteuerung da, wenn das Ganze durch eine Versicherung abgefangen wird. Und dann muss es, wenn das so bleiben soll, mit der die Haftungspflichtversicherung also weiter bestehen soll, dann muss man auf Versicherungsebene Möglichkeiten schaffen, noch eine irgendwie geartete Verhaltenssteuerung zu erreichen. Und da ist meines Erachtens Selbstbehalt ein ganz wichtiger Punkt, wie man das dann erreichen könnte. Ja, vielen Dank, Frau Pölzig. Jetzt sagt mir Herr Reichert, dass im Netz noch jemand eine Frage stellen möchte. Herr Henrichs möchte gerne eine Frage stellen. Bitte, ich habe es noch. Herr Henrichs. Ja, vielen Dank, liebe Frau Pölzig, tolles Referat. Ich habe zwei Informationsfragen und zwei weiterführende Fragen. Die Informationsfrage, Sie haben diese Parallele zu dem Artikel 35a Ratingverordnung aufgebracht, was sehr interessant ist. Gibt es dazu eigentlich schon praktische Fälle? Ist Wirecard vielleicht ein erster praktischer Fall? Oder ist das bislang totes Recht? Und falls Letzteres, woran könnte das liegen? Liegt das vielleicht an dem, was Sie zuletzt aufgeworfen haben, sehr, sehr schwierige Kausalitäts- und Schadensprobleme, die sich wahrscheinlich in etwa gleicher Form dann auch bei einer parallelen Vorschrift der Kapitalmarktinformationshaftung des Abschlussprüfers stellen würden? Die zweite Frage, die ich habe, betrifft den Aspekt, den Sie genannt haben, Versicherbarkeit und Marktkonzentration. Das wird ja immer als Verteidigung des bisherigen Haftungsprivilegs der Abschlussprüfer angeführt. Also eine höhere Haftung sei nicht versicherbar. Und außerdem, wenn eine höhere Haftung zum Zusammenbruch einer weiteren Prüfungsgesellschaft führt, dann ist die Marktkonzentration noch gravierender, noch problematischer, als sie ohnehin schon ist. Sie haben dann uns berichtet, dass in den USA und Italien es andere Modelle gibt, unbegrenzte Haftungen. Wie ist das denn dort mit der Versicherbarkeit? Wie ist das denn dort mit den Auswirkungen auf die Marktkonzentration? Gibt es da wirklich Fehlentwicklungen, die dafür sprechen, da lieber die Finger von zu lassen oder funktioniert das da? Und damit zusammenhängend letzte Frage. Diese Verteidigungen, die Argumente, die angeführt werden zur Verteidigung der derzeitigen begrenzten Haftung im Rahmen des 323 HGB, wären die nicht genauso valide oder eben invalide im Verhältnis zu einer neuen Kapitalmarkt-Informationshaftung der Abschlussprüfer gegenüber Anlegern. Vielleicht doch noch mehr. Denn wenn der Abschlussprüfer auch noch riskieren würde, ernsthaft gegenüber Anlegern haften zu müssen, dann wäre das Problem der Versicherbarkeit noch virulenter. Und wenn dann eine Haftungsbegründung zusammenbricht, hätten wir das Thema Marktkonzentration wieder. Also wie ist da Ihre Position? Ist das auch da ein Problem, ein valides Argument oder eher nicht? Danke. Zur ersten Frage der Ratingagenturen, ob es dazu bereits Fälle gibt. Ich weiß von einem Fall vor dem OLG Düsseldorf von 2018, der allerdings abgelehnt wurde, weil die Aktivlegitimation nicht gegeben war, beziehungsweise der Anwendungsbereich so eng war, dass die Voraussetzungen nicht gegeben waren und deswegen abgelehnt wurde. Ich glaube aber, dass auch hier die Schwierigkeit letztendlich in der Kausalität, wie schon angedeutet, liegt. Also nachweisen zu können, dass das fehlerhafte Rating auch tatsächlich ursächlich war für die Anlageentscheidung. Also das ist in allen Kapitalmarktfällen das Problem und deswegen haben wir in Deutschland Rechtsprechungen, insbesondere bei den Anlageberatungsfällen, wo die Beweislast umgekehrt wird und haben auch entsprechende gesetzliche Regelungen bei der Prospekthaftung und bei der Ad-Hoc-Publikität, weil es eben diese Schwierigkeit immer gibt. Und die zweite Frage, wie ist das in den USA? Ich habe das, da 20 Minuten sehr sportlich waren, dass die Rechtslage in den USA tatsächlich sehr knapp dargestellt. Zum einen ist es auch dort eine große Diskussion, auch vor dem Hintergrund, dass es ein hochkonzentrierter Markt ist und dass anders als beispielsweise bei einem hochkonzentrierten Markt von Emittenten oder sonstigen Gesellschaften es hier auch aus Sicht des Kapitalmarktes ein Problem wäre, wenn Abschlussprüfer aus dem Markt ausscheiden beziehungsweise zu wenig da sind, weil sie eben eine Doppelrolle einnehmen. Sie sind nicht nur Dienstleister im Interesse der Gesellschaft, sondern sie sind eben auch Marktinformationsintermediäre und übernehmen deswegen eine öffentliche Funktion und deswegen trägt dieses Argument dort nochmal besonders stark und auch in den USA. In den USA ist es allerdings so, dass es dort, dass dort 1995 eine beschränkte Haftung eingeführt wurde, also eine anteilige Haftung nur für den Anteil, den der Abschlussprüfer verursacht hat und dadurch haben wir eine gewisse Haftungsbeschränkung auch in den USA und hinzu kommt, dass in den letzten Jahren restriktivere Tendenzen auch in den USA erkennbar sind, die zum einen auf der prozessualen Ebene bei Class Actions ansetzen, höhere Nachweisvoraussetzungen aufstellen, so dass empirisch festgestellt wurde, dass auch dort die Klagen gegen Abschlussprüfer zurückgegangen sind, also die auf den ersten Blick strenge Haftung nicht mehr ganz so streng tatsächlich auch in den USA ist. Und die dritte Frage, ob das Bedürfnis nach Haftungsbeschränkungen, über das wir jetzt im Moment bei 323 HGB diskutieren, ob das auch dann relevant wird, sobald es um Dritthaftung geht, meines Erachtens ja, also auch da müsste die Haftung beschränkt werden, allerdings stehen da dann nicht vertragliche Haftungsbeschränkungen als Alternative zur Verfügung, sondern da müsste man dann tatsächlich auf absolute Haftungsgrenzen dann setzen zum Beispiel. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Pölzig, sehr, sehr spannend und informativ. Ich kann damit sagen, dass wir am Ende dieses Teiles der Abteilung Enforcement sind. Ihnen nochmal ganz herzlicher Dank für das wirklich tonne Referat, für die Diskussion. Ich kann den Stab unmittelbar weitergeben an Rüdiger Pfeil, der nun die weitere Abteilung leitet. Vielleicht auch von meiner Seite nochmals an Frau Pölzig für das wirklich sehr kluge Referat zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Mein Eindruck ist, dass der Fall Wirecard geradezu danach schreit, dass wir das Thema Kapitalmarkt-Informationshaftung erneut vertieft diskutieren, in Deutschland, aber auch in Europa. Und wichtig ist da vor allen Dingen ein konsistentes Haftungssystem, das alle Ebenen der Kapitalmarkt-Publikität auch betrifft. Damit möchte ich es aber bewenden mit der Kapitalmarkt-Informationshaftung und ich rufe jetzt meine beiden Panelisten zu mir, nämlich Frau Hölz und Herrn Link. Wir kommen jetzt in der Abteilung Enforcement zu der Grundsatzfrage der Europäisierung der Kapitalmarktaufsicht, auch ein gewaltiges Thema. Wir haben uns hier für ein anderes Format der Präsentation entschieden und wollen das einfach mal testen. Ich habe in anderen Kontexten ganz wunderbare Erfahrungen damit gesammelt, den sogenannten Elevator-Speeches. Also der Gedanke ist, dass wir zwei Mitstreiter haben in Gestalt von Frau Hölz und Herrn Link, die jeweils in 60 Sekunden ihre Grundsatzposition in einer oder zwei Thesen präsentieren. Das ist möglich und dass wir dann anschließend im Gespräch miteinander die Positionen dann näher betrachten, idealerweise auch kritischer betrachten. Denkbar ist, dass die beiden ganz unterschiedliche Positionen vertreten. Denkbar ist aber auch, dass die beiden auf diese Frage aus unterschiedlichen Perspektiven draufschauen. Wir lassen uns überraschen. Ich stelle beide in aller, aller Kürze vor. Christiane Hölz ist Rechtsanwältin und für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz tätig. In dieser Eigenschaft tritt sie unter anderem auf Hauptversammlungen auf und berät Investoren. Wir beide kennen uns allerdings aus Paris. Wir beide waren mehrere Jahre in der Securities and Markets Stakeholder Group tätig, haben diesen sogenannten Beirat der ESMA auch gemeinsam geleitet und kennen daher die europäische Welt. Da war meine Vorstellung, da bin ich mal gespannt, dass gleich ein flammendes Plädoyer für mehr europäische Aufsicht kommt. Und ich bin sehr gespannt, Frau Hölz wird gleich mit ihrer Eingangsthese beginnen. Im Anschluss werden wir dann die Eingangsthese von Herrn Link hören. Herr Link ist Rechtsanwalt und Partner bei Hengeler Müller hier in München. Und in dieser Eigenschaft berät er unter anderem auch börsennotierte Unternehmen, die großen, die mittleren und die kleinen börsennotierten Unternehmen. hat also the holistic view on Gesellschaften, die am Kapitalmarkt in Deutschland notiert sind und war aber auch hier schon an der LMU im Rahmen meiner Vorlesung Kapitalmarktrecht mit dem Expertenblick tätig. Also ich freue mich, dass Sie beide heute hier bei uns sind und darf nun zunächst Frau Hölz bitten für Ihr Elevator-Speech. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie ich das jetzt in einer Minute so unterbekomme. Habe ich irgendwo eine Uhr, wo ich das, habe ich irgendwo eine Uhr, wo ich eine Minute sehe? Nur so, sonst schätze ich mal. Das machen wir wünschen. Nee, ich schätze, und es ist auch gut. Ja, danke schön. Mal gucken, vielleicht hätte ich mal besser gar nichts gesagt. Der Fall Wirecard hat viele Lücken im System offenbart, nicht nur, aber insbesondere auch mit Blick auf die Aufsicht. Wir streben, wir suchen seit Jahren nach, seit Jahrzehnten nach einer Kapitalmarktunion. Im materiell-rechtlichen Kapitalmarktbereich sind wir da schon auf ganz gutem Weg, da sind wir schon ziemlich weit. Im Aufsichtsrecht aber hinken wir noch ganz weit hinterher. Aber wie sollen Anleger Vertrauen in den europäischen Kapitalmarkt haben, wenn die Unternehmen nicht nach den gleichen Regeln spielen müssen, wenn es kein Level-Playing-Field gibt? Und um das zu erreichen, jetzt werde ich dich ein bisschen enttäuschen, Rüdiger, brauchen wir keine Revolution im Aufsichtsrecht, wir brauchen keine europäische Superbehörde in Paris. Was wir aber brauchen, ist, wir müssen mehr Europa zulassen. Wir brauchen ein effizientes und ein einheitliches europäisches aufsichtsrechtliches Regelwerk, das weniger Spielraum für Auslegung und Bewertung zulässt. Und jetzt muss ich dieses Ding hier mal ausmachen. Das ist Enforcement, genau. Wir brauchen ganz kurz nationale Aufsichtsbehörden, die europaweit mit starken Befugnissen ausgestattet sind, die aber auch, und das ist ganz wichtig, für Fehler haften müssen. Insofern herzlichen Dank nochmal an Herrn Hommelhoff. Die ESMA muss aber auch gestärkt werden. Die ESMA muss unabhängiger agieren können gegenüber den nationalen Aufsehern und dadurch für mehr Aufsichtskonvergenz sorgen und, und darüber sollte man wirklich nachdenken, in einigen bestimmten Fällen oder Situationen eine direkte Aufsicht ausüben zu können. Und dann nur noch zwei Sachen, mehr Transparenz in der Kommunikation von Aufsichtsbehörden an den Kapitalmarkt sowie ein schnelleres Handeln, ein schnelleres Eingreifen ist wichtig, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Danke. Zwar mehr, ne? Herzlichen Dank und Gratulation für fast 60 Sekunden, aber mit drei klaren Thesen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Dann möchte ich Sie bitten, lieber Herr Link, zu Ihren 60 Sekunden Elevator Speech. Ja, vielen Dank. Also ich bin ein Fan der Subsidiarität und sehe also keinen Anlass für verstärkte Europäisierung der Aufsicht im Bereich der Routineaufsicht und auch nicht bei der forensischen Aufdeckung vorsätzlichen Betrugs. Wo ich Potenzial sehe, ist bei einer problemorientierten Aufsicht, also sozusagen nicht die schnelle Eingreiftruppe, sondern die fokussierte Eingreiftruppe, die sich besondere Bereiche der Rechnungslegung vornimmt. Weil, was auch der Fall Wirecard zeigt, die Short-Attacken, es geht immer wieder um ähnliche wiederkehrende Bilanzierungsfragen, die sich durch Komplexität und Ermessensspielräume auszeichnen und die dann mit Geschäftsmodellen zusammentreffen und da sozusagen Raum für Manipulation und Irreführung bieten und gleichzeitig es auch redlichen Unternehmen schwer machen, im Falle von Short-Attacken sich gegen diese zu verteidigen, weil es unklare Bereiche sind. Und in dem Bereich halte ich es für sinnvoll, dass diese fokussierte Eingreiftruppe sich diese Problembereiche vornimmt, dort in die Unternehmen reinschaut, natürlich schwarze Schafe identifiziert, aber dann auch die Erkenntnisse daraus zurückträgt in die dezentrale Regelaufsicht und auch in den Standard-Setting-Prozess, um da die Rechnungslegung weiterzuentwickeln und dann das Vertrauen des Marktes zu stärken. Und dadurch hilft man dann auch den redlichen Unternehmen, weil sie sich leichter tun, sich gegen Attacken zu verteidigen. Ja, besten Dank, Herr Link, und auch für Sie Gratulation. Sie haben, glaube ich, die 60 Sekunden auch tatsächlich eingehalten. Wir haben nur eine ganze Reihe an Themen auf der Agenda und ich führe die mal auf. Das erste Thema, über das wir besprechen sollten, wäre das gewaltige Thema der Kapitalmarktunion, der Integration der Kapitalmärkte zur Erreichung des Binnenmarktes. Das zweite Thema, damit eng verbunden, ist Aufsichtskonvergenz, einheitliche Rechtslage und Anwendung in der Europäischen Union. Und dann kommen wir schon auf das dritte Thema zu sprechen, das ist die europäische SEC. Sie, brauchen wir die wirklich oder aber, und damit kommen wir dann zu der zentralen und neuen These von Herrn Link, brauchen wir möglicherweise eine fokussierte europäische Aufsicht. Die fokussierte Aufsicht könnte jedenfalls europäischer Natur sein, so habe ich Sie verstanden. Das sind die vier Themen, über die wir sprechen sollten. Wir beginnen gerne mit der These 1. Weitere Integration, noch stärkeres, einheitliches europäisches Recht. Christiane, das ist deine zentrale These. Da würde ich entgegenhalten, aber wir haben doch schon das einheitliche europäische Kapitalmarktrecht. Wenn wir aufs materielle Recht gucken, ja, muss ich näher ran, so besser. Wenn wir aufs materielle Recht gucken, ja, wenn wir, wir haben das eben schon angesprochen, aber es ist eben schon angesprochen worden, Transparenz-Richtlinie beispielsweise, fehlende Umsetzung von Artikel 17 oder nicht vollständige Umsetzung von Artikel 17. Wie kann denn der Anleger darauf vertrauen, dass er in ein Unternehmen investieren kann, wenn er nicht sicher sein kann, dass die Unternehmen in allen Märkten in Europa in der gleichen Weise auch beaufsichtigt werden. Also nicht nur, dass sie nach den gleichen materiell-rechtlichen Regeln spielen, sondern eben auch von der anderen Seite, dass die Aufsicht die gleichen Befugnisse hat, dass sie Regeln gleich auslegt und Regeln auch entsprechend anwendet. Ja, das ist natürlich eine Gretchenfrage. Also das Recht ist ja teilweise einheitlich in Gestalt von Verordnungsrecht. Das Marktmissbrauchsrecht ist vereinheitlicht. Viele andere Regime sind jedenfalls vollharmonisiert, sodass sich dann doch jedenfalls aus der akademischen, theoretischen Perspektive die Frage stellt, haben wir nicht doch einheitliches Recht? Du sagst nein. Mich würde da interessieren, Herr Link, aus Ihrer Beratungspraxis heraus, würden Sie das unterstreichen wollen, was Frau Hölz sagt? Das ist ein schöner Versprecher gewesen. Wird das Recht einheitlich angewandt in der Europäischen Union oder machen die Italiener und die Franzosen und die Deutschen das immer noch unterschiedlich? Ich muss mal einmal ganz kurz dazwischengrätschen. Ich meine nicht die Unternehmen, ich meine die Aufsichtsbehörden. Ich glaube, dass die Auslegung von bestimmten Regeln bei den Aufsichtsbehörden unterschiedlich erfolgen. Dass Leitlinien von der ESMA beispielsweise unterschiedlich angewandt werden in den einzelnen Mitgliedstaaten. Mir geht es nicht darum, dass Marktmissbrauchsverordnungen, beispielsweise Ratingverordnungen, darum geht es mir nicht. Es geht mir wirklich um die aufsichtsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die eben noch sehr viel Spielraum bisher zulassen. Okay, vielen Dank dann für die Präzision, Herr Link. Ja, also jetzt aus der Erfahrung, natürlich gibt es da noch Unterschiede in der Anwendung des Rechts. Und sagen wir, deutsche Unternehmen beklagen sich dann, bei uns wird das Kapitalmarktrecht am strengsten ausgelegt. Wenn man dann englische Unternehmen fragt, dann hört man dieselbe Klage, sodass man manchmal sich so ein bisschen fragt, ist es wirklich so? Ich glaube, das ist ein Prozess und ich glaube, dass wir da auch schon eine große Strecke gegangen sind und dass der auch noch weiter geht. Also ich habe schon den Eindruck, dass es da eine Konvergenz gibt und wäre da jetzt nicht völlig pessimistisch, dass wir da auch einen zufriedenstellenden Zustand erreichen. Also aus meiner Erfahrung heraus ist das eine große Herausforderung für Europa zu einheitlichen Aufsichtspraktiken zu kommen. Wir kennen das ja aus unseren Tätigkeiten in Paris, dass ESMA aber doch über ein reichhaltiges Arsenal an sogenannten Konvergenzinstrumenten verfügt. Das sind Leitlinien, das sind Empfehlungen und das sind Q&A-Papiere. Da ist viel erreicht worden in der Vergangenheit. Was kann man denn da noch besser machen? Das würde jetzt die Frage an dich gehen, Christiane. Zum einen, das macht ESMA jetzt bereits, Sie setzen mehr auf das Instrument des Peer Reviews. Also ich schaue mir verschiedene nationale Aufsichtsbehörden ihre Arbeit an und schaue, wo ist Aufsichtsrecht vielleicht, europäisches Recht vielleicht nicht in ausreichendem Maße angewendet worden. Das hat man übrigens auch mit der BaFin vor zwei Jahren, vor drei Jahren inzwischen gemacht, hat Nachbesserungsbedarf festgestellt. Unter anderem hat die ESMA damals bereits schon darauf hingewiesen, dass die BaFin nicht die hoheitliche Befugnis hat, Informationen von Unternehmen anzufordern beispielsweise. Da ist in den letzten Jahren leider aber nichts passiert. Also es gibt die Mittel theoretisch, die Durchsetzung, die Umsetzung von in dem Fall beispielsweise Anregungen der ESMA oder Hinweisen der ESMA erfolgt dann eben leider oftmals nicht schnell genug. Ein weiterer Punkt ist die Governance-Struktur der ESMA selbst, die mit Blick auf die Unabhängigkeit von den nationalen Aufsichtsbehörden auch noch, ich sage das jetzt mal vorsichtig, Spielraum nach oben hat. Denn die nationalen Aufsichtsbehörden sitzen im Verwaltungsgremium, haben Einfluss auf Entscheidungen der ESMA. Also auch da könnte man noch einiges tun, um die Unabhängigkeit zu stärken und auch über diesen Weg zu mehr Aufsichtskonvergenz zu kommen. Wir kriechen mal so ein bisschen hinein in das Innenleben der ESMA, was du angesprochen hast. Jedes Konvergenz-Instrument muss innerhalb der ESMA einen bestimmten formalisierten Entscheidungsprozess durchlaufen. Das bedeutet ganz konkret, die Idee muss geboren werden, ein bestimmtes Thema sich anzuschauen und zu gucken, ob die Aufsichtsbehörden in 27 Mitgliedstaaten diese Themen einheitlich anwenden. Es muss ein Team zusammengestellt werden, das diesen Peer-Review durchführt. Das Team muss dann loslaufen in die Mitgliedstaaten und dann mit den nationalen Aufsichtsbehörden die Themen diskutieren. Und was ich dann in meiner Zeit immer ziemlich enttäuschend am Ende fand, war, dass wenn, das war häufig so, Room for Improvement festgestellt wurde, es damit sein Bewenden hatte. Denn die ESMA hat keine Befugnisse, da auf eine strengere einheitliche Anwendung hinzuwirken. Wenn das alles so mühsam ist und wenn das alles so schwierig durchzusetzen ist, weil jede einzelne Maßnahme vom Rat der Aufseher beschlossen werden muss, brauchen wir nicht dann doch die europäische Aufsicht. Herr Link, Sie haben gesagt, da gilt der Grundsatz der Subsidiarität, aber sind das denn nicht Gründe, zusammen mit Regulatory Arbitrage, die dann doch für eine europäische Aufsicht sprechen? Ja, wenn Sie es jetzt so zuspitzen, hört sich das natürlich überzeugend an, wobei man natürlich auch daran arbeiten kann, solche Defizite zu beheben. Also man muss ja nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und das ganze System über den Haufen werfen, sondern kann ja zum Beispiel auch an solchen Stellen der ESMA zu stärkerer Durchsetzungskraft verhelfen. Ich glaube, es ist natürlich auch insoweit ein erheblicher Unterschied zur Situation in den USA. Das Kapitalmarktrecht trifft ja auch auf eine sehr unterschiedliche Landschaft, zum Beispiel des Gesellschaftsrechts in den einzelnen Jurisdiktionen. Wenn man sich anschaut im Bereich des Aufschubs der Veröffentlichung von Insiderinformationen, haben wir eine einheitliche Guidance der ESMA bekommen zum Umgang mit ausstehender Aufsichtsratszustimmung, über die wir dann in Deutschland sehr unglücklich waren, weil sie nicht recht zu unserem Gesellschaftsrecht passte. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, alles über einen Kamm zu scheren an der Stelle. Wie würdest du das sehen? Ich habe unheimliche Probleme, sie zu verstehen. Deswegen, man kann es so zuspitzen, aber ich glaube, dass eine Behörde zum einen viel zu weit weg ist von den Fällen im jeweiligen Markt. Zum anderen, es gibt ja den Vorschlag, beispielsweise die Unternehmen öffentlichen Interesses EU-weit von einer Behörde überprüfen zu lassen. Ich glaube, wir haben rund, ohne UK, haben wir rund 16.000 Public Interest Entities in Europa. Ich weiß nicht, wer das stemmen soll, alleine von den Zahlen. Wie wollen wir so eine Behörde ausstatten? Wie wollen wir das hinkriegen? Ich glaube, dass wir, Frau Professor Pölzig hat es eben, glaube ich, ganz schön gesagt, wir müssen ein stimmiges Gesamtkonzept hinbekommen, nicht nur beim Abschlussprüfer, auch in der Aufsicht. Und dazu gehört aus meiner Sicht, die Behörden, die nationalen Aufsichtsbehörden zu stärken, was aber im Umkehrschluss einhergehen muss mit einer Haftung, wenn denn Fehler passieren, wie es anscheinend im Fall Bayer-Card der Fall ist, Haftung diszipliniert. Und dann, glaube ich, kriegen wir ein besseres Konzept hin, als wenn wir alles an eine Stelle geben. Step by Step also, kleine Schritte, um die Qualität der Aufsicht zu verbessern. Im Kontext von Bayer-Card wird natürlich auch über die Reform des zweistufigen Systems gesprochen. Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung auf der ersten Stufe und dann im zweiten Zugriff die BaFin. Ich vermute mal, dass der Referentenentwurf, den Professor Hommelhoff heute angesprochen hat, auch dazu Reformüberlegungen vorsieht. So wirklich überzeugend, ist das wirklich überzeugend, dieses zweistufige System, Herr Link? Also, ich finde, man muss unterscheiden. Ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen, bei diesen Dingen, zwischen der Routineaufsicht, wo Standardthemen geprüft werden, stichprobenartig, und so einer problemorientierten Aufsicht, wo man sich Risikobereiche raussieht und die nachdrücklich anschaut und auch dann auf die Unternehmen geht, wo man vom Geschäftsmodell her, von den Bilanzierungsproblemen, die sich dort stellen, die da anfällig sind für Missbrauch oder für falsche Bilanzierung. Und ich glaube, da muss man auch von der Aufsicht her unterschiedlich vorgehen. Ja, weil jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel die Regelaufsicht für große Unternehmen auf die europäische Ebene hieft, dann weiß ich nicht, ob sich in der tatsächlichen Funktionsweise dieser Aufsicht so wahnsinnig viel ändern würde. Ja, weil die würden dann dieselben Routinepunkte abklappern und ob die dann deswegen große, größere Sensibilität für wirklich Problembereiche hätten, weiß ich gar nicht. Ja, deswegen wäre meine These eigentlich, dass man unterscheidet zwischen der Routineaufsicht, wo vielleicht die bestehenden Mechanismen gar nicht so schlecht funktionieren. Und wenn ich, was ich aus der Beratungspraxis mitbekomme, die Unternehmen haben großen Respekt vor DPR-Prüfungen. Und wenn man eine Kapitalmarkttransaktion macht, dann muss man eine Gewährleistung abgeben, dass keine DPR-Prüfung läuft und all sowas. Also es ist nicht so, dass das alles völlig ineffektiv wäre. Aber wenn man daneben einen separaten Prozess hätte, wo wirklich Problembereiche angegangen wären, wäre das, glaube ich, eine effektivere Fortentwicklung. Okay, und damit kommen wir dann ja eigentlich schon auch zu der Idee, der Arbeitskreis Bilanzrecht, Hochschullehrer, Rechtswissenschaften hatte die schnelle Einsatz- oder Eingriffstruppe vorgeschlagen. Sie, Herr Link, sprechen von einer fokussierten Aufsicht. Das ist eine Weiterentwicklung der Entwicklung dieses Modells. Vielleicht wollen Sie uns das noch mal kurz vorstellen. Gerne. Also in der Tat, das ist so eine leichte Abgrenzung davon. Ich habe gewisse Zweifel, ob die europäische Ebene jetzt strukturelle Vorteile bei der Schnelligkeit hätte gegenüber den dezentralen Behörden. Ja, deswegen, aber ein bisschen ähnlich ist es schon und ich glaube eben nur, dass es eher eine Fokussierung auf Problemfälle sein sollte, weil ich meine, wenn man sich die Short-Attacken der letzten Jahre ansieht, das sind immer ganz ähnliche Bilanzierungsprobleme, die sich da stellen. Ja, bei Wirecard war es hier der Bruttoausweis von Partnerumsetzen. Vorhin in der Diskussion kam auch schon ein Thema Percentage-of-Completion-Methode, also insgesamt der Umsatzausweis ist häufig ein Thema, was auch in Short-Attacken eine erhebliche Rolle spielt und so gibt es so ein paar Treuhandstrukturen und Ähnliches, verschiedene Problembereiche einfach in der Rechnungslegung, die dann auch in bestimmten Business-Models besonders anfällig sind und deswegen glaube ich, dass man die sich eben fokussiert anschauen sollte und auch bei den Unternehmen, die da im Risiko sind, quasi so mit dem Zielradar eines Short-Sellers durch die Unternehmenslandschaft gehen und untersuchen, wo müsste ich eigentlich mal genau reinschauen und letztlich dieselben Targets zu identifizieren, wie es auch ein Short-Seller machen würde, nur dann eben mit dem aufsichtsrechtlichen Instrumentarium und nicht dann mit einer Short-Attacke. Ja, vielen Dank. Jetzt ist das Modell liegt bei uns klar hier auf dem Schreibtisch. Deine Meinung dazu, Christiane? Ich bin sehr für eine schnelle Eingreiftruppe, ein schnelleres Handeln der Aufsichtsbehörden. Was wir sehen, ist, dass Fehlerfeststellungen im derzeitigen System teilweise zwei, drei Jahre, wenn ich einen Fehler im Abschluss 2017 habe, dann sehe ich den im Bundesanzeiger im Jahr 2019, vielleicht sogar 2020, dann ist das für den Anleger eine Nichtinformation. Das ist völlig uninteressant. Ein Beispiel, das ist bei der BaFin aber auch nicht besser. Ich habe vor ein, zwei Wochen, glaube ich, habe ich eine Mitteilung von der BaFin gesehen, dass sie geschrieben hat, es gibt eine Geldbuße gegen Covestro in einem Umfang von 600.000 Euro, was schon ein ordentlicher Betrag ist, wegen Fehler bei einer Kapitalmaßnahme, Veröffentlichungsfehler bei einer Kapitalmaßnahme. Viel mehr stand da nicht und dann konnte man der Presse aber dann irgendwie entnehmen, dass es um einen Rückkauf eigener Aktien aus dem Jahre 2017, 2018 geht. Auch da muss ich sagen, wenn die Information in 2020, Ende 2020 veröffentlicht wird, dann hilft die dem Anleger nicht mehr wirklich viel. Wir brauchen nicht nur eine schnelle Eingreiftruppe, sondern wir brauchen insgesamt eine wirklich schnellere Information an den Kapitalmarkt bei wesentlichen Problemen, die der Aufsichtsbehörde auftaucht. Vielen Dank für die weiteren Fundierungen. Ich würde jetzt gerne den Floor open für Fragen, insbesondere aus der virtuellen Welt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herr Henrichs hat eine Frage. Lieber Herr Henrichs. Ja, ich möchte zunächst mal, also vielen Dank, ich möchte zunächst mal das unterstreichen, was zuletzt gesagt worden ist. Also zunächst einmal volle Zustimmung zu dem, was Herr Link gesagt hat. Du, Rüdiger, hast ja so ein bisschen angezweifelt, ob das zweistufige Enforcement-Verfahren der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube, es hat sich im Prinzip schon bewährt. Man muss nur eben die passenden Instrumente für die passenden Fälle sortieren. Die DPR macht bei den Stichproben einen guten Job und da kann sie das auch weiterhin machen. Aber für die Anlässe bei Betrug, wie im Fall Wirecard, da hat die DPR weder die rechtlichen Instrumente noch die sachlich-personelle Ausstattung. Da brauchen wir sicherlich eine Stärkung der Behörde. Aber so ein Mischmodell, so ein Zwei-Stufen-Modell, glaube ich, ist da eigentlich ganz prima. Ich möchte auch dem Letzten zustimmen, dass es sehr stark auf Schnelligkeit ankommt, was Frau Hölz zu Recht auch ja exemplifiziert hat. Ich kann das nur bestätigen, da gibt es auch einstellige Studien, die besagen, dass die Fehlerfeststellung der DPR, diese sogenannte Pranger-Wirkung, vor der man ja anfangs große Furcht hatte, dass die in der Praxis weitgehend verpufft. Das interessiert kein Mensch, ob da ein Fehler festgestellt wird. Und das liegt zum größten Teil wahrscheinlich tatsächlich an dem zu großen zeitlichen Abstand zu dem, was passiert ist und zu der Fehlerfeststellung. Also da muss mehr Tempo rein in die Sache. Das waren sozusagen ergänzende Statements. Wo ich aber eine Frage habe, ein bisschen Kontrapunkt nochmal abtasten möchte, das ist bei der EU-Behörde. ist nicht oder es wird ja dafür angeführt, dass die BaFin im konkreten Fall möglicherweise sich auch ein wenig von dem Gedanken hat leiten lassen, Wirecard ist so ein toller nationaler Champion, den möchten wir nicht beschädigen. Das ist ein Gesichtspunkt, der würde auf europäischer Ebene wahrscheinlich eine zumindest geringere Rolle spielen. Möglicherweise dennoch auch eine Rolle, weil man sozusagen die europäischen Champions schützen wollte, aber es wären nicht gerade die National Champions. Also ist das nicht vielleicht doch ein Aspekt, für die ganz großen Unternehmen tatsächlich eine europäische Lösung zu präferieren, wie die Frankfurter Kollegen Kranen und Langenbucher das tun. Ich habe da eigentlich durchaus viel Sympathie für. Es könnte auch sein, dass so eine europäische SEC in der internationalen Wahrnehmung des europäischen Kapitalmarkts ein anderes Gewicht hätte, als der Flickenteppich, den wir derzeit haben. Vielen Dank. Ja, besten Dank. Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Regulatory Capture, ja oder nein? Vielleicht eine Frage für beide, Christiane? Ja, dieses Thema steht im Raum mit Blick auf die BaFin, im Fall Wirecard, in der Tat. Ich glaube, man kann es auf zwei Wegen einfangen. Der eine Weg ist tatsächlich, bestimmte Unternehmen einer europäischen Aufsicht zu unterlegen. Dann würde ich mich nur fragen, welche Unternehmen wählen wir auf, wenn wir es im Vergleich wie in der Bankenregulierung machen. Da sind es die drei größten pro Land, die der direkten Aufsicht der EZB unterliegen. Was sind die drei wichtigsten Unternehmen eines Landes? Wo gucke ich da drauf? Mag Kapitalisierung, Umsatz? Ich weiß es nicht. Es gibt tausend Kennziffern. Da müsste man halt dann drüber diskutieren. Der andere Ansatz ist, und das hatte ich ja vorab auch gesagt, versuchen, über Haftungsregeln die Aufsichtsbehörden vielleicht etwas weiter zu disziplinieren. Brauchen wir das Haftungsprivileg bei der BaFin? Ist das nicht ein bisschen überholt? Können wir das nicht wegnehmen und zu einer zumindest qualifizierten Haftung kommen? Also, ich sehe das Argument in dem Punkt. Ich weiß nicht, ob, also das ist ein gradueller Vorteil dann vielleicht der europäischen Ebene, weil man sagt, dann schaut man auf einen größeren Raum und das Einzelunternehmen ist vielleicht in seiner Bedeutung etwas geringer, aber ob eine europäische Behörde so viel weniger anfällig wäre für dieses Problem, habe ich meine Zweifel und gibt natürlich auch Gegenargumente. Man ist weiter weg sozusagen von der Strafverfolgungsebene, die ja weiter auf nationaler Ebene ist und hat so eine Zentralisierung. Also, ich bin da so ein bisschen, und ich meine, die Probleme ja mit falscher Bilanzierung und falscher Kapitalmarktinformation, die stellen sich natürlich bei Unternehmen aller Größen, ja, und nicht jetzt nur bei den DAX. Und deswegen greift man da so einen relativ willkürlichen Ausschnitt raus, finde ich, sodass ich also nicht so ganz überzeugt, aber jetzt auch nicht, würde ich jetzt auch nicht sagen, macht überhaupt keinen Sinn. Und vielleicht, wenn ich darf, nur weil vorhin dieser Aspekt mit der Geschwindigkeit und dieser Geldbuße, die da publiziert wurde, also ich glaube, was wir tatsächlich auch brauchen, ist wirklich ein stärkerer Fokus der Behörden auf wirkliche Problemfälle, weil momentan wahnsinnig viel Energie der Aufsicht reingeht in genau solche Fälle, ja, wo Formalverstöße mit exorbitanten Geldbußen geahndet werden, die wirklich, also wenn man sich den konkret anschaut, was es da so gibt, da gab es sicher kein Transparenzdefizit für den Markt, sondern da wurde halt irgendeine Meldung vergessen von Leuten, wo sich jeder bemüht hat, irgendwie das Richtige zu tun. Und da wird dann mit aller Werft der Aufsicht nachgegangen und allen Ressourcen und das ist eine Vielallokation von Aufsichtsressourcen, die es den Unternehmen schwer macht und die es dann auch wahrscheinlich erschwert, in den wirklich problematischen Fällen schnell zu sein. Ja, wobei man natürlich bei den Sanktionen sagen muss, da kann die BaFin nicht anders. Das schreibt ihr die europäische Gesetzgebung vor. Die Sanktionen sind drastisch verschärft worden. Wir haben aber noch eine weitere Wortmeldung, Herr Reichert. Herr Süßmann hat noch eine Frage. Ja. Guten Abend. Der Herr Lick hat mir das schon ein bisschen vorweggenommen. Die Frage, was will die Aufsicht und wie viel Regularien haben wir, haben wir nicht eine Aufsicht, speziell für Deutschland, das weiß jeder in der Anwaltschaft, der die Szene kennt, die Kleinigkeiten verfolgt, die großen Sachen irgendwie hinten rutscht und haben wir nicht auch im europäischen Umfeld mittlerweile so viele Kleinigkeiten, Regularien, dass da schon allein sehr viel Intensität darin verpufft, diese Kleinigkeiten nachzuhalten. Das ist sicherlich ein Problem und wenn man das noch auf europäische Ebene hebt, mit was haben wir 23, 24 Amtssprachen, wird es wahrscheinlich nicht besser. Vielleicht gibt es da auch Spätnen der beiden. Ja, vielen Dank, Herr Süßmann. Ja, ich glaube, Sie haben völlig recht. Wir haben eine sehr hohe Regulierungsdichte. Zuletzt noch mal angetrieben, ich glaube allerdings auch in vielen Bereichen berechtigterweise durch die Finanzkrise, wo wir einfach gesehen haben, dass Anleger nicht in ausreichendem Maße geschützt worden ist. Ich habe bei der Gesetzgebung, insbesondere in Europa, immer das Gefühl, das ist wie so ein bisschen so ein Pendel. Das ist jetzt sehr stark in Richtung Anlegerschutz ausgeschlagen durch MIFID II, PRIPS und die ganzen europäischen Regelungen, die in den letzten Jahren gekommen sind. Das Pendel geht derzeit wieder ein bisschen in die andere Richtung. Ich habe das Gefühl, es wird eher weniger als mehr reguliert, zumindest auf europäischer Ebene. Und den zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, das Hochhiefen zu einer europäischen Aufsicht, alleine die Amtssprachen, werden das Ganze in der Tat nicht schneller machen. Und das ist auch ein Punkt, der so in mir ein bisschen brodelt. Und ich denke, brauchen wir das wirklich für eine Aufsicht wirklich großteilig dann auf europäischer Ebene. Ja, ich kann nur sagen, Herr Süßmann, da sprechen Sie mir aus der Seele. Die Dinge werden, wenn sie dann europäisch sind, natürlich komplexer. Man muss sich das dann so vorstellen, dass die Menschen natürlich weiterhin in Frankfurt sitzen und dort Wertpapieraufsicht betreiben, aber es sind dann eben europäische Teams. Und dann wird dort natürlich Englisch gesprochen. Das kann der große DAX-Konzern problemlos leisten. Ein kleineres, börsennotiertes Unternehmen weniger. Bevor wir jetzt hier zum Schluss kommen, vielleicht noch eine Idee von mir, die Sie vielleicht jetzt akademisch nennen mögen, aber die ich eigentlich ganz spannend finde und ich möchte gerne meine beiden Panelisten mit dieser Langfrist-Idee konfrontieren, eben auch was mit Europäisierung der Aufsicht zu tun hat. Ich habe die beiden auch vorgewarnt. Der Gedanke ist, ein europäischer, regulierter Markt, der von der ESMA beaufsichtigt wird. Und zu diesem europäischen, regulierten Markt haben Zugang europäische Aktiengesellschaften. Und diese europäischen Aktiengesellschaften, die reformieren wir. Die SE wird richtig europäisch, gesellschaftsrechtlich, denn wir gestalten sie wirklich als eine supranationale Rechtsform aus und sie bekommt auch ein europäisches Insolvenzrecht zur Seite gestellt. Das heißt, jetzt haben wir Truly European Law und diese europäische Aktiengesellschaft darf den Label europäischer, regulierter Markt in Anspruch nehmen und wird dann durch die ESMA beaufsichtigt. Und das, meine Damen und Herren, ist ein neues Playing Field, eine 28. Rechtsordnung und die beaufsichtigen wir europäisch und der Anreiz für die Unternehmen ist das europäische Label. Abschließende, kurze Stellungnahme zu dieser professoralen Idee, die nicht nur meine eigene ist, um das klarzustellen, das auch mit Praktikern schon diskutiert, die diese Idee auch mit entwickelt haben. Also, ich finde alles gut, was sozusagen europäische Equity-Kapitalmärkte stärkt, da haben wir nach wie vor, glaube ich, Bedarf für, wenn man sich auch anschaut, wohin gehen Unternehmen, die an die Börse gehen, deswegen, wenn sowas so ausgestaltet wird, dass es trotzdem einen praktikablen Zugang für die Unternehmen gibt und das dann attraktiv für Investoren ist, dann finde ich das einen sehr guten Vorschlag. Ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung dadurch, dass man dann eine 28. Rechtsordnung quasi daneben stellt, dass für die Unternehmen dann dadurch natürlich doch wieder Regulatory Arbitrage im Vordergrund stehen wird. Und ich hatte es schon gesagt, aus deutscher Sicht die erste Frage, die sich dann natürlich stellt, wie ist die Mitbestimmung ausgestaltet in so einer Gesellschaft und wenn das linksrum oder rechtsrum ist, dann wird das, wenn es eine Deregulierung gegenüber der deutschen Mitbestimmung ist, dann wird das extrem attraktiv sein für alle deutschen Gesellschaften und jeder wird da sofort rein wollen und wenn nicht, dann wird es für die anderen europäischen Gesellschaften nicht attraktiv sein. Deswegen ist glaube ich im Detail schwierig, aber grundsätzlich natürlich ganz toller Vorschlag. Christiane, du kannst auch anderer Meinung sein. Bin ich oft bei dir, aber nicht immer. Ich glaube, ich bin für alles, was uns einer europäischen Kapitalmarktunion endlich näher bringt, deutlich näher bringt. Wenn wir dieses Ziel dadurch, durch dieses Mittel erreichen könnten, ja sehr gerne, wenn es nur zu mehr Komplexität, mehr Schwierigkeiten und mehr Verwirrung unter den Anlegern führt, dann bitte nicht. Ich habe sehr genau hingehört, dass du auch von einer Vereinheitlichung des Insolvenzrechts gesprochen hast, ja, das dickste Brett, das wir in Europa noch zu bohren haben, neben dem Steuerrecht. Ja, wenn du es damit hinkriegst, bitte sehr gerne, dann kommen wir nämlich der Kapitalmarktunion wirklich ein ganzes Stück näher und dann gerne. Vielen Dank, dass ich hier so freundlich mit dem Vorschlag verabschiedet werde. Es ist ein langer Weg, den wir hier gehen. In den Gesprächen, glaube ich, sind wir ein gutes Stückchen weitergekommen. Ich fasse das mal zusammen. Der erste Punkt ist natürlich Stärkung der Aufsichtskonvergenz, die an Schwierigkeiten stößt, was auch mit der Governance der ESMA zu tun hat, aber trotzdem ist das eine weitere wichtige Herkules-Aufgabe. Ja, es gibt sie, die Regulatory Arbitrage, ja, es gibt Regulatory Capture, eine schwierige rechtspolitische Frage, ob deswegen wirklich eine europäische Aufsichtssuperbehörde nach dem Vorbild der USA geschaffen werden sollte. Wir dürfen gespannt sein, was die Europäische Kommission sagen wird. In ihrem Aktionsplan aus dem September diesen Jahres hat sie immerhin gesagt, dass sie das Thema nochmal aufgreifen möchte. So gesehen, die Musik spielt dort möglicherweise in der Zukunft, aber das scheint mehr oder minder Einigkeit zu sein, dass wir in dem Bereich der Bilanzen einiges verbessern sollten, gerne mit der DPR, aber eine schnelle Eingreiftruppe, die fokussiert Problemfälle behandelt, das tut auf jeden Fall Not, ob die dann rein national angesiedelt ist oder aber im europäischen Kontext, das muss dann man noch genauer schauen. So gesehen haben wir hier doch einen großen Ertrag aus den Gesprächen. Ich bedanke mich zunächst bei Ihnen beiden für Elevators Pitches und Diskussionen und auch für die Diskussionsbeiträge aus unserer virtuellen Zuhörerwelt und beende damit dann diesen Bereich des Enforcements und leide dann über zu der letzten Abteilung des heutigen Nachmittags beziehungsweise frühen Abends. Das ist das Thema Whistleblowing. Moderiert wird diese Abteilung durch meinen Kollegen Christoph Gregolait. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind also bei der letzten Einheit unserer heutigen Konferenz beim Thema Whistleblowing. Wir haben schon die eine oder andere Anspielung auf Whistleblowing gehabt. Das ist im Wesentlichen immer positiv. Wir wollen offenbar tendenziell mehr Whistleblowing. Herr Hopp hat das als weitgehend allgemeine zusätzliche Regulierung in der Governance vorgeschlagen. Wir sehen eine ganze Reihe von Regeln über Whistleblowing, die wir bereits haben. Hat auch Herr Hopp bereits angesprochen, geradezu eine Dickicht an Whistleblowing, das wir im Finanzaufsichtsrecht auf der Bankseite wie auf der Versicherungsseite haben. Wir haben eine kapitalmarktrechtliche Regelung über Whistleblowing, über die wir noch mehr hören werden heute. Und wir haben darüber hinaus auch im Arbeitsrecht bereits Regeln zum Whistleblowing. Also insgesamt eine sowohl positiv rechtlich bereits starke Seite, als auch insgesamt offenbar eine positive Tendenz. Zugleich haben wir bereits im Eingangsvortrag gehört, beim tatsächlichen Hintergrund, dass das Whistleblowing im Fall Wirecard eine ganz eigene Richtung hatte. Dadurch, dass offenbar ein entscheidender Anstoß für die Aufklärung dadurch ausgegangen ist, dass interne Informationen an Short-Seller gegeben worden sind, sodass das Whistleblowing auf eine nicht formalisierte Weise durch ganz interessante Anreizvorgänge funktioniert hat. Das ist also auch eine Form des Whistleblowing, über das man nachdenken muss. Wir werden jetzt weiter im Format der Elevator-Speeches mit anschließender Diskussion gehen. Und ich darf die Referenten kurz vorstellen. Wir haben zum einen Alexander Helgaard von der Universität Regensburg. Viel muss ich zu ihm nicht sagen. Er ist ausgewiesener Kapitalmarktrechtler vor allen Dingen, unterrichtet im Übrigen im Rahmen seines Lehrstudios Bürgerliches Recht, Unternehmensrecht und Grundlagen des Rechts. Er hat sich in Hamburg promoviert zum Thema Kapitalmarkt-Deliktshaftung, hat sich dann in München habilitiert zu Fragen der Regulierung und der Verhaltenssteuerung, ist also geradezu prädestiniert für eine Stellungnahme in diesem Bereich spezieller Governance-Mechanismen, hier Whistleblowing. Wir freuen uns darüber hinaus auf den Beitrag von Matthias Jakobs von der Bucerius Law School aus Hamburg. Herr Jakobs vertritt dominant die Seite des Arbeitsrechts. Er hat ein Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Verfahrensrecht. Er hat in Mainz promoviert und habilitiert von der arbeitsrechtlichen Seite, insbesondere zum Thema Tarifeinheit. Die andere Arbeit war zu verfahrensrechtlichen Themen. Wir freuen uns vor allen Dingen heute sehr auf seinen arbeitsrechtlichen Blick. Damit will ich auch die Einleitung abschließen und darf Herrn Helgert um seine Elevator-Speech bitten. Herr Helgert, Sie sind am Zug. Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite, vor allen Dingen auch an alle virtuellen Zuschauer, Zuhörer, die so lange durchgehalten haben und noch dabei sind, um jetzt, damit Sie nicht ganz einschlafen, noch mal einen kleiner Weckruf. Deutschland hat im Bereich des Whistleblowing ganz erheblichen Nachholbedarf. Dies zeigt auch der Bilanzskandal Wirecard. Wir haben es hier mit einem Paradefall versteckter Wirtschaftskriminalität zu tun, bei dem man eigentlich gehofft hätte, dass ein Insider auspackt, bevor es zu spät ist. Aber Moment, im Laufe der Jahre, wir haben es schon eingangs gehört, haben Whistleblower Wirecard immer wieder angeprangert. Sie haben Meldungen gemacht und später ihre Erkenntnisse der Financial Times zukommen lassen. Man kann auch nicht sagen, dass diese Meldungen im Sande verlaufen wären. Sie führten dazu, dass die BaFin wegen Marktmanipulation ermittelt hat. Allerdings nicht gegen Wirecard, sondern gegen Journalisten, Short-Seller und letztlich die Whistleblower selbst. Ich denke, dies zeigt sehr deutlich, dass es ein Umdenken geben muss, damit Whistleblower in Zukunft ernst genommen werden. Whistleblowing ist kein Denunziantentum. Gerade am Kapitalmarkt kann es zu einem wirksamen Instrument der Kriminalitätsbekämpfung werden. Whistleblower müssen aber mehr Wertschätzung erfahren als bislang, und zwar nicht nur symbolisch, sondern auch finanziell. Die USA machen das vor. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Grigolait, für die nette Einführung, für die Einladung nach München. Von mir kommt jetzt der arbeitsrechtliche Blick. Whistleblowing ist ein ganz wichtiges Element wirksamer Compliance. Whistleblower werden aber jedenfalls aus arbeitsrechtlicher Sicht nur tätig, wenn die Rechtsordnung sie wirksam schützt, und das ist derzeit nicht immer der Fall. Allerdings muss Deutschland, wie wir schon gehört haben, bis Ende nächsten Jahres die Whistleblower-Richtlinie umsetzen, und das ist eine ganz große Chance, den Whistleblower-Schutz in Deutschland endlich zu verbessern. Und genau dafür möchte ich hier und heute werben. Wir brauchen zum Beispiel die Gleichrangigkeit von internen und externen Whistleblower-Meldekanälen. Wir brauchen die Öffnung für anonyme Meldewege. Wir brauchen den Schutz des gutgläubigen Whistleblowers. Und wir brauchen vor allem aus arbeitsrechtlicher Sicht ein sehr wirksames Antidiskriminierungsrecht. Zudem müssen wir den fragmentarischen Charakter des deutschen Whistleblower-Schutzes beenden, der für Rechtsunsicherheit sorgt und am Ende allen Beteiligten schadet. Dazu brauchen wir ein kohärentes und vor allem transparentes Whistleblower-Schutzgesetz aus einem Guss, das bestehende Spezialregelungen aufnimmt und auch das Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten, wie zum Beispiel dem Datenschutzrecht, klärt. Inhaltlich muss es außerdem in Deutschland für einen einheitlichen Whistleblower-Schutz sorgen und deshalb in seinem sachlichen Anwendungsbereich über die Richtlinie hinausgehen und alle Rechtsgebiete erfassen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Jakobs. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Helgert, für Ihre Kurzplädieues. Ich will die Diskussion einleiten, vielleicht mit einer gewissen Reserve gegenüber Ihren jeweils positiven Perspektiven auf mehr Regulierung zum Whistleblowing und möchte so ein paar Grundstrukturprobleme aufzeigen, bei denen man sich fragt, kann man die sinnvoll über Whistleblowing und durch Whistleblowing adressieren. Ist es nicht vielleicht so, Herr Helgert, Sie hatten das angedeutet, dass die Stigmatisierung von Verrat eine psychologische Grundstimmung ist, die man durch Recht nur begrenzt erreichen kann. Ist es nicht vielleicht so, dass die Anreizsituation in Whistleblowing-Situationen von vornherein so komplex ist, Anreizsituationen im Hinblick einerseits auf Stärkung des Anreizs rechtswidriges Verhalten offenzulegen, andererseits aber auch Inhibierung von Anreizen dafür querulatorisch, das Unternehmen durch Offenlegung von negativen Informationen zu schädigen. Ist es nicht vielleicht so, dass wir mit strafrechtlichen Themen zu reden haben, insbesondere nicht selten einer Betroffenheit des Beteiligten in strafrechtlicher Weise, die durch Whistleblowing-Systeme gar nicht sinnvoll adressiert werden können? Und ist es nicht andererseits auch so, dass es gewisse Anreize gibt, auch ohne Whistleblowing-Systeme? Wie gesagt, wir sprechen hier bei Wirecard über einen modernen Weg des Whistleblowing-Systems via Anreize durch Short-Selling-Kontakte, die zum Whistleblowing genutzt werden. Wenn Sie vielleicht zunächst Herr Helgert und dann Sie, Herr Jacobs, da grundsätzlich Ihre Vorstellung von den Möglichkeiten von Whistleblowing-Verfahren skizzieren würden. Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist tatsächlich so, dass ich auch sehe, dass das jetzt keine einfache Aufgabe ist, hier ein Whistleblowing-Regime zu schaffen. Ich denke aber, dass in vielen Bereichen der Wirtschaftskriminalität, gerade auch am Kapitalmarkt, Whistleblowing letztlich alternativlos ist als Aufklärungsinstrument und möglicherweise auch darüber hinaus als Abschreckungsinstrument. Da gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein. Denn das sind eben Taten, die letztlich nur einem kleinen Clique von beteiligten Personen bekannt sind und die natürlich auf Geheimhaltung ausgerichtet sind und die mit großer Sachkunde häufig vollbracht werden. Und man sieht also selbst bei so einem Fall wie Wirecard, wo es eben Anfang 2018, glaube ich, die ersten wirklich tiefgehenden Untersuchungen gab, hat das eben über zwei Jahre gebraucht, bis das Ganze dann wirklich so an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass es offenbar wurde. Das sind also wirklich Regelungen oder Bereiche, ähnlich wie vielleicht im Kartellrecht mit den Kronzeugenregelungen auch, wo man an die Leute rankommen muss, die wissen, was dort passiert. Und da ist natürlich die Frage, wie man das macht. Sie haben recht, dass das Problem des Verrates auch vielleicht des Quirulantentums hervorruft. Das sind aus meiner Sicht zwei verschiedene Themen. Das Erste, die Frage, ob das wirklich so schlecht angesehen wird, hat vielleicht auch damit was zu tun, dass es nicht geregelt ist. Es gibt eben auch die umgekehrte Richtung, dass eben die rechtliche Anerkennung bestimmter Institutionen auch zu einer sehr viel größeren Akzeptanz führt. Ein plakatives Beispiel aus einem völlig anderen Bereich aus meiner Sicht ist die Ehe unter gleichgeschlechtlichen Paaren. Also durch das Lebenspartnerschaftsgesetz ist eine unglaubliche Akzeptanz auch gekommen. Und ich glaube, dass man möglicherweise, also in Deutschland wird auch mal gesagt, gibt es natürlich historische Beispiele, Stasi, Gestapo und so weiter wird dort genannt. Und das hat ja auch nichts Schlechtes. Aber man muss natürlich sehen, wenn es um wirkliche Wirtschaftskriminalität geht, dann ist das etwas anderes, als dass man seinen Nachbarn verpfeift, der jetzt, oder die Nachbarin, die als Oma irgendwie das Enkelkind aufnimmt, bei Corona verboten, wenn die Mutter einkaufen geht. Das sind wirklich völlig unterschiedliche Schubladen. Und das sollte man vielleicht nicht zu sehr verwischen. Und ich meine, letzter Punkt dazu, wenn man das wirklich gesetzlich anerkennt, möglicherweise auch sogar durch Belohnungen, ja, also, dass das tatsächlich vielleicht auch zu einem Ansehensgewinn führen könnte. Zu den Belohnungen werden wir sicher nachher noch kommen. Herr Jacobs, wenn Sie uns vielleicht noch Ihre Grundposition hinsichtlich Effektivitätspotenzial solcher Systeme schildern könnten. Ja, also erstmal möchte ich Ihnen zustimmen, Herr Helgert. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, wenn wir Whistleblowing oder man könnte vielleicht sagen Hinweisgebertum, denn Whistleblowing hat ja immer so etwas zu negativen Touch, finde ich, verpfeifen, jedenfalls in der deutschen Übersetzung, wenn wir das gesetzlich anerkennen, dann kann das zu einem Kulturwandel auch führen. Aus arbeitsrechtlicher Sicht, also ich würde nicht sagen, dass es irgendwie mit Denunziantentum zu tun hat, sondern wir brauchen es tatsächlich. Das greift ja dort immer in den Bereichen ein, wo alle anderen Wege versagen. Wir müssen gar nicht in den Bereich gehen, über den wir heute hier sprechen. Denken Sie nur an Schlachthöfe von Tönnies oder an Altenheime, wo Menschen fast schon misshandelt werden und nichts passiert bei internen Meldungen und wo dann irgendwann eine Altenpflegerin sagt, jetzt gehe ich nach außen. Also deswegen, für mich hat das überhaupt nichts Negatives. Ich finde das etwas Positives. Ich bin allerdings skeptisch mit der finanziellen Belohnung. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich hinweisen möchte aus arbeitsrechtlicher Sicht. Wir haben überwiegend mit Fällen zu tun, wo die Leute aus einer intrinsischen Motivation heraus handeln. Die sind davon überzeugt, dass da etwas falsch gemacht wird, dass es so nicht sein kann, dass es ein unmoralisches, ein unethisches Verhalten ist und Geld interessiert die eigentlich nicht. Und da geht es dann vor allem darum, dass sie Angst haben, was zu sagen, weil sie eben ihren Job verlieren. Und das ist aus arbeitsrechtlicher Sicht das Wichtigste. Das scheint mir jetzt zum Beispiel bei Wirecard eigentlich keine große Rolle gespielt zu haben. Vielen Dank. Herr Jakobs, wenn Sie bereits bei der dezidiert arbeitsrechtlichen Perspektive sind, dann würde ich vielleicht da gerne weiter ansetzen und würde einfach mal bitten, dass Sie uns so aus der arbeitsrechtlichen Perspektive vielleicht die geltende Rechtslage schildern beziehungsweise wesentliche Elemente derselben, vielleicht auch die Perspektive der Richtlinie, die im Moment zur Umsetzung ansteht und einfach mal so ins geltende Recht reingehen und das vielleicht auch evaluieren. Gut, also im geltenden Recht haben wir keine sektorspezifischen Regelungen zum Whistleblowing im Arbeitsrecht, anders als zum Beispiel in den Bereichen Finanzdienstleistungen, sondern die Fälle sind eigentlich immer Kündigungsfälle, wo Whistleblower mit ihrem Wissen nach außen gegangen sind zu einer Behörde und das ist eine arbeitsrechtliche Nebenpflichtverletzung und die bekommen dann im Regelfall eine außerordentliche Kündigung und das BAG sagt, du musst im Normalfall jedenfalls erstmal intern melden, dich an den Arbeitgeber wenden, bevor du dich nach außen wenden darfst. Das ist so die ganz grobe Richtschnur. In vielen Fällen ist es natürlich so, wenn ich mich als Arbeitnehmer an den Arbeitgeber wende und sage, pass mal auf, das und das läuft schief bei Tönnies oder so oder in einem Altenheim, dann bin ich sozusagen schon auf dem Abstellgleis und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Leute aus dem Verkehr zu ziehen, zu mobben, vielleicht gleich zu kündigen. Das ist die derzeitige Perspektive aus dem Arbeitsrecht. Der Schutz des Whistleblowers ist also sehr schwach. Die Richtlinie wird dazu führen, dass jedenfalls in ihrem Anwendungsbereich es bestimmte, es ist jedenfalls allgemein erstmal vorgeschrieben, dass der Whistleblower effektiv geschützt werden muss. Das muss dann im Einzelnen ins nationale Recht umgesetzt werden. Und dieser Schutz, der knüpft an drei verschiedene Möglichkeiten an, das Whistleblowing auszuüben, nämlich gleichberechtigt nebeneinander internes und externes Whistleblowing, jedenfalls ist das das herrschende Verständnis, und dann auf einer zweiten Stufe auch direkt in die Öffentlichkeit zu gehen, also in die Presse, an die Presse oder ins Internet. Also der Schutz ist hier viel effektiver, nämlich wenn ich mich an diese beiden Meldewege halte, die dann auch eingehalten werden müssen, wofür es Regeln geben muss, die der Gesetzgeber schaffen muss, dann bin ich kündigungsrechtlich auf der sicheren Seite. Vielen Dank, Herr Jakobs. Das ist die Grundstruktur nach geltendem Recht und die Perspektive auf eine Erleichterung von Whistleblowing-Vorgängen im Arbeitsrecht. Herr Helgert, könnten Sie uns vielleicht die kapitalmarktrechtlichen Rahmenbedingungen noch ein bisschen näher bringen? Ja, gerne. Im Kapitalmarktrecht ist es so, dass erstmals mit der Marktmissbrauchsverordnung das Whistleblowing im Einzelnen geregelt wurde. Artikel 32 enthält genau auch diese beiden Wege, internes, also Arbeitgeber- und externes Whistleblowing. Und da gibt es in Deutschland, das ist zwar eine Verordnung, aber eben die Kapitalmarktrechtler wissen, dass dort auch Verordnungen letztlich richtlinienartige Regelungen enthalten, die dann auch eine Umsetzung bedürfen. Und das ist in Deutschland noch in einem Paragraphen 4, der Buchstabe ist, ich glaube, D oder so etwas, FINDAC, also Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, umgesetzt worden. Es gibt auch noch dazu eine Umsetzungsrichtlinie, die dann auch wiederum in einer Durchführungsverordnung der BAFIN, des BMF dann umgesetzt ist. Der Rahmen ist im Prinzip schon das, was Herr Jacobs gerade geschildert hat, in Bezug auf die Gesamtrichtlinie. Eine Besonderheit, die eben hier besteht, ist, dass der Absatz 4 des Artikel 32 explizit ermöglicht, dass auch finanzielle Belohnungen eingesetzt werden können. Das wird aber den Mitgliedstaaten freigestellt. Vom Anwendungsbereich her ist es so, dass sich das Wohl nur auf Unternehmen der Finanzbranche bezieht, also die Wertpapier-Dienstleistungsunternehmen, wohl nicht direkt auf die Emittenten. Aber das ist so ein bisschen Auslegungsfrage. In der Prospektverordnung gibt es jetzt eine entsprechende Regelung, die ganz eindeutig auch die Emittenten betrifft. Vielen Dank, Herr Helgert. Vielleicht gehen wir mal auf diese beiden Mechanismen, internes Whistleblowing und externes Whistleblowing. Wir haben beide Elemente, sowohl in der Richtlinie als auch in der kapitalmarktrechtlichen Seite. Herr Jacobs, was würden Sie sagen, welcher spielt eine wichtigere Rolle? Sind das zwei Elemente, die wir beide brauchen? Haben Sie da Überlegungen zu? Ganz schwierige Frage. Also eigentlich würde ich schon sagen, ist der Weg, der nahe liegt, erst mal intern sowas zu melden. Weil wenn man davon ausgeht, dass der Mensch nicht per se böse ist, dann wird er vielleicht auf so einen Missstand hingewiesen, der Arbeitgeber, und ändert ihn. Wenn ich mir aber die problematischen Fälle angucke, dann muss ich sagen, dann sind da die internen Meldungen im Grunde sinnlos. Die führen sogar vielleicht eher dazu, dass ein rechtswidriges Verhalten, dass man etwas dafür tut, um das weiter zu verschleiern. Wenn ich an die Schlachthöfe denke, wenn ich an Wirecard denke, wenn ich an das Altenheim denke, da hat also diese interne Meldung eher Alarmlampen ausgelöst, in dem Sinne, Leute, passt auf. Und deswegen ist es für mich jedenfalls sehr wichtig, dass dieser externe Meldekanal, dass der gleichberechtigt neben dem internen steht, und dass es nicht diese Eskalationsstufe gibt, dass man intern anfangen muss. Und das ist jedenfalls in der Richtlinie so auch angelegt. Es gibt so ein paar Stimmen, die streiten das ab, aber die ganz herrschende Meinung zur Richtlinie sagt eigentlich, das ist gleichberechtigt. Und dann diskutiert man noch darüber, ob man als deutscher Gesetzgeber dieses interne Meldewesen vielleicht dadurch fördert, dass man dort dann vielleicht finanzielle Anreize gewährt, die man bei dem Externen nicht gewährt. Aber im Grunde stehen die gleichberechtigt nebeneinander. Und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mit dem gleichberechtigt meinen Sie vermutlich, dass eben die externe Meldung unabhängig von der vorigen Interessen? Genau, ich kann gleich nach außen gehen, jedenfalls zu einer Behörde. Herr Helgert, haben Sie dazu noch eine Position? Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was Sie anfangs auch gefragt hatten mit dem Querulantentum. Ich glaube, die Perspektive auf dieses ganze Thema hängt sehr davon ab, ob tatsächlich ein Missstand besteht oder nicht. Und ob man sozusagen beim Mindset, mit dem man das betrachtet, davon ausgeht, dass es einen Missstand gibt oder nicht. Das ist bei Wirecard ja auch ganz offensichtlich gewesen. Das hat dort eine sehr unschöne Vorgeschichte gehabt, weil seit über zehn Jahren andauernd irgendwelche Vorwürfe kamen. Und das hat dann wohl bei allen, auch insbesondere bei der BaFin, so ein bisschen das Gefühl verursacht, ja, das sind halt die ewigen, das ist halt ein beliebtes Ziel und da ist nichts dran. Das ist ja schon seit Jahren so, dass die immer wieder angegriffen werden. Das sind halt alles Querulanten. Wenn man davon ausgeht, dann ist das eigentlich alles schädlich und dann gibt es zum Beispiel natürlich auch gute Gründe zu sagen, erst mal intern, dann soll das abgeklärt werden und so weiter. Wenn man andersrum davon ausgeht, dass es wirklich sehr schwierige Fälle gibt und sehr schlimme Fälle gibt, an die man anders nicht herankommt, dann schaut man vielleicht mit einer anderen Perspektive da drauf und dann sieht man, dass es eben gute Gründe gibt, eben dass Leute auch vielleicht direkt nach außen gehen, um auch eben interne Warnmechanismen auszuschalten oder nicht auszulösen, so etwas in der Art. Und insofern ist das schwierig. Und jetzt stimmt es natürlich ganz, ganz schlimme Wirtschaftskriminalität. Statistisch gesehen, auch wenn ich persönlich davon ausgehe, ohne das empirisch belegen zu können, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, einfach angesichts dessen, dass also so Fälle wie Wirecard, ich meine, das läuft irgendwann aus. Also wenn ich zwei Milliarden Euro erfinde, dann ist das klar, irgendwann fahre ich an die Wand. Ich kann das nicht aufrechterhalten. Also die Fälle, die auftreten, da finde ich persönlich immer, dass man sieht, dass das irgendwie an irgendeiner Stelle dilettantisch ist. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es gerade in der Finanzbranche sehr, sehr viel clevere Leute gibt, die auch relativ gewissenlos sind. Und deswegen spricht sehr vieles dafür, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Und wenn es die gibt, dann stellt sich die Frage eben doch ein bisschen anders. Und dann muss man doch überlegen, wie man das eine vernünftige Bahn regelt. Darf ich da vielleicht gleich nochmal ansetzen, weil vielleicht der Tough Case Wirecard nicht notwendig nur die richtige Richtung weist, hinsichtlich der richtigen Regulierung. Sie gehen davon aus, dass bei Wirecard offenkundig Dinge so gelaufen sind, dass sie unbedingt einem Whistleblowing-Prozess zugänglich gemacht werden sollten. Die Frage ist aber, wenn man Regeln kalibriert, wie kann man sinnvoll abgrenzen? Man wird wohl davon ausgehen müssen, dass die unberechtigte Weitergabe von vertraulichen Informationen, die potenziell auch am Kapitalmarkt für das Unternehmen schädlich sein können, pflichtwidrig ist, grundsätzlich, nach allgemeinen Regeln. Und die Frage ist, wie läuft das regulativ? In der Finanzdienstleistungsaufsichtsregelung, in § 4D geht es unter anderem um potenziell relevante Vorgänge. Das sind also nicht tatsächliche Irregularitäten, die gemeldet werden, sondern auch nur potenziell relevante. Kann man damit möglicherweise noch einen hinreichenden Schutz des Unternehmens aufrechterhalten? Und wenn nein, wie sonst, Herr Helgert? Wollen Sie vielleicht zu dieser Linie was sagen, wie man die ziehen möchte? Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich so, man muss natürlich sehen, wenn man davon ausgeht, dass man Whistleblowing im bestimmten Rahmen fördern möchte, dann kann es nicht endgültig darauf ankommen, ob sich der Vorwurf ganz im Ergebnis als berechtigt erweist oder nicht, weil sonst einfach das ein ganz krasses Risiko wäre. Also wenn alles darauf hindeutet, dass hier wirklich schlimme Sachen passieren und dann hinterher gibt es doch irgendeine wirklich gute, plausible Erklärung dafür, es sah aber alles so aus. Also das nennen wir im Polizeireicht, glaube ich, die Scheingefahr oder so etwas. Das muss ausreichen, weil ansonsten ist das ganze Ding gleich tot. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich recht, also vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse und so weiter müssen gewahrt werden und das kann natürlich extrem reputationsschädigend sein. Deswegen ist es, glaube ich, vollkommen richtig, dass der Gang an die Öffentlichkeit, auch in der neuen Richtlinie, eben nicht gleichberechtigt ist. Also irgendwas öffentlich zu machen, ist auch im Kapitalmarktrecht natürlich sofort insiderrechtlich relevant und ist damit auch strafbar. Also da gibt es absolute Grenzen. Aber ein Großteil dieser Regelungen, die es jetzt gibt, besteht eben auch darin, dass diese Behörde, die da zuständige Mitarbeiter benennen muss, dass die besonders gesicherte Datenverarbeitungssysteme haben müssen und alles solche Geschichten, um eben sicherzustellen, dass letztlich diese Informationen nicht an die weite Öffentlichkeit kommen. Und ich glaube, das ist eigentlich im Grundsatz auch der richtige Weg, auch eine mögliche Lösung für die Querschießer, dass man eben die Daten irgendwo oder diese Meldung irgendwo sammelt und dann durch geschultes Personal filtert und versucht, eben die Sachen rauszukriegen, die wirklich relevant sind. Und man kann hinterher auch Leute sperren, die sich als Denunzianten und Quirulanten erwiesen haben. Und wenn die die fünfte Meldung machen, die völlig daneben ist und offensichtlich unbegründet, dann kann man auch da Grenzen einziehen und kann auch gegen die Leute vorgehen. Vielleicht zu den Grenzen, die man da einziehen kann, Herr Jacobs, noch ein zweites Element. Wir haben in der kapitalmarktrechtlichen Regel den Maßstab der groben Fahrlässigkeit. Einerseits wird relativ weit gezogen der Gegenstand der potenziellen Informationen, also auch potenzielle Irregularitäten dürfen gemeldet werden. Und bei Fehlern gilt ein Maßstab der groben Fahrlässigkeit und natürlich auch des Vorsatzes. Dass die Vorsatzhaftung bestehen bleibt, darüber brauchen wir nicht reden. Wenn wir eine Haftung für grobe Fahrlässigkeit haben, ist die so zielgenau, dass die Anreize immer noch einigermaßen erhalten bleiben? Also erstmal, das ist auch die Linie vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er sagt, es darf nicht leichtfertig sein, dass die Anzeige gemacht wird. Und das läuft im Grunde darauf hinaus, dass es kein grob fahrlässiges Verkennen der Situation sein darf oder vorsätzlich. Da bleibt natürlich eine gewisse Unschärfe, weil es immer auf den Einzelfall drauf ankommt. Also genauer kann man das, glaube ich, nicht hinbekommen. Und dass dann so ein Restrisiko bleibt, vielleicht auch an Reputationsschaden für ein Unternehmen, das ist irgendwie der Preis, den wir dann für das ganze System bezahlen müssen. Ich wollte vielleicht noch eine kurze Bemerkung machen zu der dritten Stufe, die ja im Moment erst auf sozusagen subsidiär greift, nämlich die Offenlegung, also das nach außen geben. Der Fall Wirecard hat ja eigentlich gezeigt, dass jedenfalls der Whistleblower, der dann zur Financial Times gegangen ist, das war der entscheidende Punkt. Bei der BaFin, das hat ja offenbar nicht sehr viel gebracht. Deswegen würde ich da die Hürden nicht so hoch legen, weil die Richtlinie ist ja nur mindestharmonisierend. Da könnten wir in Deutschland auch den Schutz für den Whistleblower eventuell verstärken. Da will ich mich noch nicht festlegen, aber da würde ich jedenfalls das Risiko für den Whistleblower, wenn er sich diese Tatbestandsvoraussetzungen anguckt, wann darf ich zu einer Zeitung gehen, da würde ich ihm schon einen gewissen Spielraum auch einräumen im Sinne eines wirksamen Whistleblower-Schutzes. Vielen Dank. Vielleicht, bevor wir jetzt dann nochmal in die Diskussion gehen, hier im Raum und im Netz, nochmal das Thema Anreize. Herr Helgert, Sie haben schon gesagt, wir bräuchten Anreize, Sie haben auf die amerikanische Regelung verwiesen, die, wie das auch ansonsten im amerikanischen Rechtssystem entspricht, relativ großzügige Anreize vorsieht. Nur, dass wir da vielleicht nochmal den Rahmen geklärt haben, Herr Jacobs, vermutlich geben Sie mir recht, wenn der Whistleblower erfolgreich war, dann ist, selbst wenn die arbeitsrechtlichen Mechanismen ihn in gewisser Weise schützen, vermutlich nicht gewährleistet, dass er seine Karriere in gleicher Weise im selben Unternehmen fortsetzen kann, wie erwartet. Das heißt, sein Fortkommen im Unternehmen ist auf jeden Fall beeinträchtigt, jedenfalls muss er damit rechnen, dass es dann Nachteile gibt, auch bei dem idealsten Whistleblower-System. Jetzt ist die Frage, wie kann man sowas dann anreizmäßig kompensieren, denn das verbleibt ja auf jeden Fall als Gegenanreiz. Herr Helgert, vielleicht könnten Sie dazu noch Überlegungen präsentieren. Herr Jacobs meinte ja vorher bei uns im Arbeitsrecht, so möchte ich Sie zitieren, spielen die monetären Anreize gar keine so wesentliche Rolle. Ja, also ich glaube schon, dass man eben bedenken muss, dass das, was wir unter Schutz hier diskutieren, letztlich die Mindestvoraussetzung ist, dass ich nicht gemobbt werde, dass mir nicht gekündigt wird und so weiter. Das muss ja in einer gewissen Weise die Mindestvoraussetzung sein, wenn ich mich entscheiden soll, wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen, an die Behörde zu gehen oder so etwas zu machen. Trotzdem gehe ich eben dadurch ein ganz erhebliches Risiko ein und da ist eben schon die Frage, ob das nicht doch entlohnt werden muss, auch möglicherweise von den Unternehmen selbst im Rahmen des internen Whistleblowings, wenn ich also das schaffe, eben erhebliche Schädigungen zu vermeiden. Also wenn sozusagen der Idealfall eintritt, ist es ja so, dass der Whistleblower nicht dann meldet, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und sagt, ja hier, liebe Staatsanwaltschaft, hier müsst ihr ermitteln, da ist das Kind gestorben, sondern dass quasi in dem Moment, wo der, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, der Brunnen geöffnet wird und das Kind da drüber gehalten wird, dass man dann meldet und sagt Stopp und jetzt das Kind nicht reinfallen lassen. Und das sind natürlich Momente, wo es noch sehr, sehr früh ist, wo aber auch potenziell eben erheblicher Schaden noch abgewendet werden kann. Und allein aus dem Grund sollte eigentlich ein Interesse daran bestehen, das auch entsprechend zu vergüten. Und ich denke, wenn man das extern macht, also wenn man eben die Behörden ermächtigt, dort auch durchaus etwas auszuschütten, dass dann das vielleicht auch einen Anreiz gibt, um auch die Attraktivität der internen Verfolgung zu stärken, dass man quasi in eine Konkurrenz tritt und sagt, okay, wenn ihr das alles intern macht und wir können das hier intern lösen, wir stellen aber fest, da war wirklich was dran, dann gibt es auch durchaus Boni oder Gratifikation, dass man also wirklich das sehr, sehr positiv auch arbeitsrechtlich fasst. Dass man also Leute quasi auch Beförderungen in Aussicht stellt, wenn man sagt, also wenn die wirklich geschafft haben, hier ein richtig großes Problem ex ante zu beseitigen, dann ist das auch etwas, was wir in der Unternehmenskultur... Sie meinen jetzt freiwillig seitens des Unternehmens, Sie erwarten, dass die Unternehmen freiwillig... Ja, genau, das wäre sozusagen eine Idee, wenn ich eben extern als Behörde das in Aussicht stelle und beispielsweise am Kapitalmarkt als BaFin sage, ja gut, wer hier da mithilft, so etwas aufzudecken, der kriegt da auch durchaus eine finanzielle Belohnung, sei es, dass die arbeitsrechtlich irgendwie anknüpft, dass man an ein Jahresgehalt oder ich weiß nicht was, in den USA ist es eine Beteiligung an den Bußgeldern, die verhängt werden, 10 bis 30 Prozent, also im höchsten Fall waren das, glaube ich, 104 Millionen US-Dollar, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, die da an eine einzelne Person ausgeschüttet wurden. Das ist kulturell in Deutschland schwer verdaulich, aber je mehr wir zu solchen amerikanischen Sanktionshöhen im Kapitalmarktrecht kommen, je mehr kann man sich auch so etwas vielleicht vorstellen. Herr Jakobs, bitte. Ja, also dass die Behörde das belohnt, kann ich mir nur schwer vorstellen, weil ich kenne keine deutsche Behörde, die irgendwie freiwillig Geld hergibt, aber ist vielleicht denkbar. Der Arbeitgeber ist jedenfalls dann ein Problem, wie zum Beispiel im Fall Wirecard, da war ja gar nichts mehr da, was hätte gezahlt werden können, hatten wir vorhin schon darüber gesprochen. Und bei mir bleibt so ein gewisses Unbehagen dabei, so etwas grundsätzlich zu belohnen. Ich frage mich dann, also abgesehen von so speziellen Fällen im Finanzmarktbereich, ob da nicht doch so ein Misstrauen in so einem Betrieb geschaffen wird, da wäre ich eher zurückhaltend. Aber die Richtlinie sieht ja da noch andere Möglichkeiten vor, zum Beispiel, dass wenn ich als Whistleblower benachteiligt werde, dass ich dann einen Anspruch auf Entschädigungen auch bekomme, also auf den Ersatz eines immateriellen Schadens, einer Persönlichkeitsrechtsverletzung. Das kennen wir aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das wäre vielleicht auch ein Weg, den man da gehen könnte. Sicher, was man vorsehen kann. Die Frage ist, wie effektiv ist es nachher durchsetzbar? Die Wahrheiten, die hinter der Durchsetzung solcher immateriellen Schadensansprüche stehen, ist enorm. Auch etwa das Potenzial des Fortkommens, das vielleicht doch beeinträchtigt worden ist, zu bemessen ist außerordentlich schwierig. Jetzt würde ich vielleicht doch ganz gerne das Auditorium hier im Raum einbeziehen und besonders gerne auch das Auditorium im Netz. Mir wird gerade signalisiert, dass das Netz bereits beim Abendessen ist, jedenfalls nicht mehr Diskussionsbereich. Vielleicht gibt es hier im Raum noch Beiträge, die wir berücksichtigen dürfen. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich sagen, dass wir vielleicht übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen, dass die Verankerung von Whistleblowing-Prozessen sicherlich konstruktiv ist, dass das produktive Instrumente sind, ungeachtet dessen, dass man sehr realistisch umgehen muss mit den möglichen Effekten. Die sind vielleicht nicht ganz so ideal, wie man sie sich vorstellt, wenn man die Instrumente vorsieht. Man muss sich sehr genau überlegen, wie man die Anreize kalibriert. Da gibt es im deutschen Recht sicher große Schwierigkeiten, staatliche Kompensationen zu schaffen. Darüber wird sicher nachgedacht werden müssen. Wir können dazu aus unserer Diskussion nur beitragen, dass solche Anreize wichtig sind, aber sehr, sehr schwer in unser Rechtssystem einzufügen. Vielleicht, wenn wir es dabei belassen und Rüdiger Frey dann jetzt die Gelegenheit geben, für den gesamten Nachmittag das Schlusswort zu sprechen. Ich schließe mit dem Dank an Ihre wunderbaren Beiträge in dieser Diskussion. Ihnen, Herr Jacobs und Ihnen, Herr Helgert, ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen nun tatsächlich zum Schluss. Wir haben gnadenlos überzogen, fast um eine Stunde. Aber es sind natürlich auch gewichtige Themen, die wir heute verhandelt hatten. Matthias Haberser, Christoph Grigolat und ich, wir hatten den Eindruck, dass im Zuge dieses dramatischen Falls Wirecard eine rechtswissenschaftliche Debatte nottut. Und der heutige Tag bestärkt mich darin, dass das eine gute Idee war, so viele Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Bereichen des Unternehmensrechts hier in München zu versammeln und über Reformperspektiven zu sprechen. Der Referentenentwurf, der heute oder in den nächsten Tagen aus Berlin wohl kommen wird, der wird sicherlich ein wichtiger erster Punkt sein in der Reformdebatte. Aber wir sollten die Themen sorgfältig weiter diskutieren. Das ist, glaube ich, so eine Quintessenz des heutigen Nachmittags, dass die Reformdebatte, glaube ich, gerade erst begonnen hat. Sie hat eine nationale, aber auch eine europäische Dimension. Ich werde hier jetzt nicht den Versuch unternehmen, ein Zwischenfazit zu ziehen, sondern vielleicht so das ganz große Bild, dass an einigen Stellschrauben gearbeitet werden muss im Bereich des Gesellschaftsrechts genauso wie im Bereich des Bilanz- und des Kapitalmarktrechts. Der Fall Wirecard gibt Anlass dazu, zu reformieren, aber wir müssen das Kind auch nicht mit dem Bad ausschütten, sondern punktgenau reformieren. Dort, wo der Fall Wirecard uns zeigt, dass Reformen auch Not tun. Und da gab es heute Nachmittag eine ganze Reihe an wichtigen Reformvorschlägen, die aufgegriffen werden sollten. Wenn wir das machen, dann sollte es, glaube ich, wirklich eine konsistente Reform sein. Das Kapitalmarktrecht sollte genauso wie das Gesellschaftsrecht konsistent weiterentwickelt werden. Kapitalmarktinformationshaftung, das ist der Dauerbrenner, den wir in Deutschland einfach über viele Jahre stiefmütterlich vernachlässigt haben. Das Kapitalmarktinformationshaftungsgesetz, das ist irgendwann mal in den Schubladen verschwunden und das war eine gute Gelegenheit, die Materie wirklich sinnvoll weiterzuentwickeln. Darunter leitet in Deutschland die Rechtspraxis und die Diskussion immer noch, dass diese Chance vertan wurde. Ich glaube auch, dass wir von den USA einiges lernen können und Whistleblowing, Hinweisgebertum ist sicherlich ein wichtiger Themenbereich, aber auch hier gilt die Marschroute, dass das innerhalb unserer Rechtsordnung friktionslos aufgegriffen werden sollte und das wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass wir hier eine vorsichtigere Reform ergreifen und dann mal schauen und testen, ob das Ganze dann wirklich funktioniert. Ich will es damit bewenden lassen. Ich bin jedenfalls bereichert und hoffe, dass Sie zu Hause das auch sind. Es ist irgendwie traurig, dass Sie hier nicht in dem Hörsaal sein können. Ich glaube, dass dann die Reformdebatte dann noch viel intensiver hätte geführt werden können. Wir sind aber unendlich dankbar, dass die Referentinnen und Referenten zu uns in den Hörsaal gekommen sind. Das ist gar nicht selbstverständlich in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie. Dafür danken wir Ihnen nochmals sehr, sehr herzlich und das tun wir auch mit einem Applaus. Dann noch ein sehr herzlicher Dank an die Bayern Media School für diese vorzügliche technische Betreuung dieser Veranstaltung. Das hat herausragend geklappt und es hat sich viel, viel besser angefühlt als jegliches anderes Zoom-Format, das wir in den letzten acht Monaten erproben mussten. Das war eine deutliche Weiterentwicklung und hat uns hier die Diskussion erheblich erleichtert. Von meinem Team möchte ich stellvertretend für alle nennen, insbesondere Moritz Reichert als Doktorand, der diese Veranstaltung hier ganz wunderbar sachkundig und zuverlässig betreut hat. Auch das ist es wert, ganz besonders herausgestellt zu werden. Damit schließe ich die Verhandlungen für heute und hoffe, dass Sie gesund durch diese Pandemiezeit kommen. Und ja, passen Sie auf sich auf. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man zum Schluss sagen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.